Urbanius. Amir, gottsegen. Hallo nochmal. Amir, du bist der Wahnsinn. Ja, ich habe gerade gesehen, du bist immer noch live. Ja, die Leute wissen das nicht, wie viel Kraft es kostet, live zu sein. Das ist wie Sport. Das ist anstrengend. Man muss die ganze Zeit reden. Ja, das ist verrückt. Hast du gesehen, in Mannheim gab es einen Angriff auf die Gedenk-Demo? Auf die Gedenk-Demo? Genau, gab es einen Angriff und da ist jetzt wieder einer mit schweren Kopfverletzungen im Krankenhaus gelandet. Schon wieder? Ja, ja, gerade jetzt auf YouTube bei Welt.de habe ich das gesehen. Bei Welt, warte, wir gucken uns das so aus. Guck mal, Angriff auf gegen Demo mit Kopfverletzungen. Lass mal laufen. Ja, Katastrophen. Hochwasser. Hochwasser. Wenn nicht, schicke ich dir das gleich auf Dings. Ah, hier vor einer Stunde. Warte, warte, eher. Ich habe ihn festgehalten. Er ging dazwischen. Danach stach der was? Heftig. In Mannheim, ja. Wie reagiert man dort eben in der Stadt auf diese doch sehr bestürzene Nachricht von totes jungen Polizisten? Achso. Das ist nicht das. Das war ein körperlicher Angriff von der Antifa, glaube ich, oder von der Gegendemo. Ich schicke dir das. Warte, ich schicke dir das gleich. Messerangreifer ist ein abgelehnter Asylbewerber. Absolut krank. Seit 2014. Ausreisepflichtig. Seit 2014. Wahnsinn, Leute. Der Typ müsste seit 2014 rausgehen. Und die Behörden haben versagt, den Typen rauszutun. Wahnsinn. Wer trägt die Schuld an diesem Wahnsinn, Mann? Wer? Unglaublich, Mann. Unglaublich. Hört euch das an. Ja, ich glaube, man kann es hinter mir schon ganz gut erkennen. Das sind immer mal wieder Menschen hier und wirklich Menschenmassen. Wir können hier, glaube ich, so einen wie 50 Menschen hier sehen auf dem Marktplatz, die sich hier immer wieder versammeln, die herkommen, Blumen niederlegen, Zettel niederlegen, wo sie ihre Trauer ausdrücken, Kerzen anzünden. Ich sehe auch immer mal wieder Menschen, die wirklich ein paar Tränen verdrücken, denen das wirklich sehr nahe geht. Ich konnte mich auch mit einigen Menschen heute hier unterhalten, die wirklich fassungslos sind über diese Brutalität hier in Mannheim, über diese Attacke und das der Polizist dann tatsächlich gestern damit sein Leben bezahlt hat, um andere Menschen zu schützen. Gerade das macht die Menschen hier sehr betroffen. Natürlich auch die anderen Polizeikollegen. Auch diese sind heute hier präsent. Zum einen um den Tatort, um das Geschehen hier zu schützen, weil es natürlich klar war, dass viele Menschen heute kommen, um ihre Anteilnahme zu zeigen. Aber auch diese Kollegen, wenn sie ausgewechselt werden, den Dienst wechseln, sie kommen immer wieder hier vor, vor die Blumen, halten inne und gedenken an ihren Kollegen. Ich habe heute auch schon mit der Gewerkschaft der Polizei hier in Mannheim sprechen können. Der war nicht für ein Interview bereit, aber er hat mir am Telefon gesagt, dass er so einen schrecklichen Fall noch nie gesehen hat, dass sie tief erschüttert sind, dass ein Kollege ihrerseits eben so schrecklich hier ums Leben gekommen ist, im Einsatz, um andere Menschen zu schützen. Es gibt auch verschiedene Mahnwachen. Gestern hatte schon die junge Alternative dazu aufgerufen, hier eine Versammlung abgehalten. Diese wurde gestört von Antifa, aber auch von Gegendemonstranten. Also es wird von verschiedenen Seiten da auch versucht, diese Tat jetzt zu instrumentalisieren. Und da will man gegenwirken. Heute gibt es noch eine Mahnwache um 17 Uhr unter dem Motto Mannheim hält zusammen. Da wird auch noch mal der Bürgermeister kommen, um dem getöteten Polizisten dann hier zu gedenken. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Haben die nicht gesagt, ne? Ich habe die auf Telegram geschickt. Die haben auf dieser Mahnwache einen von der Jugend AfD oder die Linken haben ihn angegriffen und schwere Kopfverletzungen zugefügt. Der ist im Krankenhaus, ja. Das ist unglaublich, dass sie darüber... Warte mal, ich lass es mal abspielen. Warte mal, warte mal. Kommt, Werbung. Wie für mich gemacht. Warte mal, warte mal. Er ist ein Maniac. Maniac, oh man. Wahnsinn. Er ist ein Maniac. Maniac. Der Irrfern ist auf... Wahnsinn, unwahr. Er zahlte damit mit seinem Leben. Der bei dem Messerangriff in Mannheim schwer verletzte Polizist ist tot. In Mannheim trauerten Polizisten auf dem Marktplatz um den Kollegen. Er wurde nur 29 Jahre alt. Das ist die Mutter von der Isabel Buja. Mannheim trauert um den Mann, der sein Leben der Aufgabe widmete, Menschen zu retten. Als der Polizist genau das tat, wurde er selbst mit einem Messer attackiert. Er starb jetzt an seinen Verletzungen. Seine Kollegen und die Bürger, die öffentlich auf dem Marktplatz trauern, stehen unter Schock. Ich bin ja auch unheimlich berührt von dem, was hier passiert ist. Es ist ja mitten hier in der Stadt, wir stehen jetzt am Marktplatz, wo das Ganze passiert ist, am Freitag. Wir sind entsetzt, dass in unserer Stadt so etwas passieren kann, in unserer Vielfalt Stadt. Ruven L. war Polizeioberkommissar und er war Organspender. Auch deshalb war sein Körper, nachdem der Hirntod festgestellt wurde, noch stundenlang an einer Herz-Lungen-Maschine angeschlossen. Am Sonntag um 17.03 Uhr wurden die Geräte abgeschaltet. Ruven L. wurde nur 29 Jahre alt. Mehrere Videos zeigen seine letzten Momente, als der Beamte mutig versuchte, den Messerangreifer zu stoppen. Ein 25-jähriger Afghane stach zunächst auf den Islamkritiker Michael Stürzenberger ein, der noch immer im Krankenhaus liegt, verletzt mehrere Menschen. Dann rammte er den Polizisten mehrmals von hinten das Messer in Kopf und Nacken. Erst dann konnte ein anderer Beamter den Angreifer mit einem Schuss stoppen. Die grausame, mutmaßlich islamistisch motivierte Messerattacke bewegt das ganze Land und auch die Politik. So schreibt Bundeskanzler Scholz auf Ex. Es bestürzt mich zutiefst, dass der mutige Polizeibeamte nach dem furchtbaren Angriff in Mannheim seinen schweren Verletzungen erlegen ist. Und Finanzminister Lindner kündigt Konsequenzen an. Der Tod des jungen Polizisten berührt mich sehr und mich macht wütend, was in unserem Land passiert. Gegen den islamistischen Terrorismus müssen wir uns zur Wehr setzen. Die Sicherheitsbehörden werden wir dafür finanziell weiter stärken. Schluss mit falscher Toleranz. Innenministerin Faeser spricht den Angehörigen ihr Mitgefühl aus. Ich bin zutiefst erschüttert, dass der Polizist, der eingeschritten ist, um Leben zu retten, durch die unfassbar brutale Messerattacke sein Leben verloren hat. In tiefer Trauer und Anteilnahme denke ich an seine Familie und Kolleginnen und Kollegen. 30 Kolleginnen und Kollegen des Polizisten sind aktuell dienstunfähig. Die Attacke belastet sie mental. Wenn man selbst beteiligt, wenn man zu einem Massaker ist, das muss man ja schon wirklich so nennen, dann geht das natürlich nicht spurlos an einem vorbei. Und das ist richtig, dass die Kolleginnen und Kollegen sich jetzt, also die beteiligten Kolleginnen und Kollegen, sich jetzt in professionelle ärztliche Behandlungen begeben. Polizeiwagen werden nun Trauerflor tragen und die Fahnen an öffentlichen Gebäuden auf Halbmast gesetzt. Leonie von Rando vor dem Kanzleramt Entsetzen, Wut, Trauer und dann immer wieder die Auflande Diskussion über Konsequenzen, wie die aussehen könnten. Wie könnten die aussehen? Was wird diskutiert? Also über die Parteien und Fraktionen hinweg gibt es Einigkeit darüber, dass das, was geschehen ist, nicht nur grausam ist, nicht nur hart bestraft werden muss, sondern dass man eine grundsätzliche Diskussion aufmachen muss, wie man umgeht. Stellt euch mal vor, Leute, dass der Täter auf einmal wieder zu sich kommt, der natürlich vernehmungsfähig dann wieder wird, auf einmal irgendein Arzt oder wer auch immer ihm auf einmal Schuldunzufähigkeit zuspricht und sagt, er ist psychisch krank. Das könnte durchaus sein. Der ist nicht schuldfähig. Deutschland hat ihn verrückt gemacht. Er hat einen Knacks wegbekommen, als er erfahren hat, dass er hier kein Asyl bekommt. Asylantrag abgelehnt und dann hat er durch Tabletten, ist er dann so wahnsinnig geworden. Schaut, boah, das wäre so krank. Er braucht dringend Hilfe. Er braucht Hilfe, weil Deutschland hat versagt. Kennt ihr das, diese eine Sequenz, wo Tim Kellner das immer wieder einblendet? Wir haben als, vielleicht haben wir als Gesellschaft versagt. Flüchtlinge brauchen unsere Hilfe. Vielleicht haben wir auch als Gesellschaft versagt, dass sie so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Absolut krank, die Schuld der Gesellschaft zu geben für das Versagen eines einzelnen Mannes, eines einzelnes Menschen. Für seine kranke Gesinnung. Das wird so kommen, Amir. Du hast jetzt mehr Prophezeiungen als Mohammed getroffen. Die Prophezeiungen wird eintreffen. Dann bist du der neue Prophet für die Muslime. Wenn das so eintrifft, wenn ihr nicht sagt, der Amir ist der Heftigste, dann, ich sag euch, der geht raus von dir. Ich suche dir das gleich mit dem Angriff auf die Mahndemo, weil ich glaube nicht, dass sie das jetzt nochmal ausschlachten werden in den Medien. Ja, ich wusste ja, eine letzte Sache, der Irrfan ist gerade live auf YouTube, der hat knapp 6000 Zuschauer, ne? Und da siehst du mal, das Thema bewegt Deutschland ganz anders, ja? Und ich hoffe endlich, dass das, das Thema nicht mehr gelassen wird, dass das so lange aufrecht gehalten wird, bis was passiert. Tja, aber wir Christen wissen ja, dass das Gericht über diese abgefallenen Christen kommt. Wir wissen, warum es so ist, ja? Ja, genau. Okay, danke. Bis dann. Okay, alles klar, Orban. Danke dir. Ciao. Hallo? Hallo, ich hab ne Frage. Ja? Äh, hat jemand auf Dings ne Frage? Was denn? Hallo, Armin. Ja, hallo, mein lieber Gott segne mich in deine Familie. Ich hab eine Frage. Ja? Ähm, wenn wir sterben, kommen wir dringend im Himmel? Oder? Die Bibel, die Bibel sagt uns, dass wir in einem sogenannten Zwischen, ähm, eine Zwischenwelt kommen. Das nennt sich das Totenreich, der Sheol. Und da werden die Menschen, die in Christus gestorben sind, auf die eine Seite gebracht, zur, zur Auferstehung, zum ewigen Leben. Und dann gibt es einen anderen Bereich, die für diejenigen bereit gemacht ist, die nicht mit Christus in den Tod gegangen sind und bereit gemacht, äh, äh, bereit gemacht wurden, zur ewigen Verdammnis. Ach so. Das nennt sich entschlafen. Jetzt sind die Leute noch entschlafen. Aber dann, wenn der Herr Jesus Christus zurückkommt, dann werden wir in einem Nu auferstehen mit denen, die in Christus und ohne Christus gestorben sind. Die einen bereit gemacht zum Gericht und die einen bereit gemacht zum ewigen Leben in Jesus Christus. Amen. Ähm, ist jetzt, äh, der Himmel gebaut oder wird das noch gebaut? Bitte was? Ist es Himmel da oder wird das noch gebaut? Nach der Zeit Störungen? Der Herr Jesus Christus sagt, der Herr Jesus Christus sagt, ich gehe hin und bereite euch eine Ruhestätte. Und, äh, da wo ich sein werde, da werdet ihr auch sein. Das heißt, jetzt ist der Herr Jesus Christus an einem Ort, der, äh, ja, in seinem Himmelreich, an seinem, an seinem Platz, wo er damals schon war, in diesem, in diesem wunderschönen Reich. Und da wird er uns auch hinbringen, wenn wir mit ihm in den Tod gegangen sind und an das glauben, was er für uns am Kreuz vollbracht hat. Wenn wir unsere Schuld vor ihm bereut haben. Ach so. Und was passiert mit dieser Welt? Wird er zerstören oder wie? Diese Welt, diese Welt wird zerstört werden. Und dann wird alles, ähm, dann wird das tausendjährige Friedensreich nochmal errichtet. Der Satan wird dann beseitigt werden und dann wird diese Erde dem Erdboden gleichgemacht. Und das war's. Dann gibt's nur noch Himmel und Hölle für alle Ewigkeiten und Feierabend. Ach so. Das ist die letzte Warnung Gottes. Deswegen sagt er ja auch in Hebräer Kapitel 1, Vers 1 bis 12, Gott hat in vielerlei Weise und auf verschiedene Art und Weise zu den Menschen gesprochen und in den letzten Tagen durch seinen Sohn Jesus Christus. Verstehst du? Ja, aber eine Sache kann ich nicht verstehen. Was kannst du nicht verstehen? Zum Beispiel, die Himmel, das hatte ich noch nicht ganz verstanden. Dieses Konzept. Konzept von was? Zum Beispiel mit dem Himmel und so Dings. Du musst schon deutlicher werden, mein Lieber. Ja. Ja, ich habe zum Ursteil verstanden. Aber zum Beispiel, aber die Himmel hat der noch nicht gewonnen. Der Herr Jesus. Der Herr Jesus Christus kam doch von oben. Er sagt, ich bin von oben. Ah, der ist noch da. Die Himmel ist noch da. Der Herr Jesus Christus ist in seinem Reich wieder zurückgekehrt, als er den Tod besiegt hat, auferstanden ist und aufgefahren ist zum Vater. Er ist ja wieder zurückgekehrt zur Heiligkeit. Ja, okay. Passiert? Ja, also Russland habe ich wahrscheinlich. Okay, alles klar. Wenn was offen ist, dann schick wieder eine Anfrage, ja? Ja, okay. Noch eine Frage. Ja. Bist du Iraner? Ich bin Iraner, ja. Von woher von Iran kommst du? Nur so eine Frage. Bitte? Von welcher Stadt kommst du? Hauptstadt. Also bist du von Teheran? Ja, genau. Okay, danke. Chodafes. Okay, Chodafes. Welcher cool. Ciao. Ja, möge der Herr ihn singen. Möge der Herr ihm seine Augen rufen. Ja. Das dürfte durchaus durchgehen. Weil die Gesellschaft keine Lust hat auf diese... Danke dir, Toni. Weil diese Gesellschaft keine Lust hat auf diese... Danke dir, Toni. Wie sagt man, dieses Verurteilen von den Muslimen, die auf einmal sowas getan haben. Danke dir, Toni. Und ähm... Versucht man irgendeine Ausrede zu finden. Dankeschön. Und dem Jungen, also beziehungsweise dem Suleiman A, dann auf einmal Unzurechnungsfähigkeit zuzusprechen. Das könnte ja durchaus sein in so einer Gesellschaft. Geh mit Isa Heisenberg live, der verbreitet wieder Müll. Ja, was willst du denn mit so jemand? Du siehst da, was der da als Video raus hat, ohne sich zu schämen und das Video runterzunehmen. Was... Was ist das für die gehirngewaschene Aussagen, die er dort tätigt? Allein schon sein Video mit dem Eis hat... Mit dem Eis hat mir den Rest gegeben. Hier, lass uns das... Ich hoffe, der hat das nicht runtergenommen. Warte, wir gucken mal. Schau mal, du machst... Äh... Das Video aus... Ah ja, hier. Wollt von mir also, dass ich das hier boykottiere? Für was? Für unsere palästinensischen Geschwister? Da geht der zu Burger King, sagt er, ihr wollt, dass ich das boykottiere? Für was? Für unsere palästinensischen Geschwister? Guck mal jetzt, was Isa macht. Ehrlich? Ehrlich? Ich muss auf mein wunderschönes Laien-Eis verzichten. Oh mein Gott, ich muss auf mein wunderschönes Laien-Eis verzichten. Ja gut, für die Kamera mach ich jetzt eine Show. Aber wenn dann die Kamera aus ist, dann geh ich dann später nochmal hin und hol mir nochmal knuspriges Eis. Aber für die Show ist das natürlich am besten. Schaut euch das mal bitte an. Auf das, was ich am meisten liebe, wollt ihr, dass ich das jetzt nicht esse? Auf das, was ich am meisten liebe, ein Eis, das liebt der am meisten der Typ. Oh mein Gott! Jetzt müsste ich das so einspielen, diesen Skit. Oh mein Gott! Ich liebe Eis am meisten, das ist so verstörend, ey. Das ist einfach so verstörend, ey. Hört mal, hör mal, was ihr macht. Ja? Okay. Und werf das Eis in die Mülltonne. Natürlich verzichten wir da drauf. Und dann guckt er noch mit so einem richtigen Siegesblick. Natürlich verzichten wir da drauf. Weil ich bin Schwester Eisenberg und ich hab jetzt natürlich dementsprechend den ganzen palästinensischen Kindern geholfen. Jetzt werden die Israelis weniger aufhören, Raketen rüber zu werfen. Weil ich, Isa Eisenberg, ein Eis in die Tonne getan habe und das den Leuten so präsentiere. Ich habe geredet. Ich habe fertig. Bitte guckt euch das Video an. Das ist so Fremdscham, ey. Das ist so krass. Das sind die palästinensischen Kinder. Wenn wir nicht daran denken, wer soll sonst dran denken? Scheiß drauf. Natürlich. Ein Eis bei Burger King verhindert natürlich, dass Israel weitermacht, ne? Und dass die palästinensischen Kinder gerettet werden durch ein Eis, ein Laieneis vom Burger King. Was der aber noch vorher kaufen geht. Das müsst ihr euch mal geben. Unterstützt den Laden durch sein Geld. Versteht aber nicht, dass er das vorher schon getan hat. Und dann macht er ein Video mit seinem arroganten Blick. Und dass er so siegessicher so auftritt. Total mit so einem selbstbewussten auftritt. Und ich merke, dass er eigentlich die dümmste Video hochgeladen hat, was es überhaupt nur gibt. Junge, du hast diese Firma unterstützt mit deinem Geld. Da hättest du das Eis ja auch essen können, anstatt das wegzuwerfen, ey. Die Leute von Burger King denken sich, mein Gott, ist das eine verlorene Seele. Ist das ein Harami-Boy. Scheiß drauf. Ihr habt recht. Scheiß drauf. Lasst uns jetzt Burger King boykottieren. Ja, scheiß drauf. Komm jetzt. Damit haben wir die Kinder in Gaza gerettet. Und dann darfst du wieder spielen, was sie ist. Siehst du. Dankeschön an die Community von Isa Heisenberg, die genauso ist wie er. Ihr habt ja damit absolut recht. Aber jetzt die... Bitte guckt euch die Kommentare an. Ich bin gestorben. Ich hab mich totgelackt. Aber trotzdem gekauft. Es geht ums Kaufen, nicht ums Essen. Hauptsache bezahlt. Erst bezahlen, dann wegschmeißen. Vorher überlegen und nicht kaufen. Und kein Essen schmeißt man weg. Ja genau. Ey, das ist so Fremdscham. Das ist nur noch Fremdscham. Wie kann man so beschränkt sein? Wie geht sowas, Mann? Das ist IQ auf einem anderen Level. Genau. IQ ist hart ab. Wie kommt der überhaupt an diese... Wie kommt der überhaupt an sein Reichtum dran mit seinem IQ? Das verstehe ich nicht. Das ist ja Wahnsinn. Oder der ist hochkriminell oder was ist der? Keine Ahnung. Wie kann das denn sein? Das würde ja nicht für ein Fünfklässler sowas machen. Klettverschlusslogik. Ja, nennt man so das Ganze ja genau. Echt? Ey, wie heftig bitte. Aber seine anderen Videos sind auch hilarious, ehrlich. Hilarious. Ey, ja guck mal wie der seine Haare föhnt und so. Der zeigt es sich im Badezimmer wie der seine Haare föhnt. Ein Schmink-Tutorial macht und so. Und dann sagt der Handler, ich bin Moslem. Takbir! So ist das richtig schön. Kauen wie eine Kuh. Wie eine Kuh Kaugummi kauen. Und jetzt aber die Haare schön einfetten. Das ist so heftig. So krass. Das ist verstörend. Ja, und dann macht er sich die Haare schon mal fertig und macht sich den Dutt da oben drauf. Was meinst du, wie den Muslimen das Wasser im Mund zerläuft, wenn sie noch seinen Kopf auf seinen Hals sehen? Was meinst du, wie denen das Wasser im Mund so ausläuft und sie am liebsten Takbir auf ihn machen würden, seinen ganzen Besitz wegnehmen und ihn in die Ewigkeit schicken, weil er Allah und seinen Gesandten ungehorsam ist? Was meint ihr, wenn die, ich wünschte einen Muslim, ein ehrlicher Muslim, einen Sympathisant, ein richtiger, heftiger Muslim, der nach Koran und Sunna lebt und das Ganze ernst nimmt, auch wenn die islamischen Schriften Wahnsinn beinhalten, würden wir auf ihn reagieren und sagen, was man mit solchen Leuten wie ihn machen sollte. Die trotz ihrer Auffassung nach sagen, Hamdulillah, ich bin Moslem. Das ist das Heftige. Unglaublich, ey. Unglaublich. Warte mal, ich muss mal kurz noch was gucken. Ich muss mal kurz hin, aber ich muss jedenfalls ansehen. Die Almans. Ich suche was ganz bestimmtes, einen Moment in ihm. Ich schüsse den, die Sprecher hält. Seine Sprecher hält. Wir sitzen hier vorne. Wir sitzen hier oben. Wir sitzen in der Weile. Hier oben. Focke ich hier oben. Ich bin hier oben. Der Törichter ist derjenige, der denkt, dass wir es so gemeint haben. Er erschafft nicht, sorgt nicht, gibt kein Leben, verursacht nicht den Tod und regelt die ganze Sache nicht außer Gott. Es gibt nichts Gutes in einem Menschen, der kennt die Ungläubigen nicht und ist kenntnisreicher als er in der Bedeutung von. Es gibt keinen Gott außer Gott, 14. Imam Muhammad bin Abdul Wahab setzt seine Antwort an sie fort und sagt, Runde Klammer, hier ist ein Ver... Ich kann euch das nicht vorlesen, weil ich gerade am Fahren bin, weil das alles so klein ist, deswegen lasse ich das abspielen. Das ist aus dem Auszug von dem Buch von Muhammad bin Abdul Wahab, der genau auf solche Leute wie Isa Heisenberg und sowas reagiert. Er sagt, die zwar mit ihrem Mund das Glaubensbekenntnis aussprechen, die Schahada. Sie sagen zwar und sprechen es aus, aber ihr Blut ist trotzdem halal, weil sie dem Gesandten Allah zuwiderhandeln und Allahs Religion. Schaut euch das bitte an. Er dacht, nämlich die Aussage... Und er zitiert eine Geschichte, eine Begebenheit von den Banu Hanifa. Das waren Muslime, die trotz des Glaubensbekenntnisses von Ali und seinen Gefolgsleuten nackentherapiert wurden, Leute. Wahnsinn, ne? Das ist der Wahnsinn, was abgeht. Was meint ihr, was die mit so einem Isa Heisenberg machen? Komm mal her, Schwester, wir müssen mal ein bisschen reden. Nein, ich will nicht. Doch! Du bist Allah und sein Gesandten nicht gehorsam. Nein! Oh nein! Ich will noch ein Tutorial machen. Ablöse. Oh nein! Jetzt bräuchte ich Itikulla als Co-Moderatorin. Itikulla, bist du da? Itikulla! Melde dich, meine Niqabi. Meine Niqabi-Girl. I'm a Niqabi-Girl in the A-Amias-World. So, hören wir mal weiter, was der Muhammad ibn Abdul Wahab sagt. Der Törichte ist derjenige, der denkt, dass wir es so gemeint... Oh, jetzt macht er es wieder von Anfang. Scheiße, ich muss das gleich mal vorlesen. Wenn ich Zeit finde gleich. Das ist extrem wichtig, dieser Auszug aus dem Buch. Auch das Blut derjenigen, die zwar die Schahade aussprechen, aber Allah und seinen Gesandten zuwiderhandeln und islamisch rechtlich nicht nach dem Leben, wie Allah und Mohammed das von den Muslimen verlangen. Ihr Blut ist nicht geschützt, deswegen verstehe ich nicht, warum Isa Heißenberg und diese ganzen Euro-Shisha-Muslime sich nicht damit auseinandersetzen und sagen, ey Leute, wir sind zwar Muslime, aber die Muslime machen uns aufgrund unseres unislamischen Verhaltens eines Tages den Garaus. Wir müssen etwas dagegen tun, wir müssen aufstehen und unseren Mund aufmachen. Und dann siehst du einen Typen, der in seinem Auto sitzt und sagt, wir distanzieren uns weder vom Koran, noch vom Propheten, noch vom Islam. Junge, du bist acht Milliarden Kilometer entfernt vom Koran und Islam. Und er sagt dir, wir distanzieren uns nicht. Du bist doch schon fünf Milliarden Kilometer entfernt, Mann. Mit deinen Schmink-Tutorials, ey. Schwester, ich kann nicht sehen, das ist heftig, Mann. Sie haben ihr Engagement für Allah und seinen Gesandten aufgegeben, so sagen die Gelehrten, ne. Und sind anderen Dingen nachgegangen, anstatt den Dschihad. Ja, sobald ihr die Auszüge aus den Büchern von Ibn Taymiyyah und Sherekol Islam Ibn Taymiyyah und Mohammed Abdel Wahab euch durchgeht, dann werdet ihr das Grauen feststellen, warum die Muslime so sind, wie sie sind. Das ist Wahnsinn. So brutal im Kern, so brutal. Wenn ich der Herrscher einer Gesellschaft wäre, ich hätte niemals erlaubt, dass diese Bücher überhaupt in den Moscheen gelehrt werden oder gar die Muslime die Möglichkeit haben, an diese Bücher heranzukommen. Ich hätte so dafür gesorgt, dass sie niemals damit in Berührung kämen. Und wer es mag, dafür so Werbung zu machen für die Bücher, die hätte ich sofort eingesammelt und dementsprechend dann unter Strafe gestellt. Ohne Wenn und Aber. Tony. Tony. Ja, nur kurz. Und zwar, ich war vorhin kurz bei ihm im Stream drin. Ein Appell an alle TikToker. Wieso kann man nicht essen, essen und dann live gehen? Guck mal, Bruder Amir ist so viele Stunden live. Niemals hört man ihm schmatzen, trinken, rascheln, Hähnchenflügel zur Seite schieben, Türen... Ja, das ist so unangenehm, so unangenehm, wenn auf einmal jemand steht und dabei ist, was da ist. Und die auch, wie die letzten, also vom Sternzeichen Höhlenmensch, wirklich wie die letzten Menschen schmatzen sie. Hähnchenflügel, Alhamdulillah, das Party ist unter den Füßen der Mutter, aber was haben denn die Eltern beigebracht? Nicht mal, nicht mal ihren Mund zu machen können, die beim Essen. Ja, der kaut gerne wie eine Kuh, hast du das gesehen? Ich habe gerade ein Video von dem gesehen. Der kaut original wie eine Kuh, Mann. Er sagte gerade, das ist ja fünf oder zehn Sekunden alt, der schmatzt da mit seinen fettigen Fingern, wühlt da in diesem armen Hähnchen, was für ihn das Leben lassen musste. Und dann sagt er eben gerade, das ist zehn, 15 Sekunden alt, dann sagt er, ja, beide muss man wegsperren. Der eine hat es halt ein bisschen mehr verdient als der andere. Jetzt mal, jetzt kein Zitat, aber so sinnbildlich. Unglaublich. Da habe ich, dann schrieb er, ja, dass einer verletzt wurde, bla bla, da habe ich in den Chat reingeschrieben, was redest du? Wer spricht denn hier von einer Person? Was wäre, wenn Stürzenberger nicht so publik wäre und da nicht vier, fünf Autos stehen würden und du erst mal zehn Minuten warten müsstest, bis jemand kommt? Was ja oft, guck dir Paris an. Ich bin am 3. November geboren. Jeder kann sich erinnern, da hat Deutschland, ich glaube, Deutschland hat gegen Frankreich gespielt, im Stade des Francs. Und da hat man die Bomben gehört. Da haben sie in Diskotheken mit drei, vier Mann Hunderte von Menschen das Leben genommen. Ja, aber für jeden Fall. Das hast du im Stadion, hast du die Detonation gehört in Frankreich. Was erzählt der da für einen Mist? Ja, der Typ ist nicht qualifiziert, über gewisse Themen zu sprechen. Er ist nicht qualifiziert. Er kennt sich weder aus im Islam, noch kennt er sich aus mit irgendwelchen religiösen Schriften, sondern er redet einfach drauf los. Das ist das. Er möchte einfach reden. Er hat einfach einen Drang, einfach so zu reden, ohne irgendwelche Quellen zu berücksichtigen. Oder islamische Geschichte zu berücksichtigen. Verstehst du? Er spricht frei aus seinen Emotionen. Also aus der Emotionen meine ich nicht, wenn ich mal... Ja, aus seinem Selbst, aus seiner eigenen Gelüste oder wie nennt man das? Ja, korrekt. Es gibt zwei große Unterschiede. Ob ich jetzt wütend bin und dann agiere oder ob ich traurig bin und dann agiere, ist das was anderes, als was er da fabriziert. Er spricht einfach so, wie sagen die Kurden immer, reden ist beläsch. Mensch, er spricht einfach so frei, so das, was ihm gerade im Kopf kommt, ohne irgendwas zu berücksichtigen, irgendwas gelesen zu haben. Keine Ahnung. Gut, dass in seinem BMW der Tacho noch digital ist, sonst wird er wahrscheinlich nicht wissen, wie viel KMH fährt. Heftig, einfach heftig. Und glaub mir, wenn ich dann solche Leute sehe, wie sie dann von zu Hause aus streamen, die Gardinen sehen aus wie die Gardinen von seinen Eltern, dann frage ich mich, da kann dir auch jedes dicke Auto draußen auf der Straße nichts bringen, wenn du abends nach Hause kommst und Baba und Anne nicht wecken darfst. Super, super. Das ist die Männlichkeit von heute. Einen Arm gehen draußen vor die Haustür stellen, aber Baba und Anne abends nicht stören, wenn wir nach Hause kommen. Anne, Anne, geh ich oder? Ich weiß nicht, man, auf dem Level, das ist so, von einer Fünftklässler oder Sechsklässler, dass man nicht ein wenig mal über diese ganzen Bestandteile des Islams nachdenkt und mal Mohammeds Leben mal durchgeht, warum die Muslime so sind, wie sie sind. Nein, und das Schlimme daran ist ja auch, dass diese Menschen ja auch anscheinend ja auch wirklich Zeit haben. Also ich habe Respekt vor jedem Menschen, der beruflich, familiär und 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 unterwegs ist und dem die Zeit, ich sage es mal so, mein Schwager hat damals immer zu mir gesagt, du wirst in deinem Leben nie Zeit haben, du musst dir die Zeit nehmen. Und dass diese Menschen ja sich in Bädern schminken, die aussehen wie hier bei uns am Hamburger Hauptbahnhof, das ist jetzt kein Disrespect, aber die Kacheln, diese kleinen Kacheln, wenn ich die sehe, denke ich echt, der ist irgendwo Hammerbrook an der S-Bahn-Station. Dann frage ich mich, was ist das für ein... Da gehen 600 Leute rein, die ihn zugucken. Wie kann ich... Also egal, ich möchte jetzt nicht ins Fleisch halten, aber da... Ja, wir werden... Anstelle, dass so jemand, der... Das ist jetzt Spekulation, weil ich kenne ihn nicht, aber anscheinend, er wird ja einiges auch in die Wege gelegt bekommen haben, dass er so viel Glück so ungenutzt lässt. Und schau dir mal deinen Werdegang an, schau dir mal den Werdegang von Bruder Reza an, und dann solche Leute, die das Glück teilweise in die Wege gelegt bekommen haben, äh... Man soll doch für seine Religion einstehen. Also wenn ich das Glück gehabt hätte, was er gehabt hat im Leben, und ich mir die Zeit auf TikTok nehmen würde, vor 700 Leuten mir die Haare zu kämpfen, dann würde ich die Bibel immer in meiner linken Hand halten. Ja, das ist... Ja, wir machen doch auch mal Schmink-Tutorials, äh, Toni. Vielleicht wirst du dann auch akzeptiert. Mach aus dir Schwester Tanja. Mehr Antonja. Schwester Antonja. Arruja Antonja. Schwester Antonja, du machst heftigste Schmink-Tutorials. Äh, Toni, das kommt heftig. Vielleicht wirst du ja dann, äh... Vielleicht wirst du ja dann anerkannt so richtig so bei den, äh... Shisha-Muslimen dann so. Ja, aber das Problem ist, wenn ich in seinem Livestream bin, dann bin ich ja eine Minderheit, weil ich bin, äh, äh, heterosexuell, und ich krieg diese feminine Stimme nicht hin. Ja, muss erst mal drauf haben. Ja, gut, der ist ja doch. Erstmal üben. Der Herr hat uns, äh, diese Übertretung im Fleischhaufen vergeben. Ja, aber, aber da muss ich auch sagen, und das sagt unser Herr auch, ähm, wenn Leute dann schreiben, hey, hey, Vorsicht, und was hat uns Jesus, äh, auf den Weg gegeben? Es ist keine Beschimpfung, es ist kein, keine Diskredition, es ist nicht in irgendeiner Form, äh, äh, falsch oder, oder persönlich zu begegnen. Eigentlich ist es nur das, was er selber preisgibt, öffentlich, und das möchte er ja auch, die Zuschauer haben, die Leute, die das kommentieren, äh, einfach doch, es wüht ja keiner in seiner Vergangenheit rum, oder es wüht ja keiner in seinem Privatleben rum, oder es erfindet ja niemand irgendetwas. Wenn ich jetzt im Tanger draußen rumlaufe, entschuldige, äh, äh, bei Gott, darf ich mich wundern, wenn jemand das kommentiert? Ja, du bist dann der nächste Borat. Borat! In Burkini, Burkini! Tankini! Ja. Ja, okay, Toni, danke dir, ja. Ja, Gottes Segen, Amir. Gottes Segen, ja, danke dir, Gottes Segen. Ciao, ciao. Ciao. Burkini-Faso. Gute Segen, fratello. Der ist weg,iger. Jetzt warten wir alle auf Amir. Ich wollte gerade erzählen, was Isa Heisenberg mit mir da gemacht hat, das nochmal posten, ich war ja mit denen öfters live, Burdami, bist du wieder da? Ja, ich bin wieder da, was ist hier? Und, äh, fratello, guck mal, ich war mit Danny öfters mit diesen Dings live, hier mit diesen Isa Heisenberg, ne? Ja. Ey, der hat mir Küsschen geschickt, ich mach keinen Spaß. Ja, der liebt dich. Der macht mir so, na süß. Hey, sweetie. Nice to see you. Ich schick dir gleich das Video, nur das Ende musst du sehen. Dann schick mir einfach Küsschen, ich denke mir, ist der in einem anderen Ufer, oder was ist da los? Der ist in einem Ufer. Ufer-Palast ist der. Ich frag mich nicht, wann läuft der Atem, ist der in einem anderen Ufer und macht man auch imam nebenbei, oder wie läuft das jetzt? Ja, ich wollte gerne, vielleicht wollte er auch das praktizieren, was er zum Beispiel dort in seinen Schriften verzeichnet ist, ne? Den Bauch von anderen Männern küssen, oder eventuell PS von Kindern und so, kann ja sein. Jeder zeigt seine Stärken, ne? Da hast du recht. Jeder zeigt da seine Stärken. Ich muss mal ein paar Sachen erledigen, schauen gleich wieder her. Okay. Ja, Chad, jeder zeigt seine Stärken. Der andere schminkt sich, der andere lackiert Fußnägel. Unfassbar, das ist die Oma, die wir heute haben. Das sind die heftigsten Musiken, die wir besitzen. Wahnsinn. Die Oma. Da hat es ein Soldat, meine Lieben. Das sind wirklich heftige Menschen. Aber traurig, ne? Also eigentlich, die hätten alle die Chance gehabt, den Herrn Jesus anzunehmen, aber die meinen ja alle schwingte tolles zu machen. Habe ich auch nie erlebt. Aber ich muss das mal posten mit dieser Heisenberg. Ich habe mal wirklich ein gutes Video mal mit dem gemacht. Muss ich mal wieder posten. Habe ich nie Zeit gefunden. Gleich hat er sich dich erotischer Dies ausgesucht. Hat er gesehen, kann ich den Bauch küssen? Der Isar. Der Schwester Isar. Da hangtet euch. Schwester Isar kann man ihn jetzt nennen. Die Schwester Isar bringt uns die Weisheit mit seinen Küsschen. Kissing Boy ist Sonder, sagt er dann. Kissing Boy ist Sonder. Das sind die Weisheit von Schwester Isar. Dann sagt er so, hey Leute, wir sind die Oma. Heute zeige ich euch, wie man die Haare glättet. Und dann zeige ich euch bei Hanise dazu, damit es alles mit Zona praktiziert ist. Dann kommt so Baby Beauty Palace aus der Ecke. Er sagt Baby Beauty Palace. Hey Leute, ich habe die Schade mitgesprochen. Wir machen ja zusammen ein Video. Tut mir leid. Wirklich tut mir leid. Aber das wäre heftig. Ich werde nur nimmst geschockt. Das wäre für mich eine Normalität bei denen. Wenn die das machen, dann lache ich. Da muss ich wirklich lachen. Ein wiederer auch bei mir reinkam. Der kam so zu mir rein. Danny und ich, wir sitzen da. Da in den einen. Da kommt rein. Na mein Hübscher. Was beschädigt mich? Ich bin voll ernst. Ich denke mir, so etwas geht ab. Okay, ich will mich veräppeln. Und dann bin ich ernst. Sag ihn so die Sachen. Alles über die Bibel. Und der so. Na? Und dann küste er mich so. So, ich sage, hey. Der ist dann fertig. Und da habe ich dir gemeint. Ja, er ist ein Sohnrufer. So ein Ufer. Der Danny konnte nicht mehr. Der ist immer weggegangen. Der habe ich allein gelassen in dem Moment. Der hat sich damit essen beschäftigt. Ach Wahnsinn. Ja, Schwester Issa. Schwester Joker. Schwester Hansi. Wie die alle heißen. Das ist die größte Oma, die wir besitzen. Damals, wenn man in den Büchern liest, vor die heftigsten Soldaten. Und heute haben wir die Schminktutorial-Schwestern. Unfassbar. Das sind die Soldaten, die wir haben. Und merkt ihr eins, ne? Die greifen nur Fleisch an. Die können nicht die Bibel widerlegen. Die greifen jede einzelne Person von diesen ganzen Schwester Oma, ne? Nur das Fleisch richtig an. Aber nie, nie richtig die Bibel. Können sie auch nicht. Was sollen die Fehler finden? Die haben nur Kontext gerissen. Joker hat es bewiesen. Ich habe ihn tausend mal widerlegt. Mein Video ist dabei. Mit Issa Bayern zusammen. Dann wurden die beiden einmal zurechtgesprochen. Dann kommt mir so ein Liebeshof, was weiß ich, wie der heißt, ja? Und der wollte auch einen auf dem machen. Gibt eben ein Video in meinem Stream zu, dass Kinderhilfien erlaubt ist. Das ist richtig. Hat er zugestimmt. Ja, was ist da los? Die ganze Oma hat versagt mit einem kleinen Pavlos. Und ich habe nicht mal so viel wissen, wie Arme er überhaupt wissen hat. Was macht ein Arme mit diesen Menschen, wenn er dann ein Gespräch führt? Ja, und daran sieht man, die können einfach nicht gegen die Wahrheit kämpfen. Und wenn die gegen die Wahrheit verlieren, ganz einfach, greifen die nur Fleisch an. Dann kommen die an, greifen einfach von den anderen Brüdern hier zum Beispiel nur ihre Person an, ihr Aussehen an, ihr Tatsachen, die Familie, meinerseits sogar eine Familie greifen die an. Okay, ihr könnt nur das, könnt ihr einmal auch auslegen, könnt ihr einmal sachlich einen Dialog führen. Ist das möglich? Oder ist das so schwer für euch? Ja, da seien die traut sich zur Debatte. Wie oft bin ich zu denen in Debatten gegangen? Ich habe öfter, ich habe mit Hansi doch eine ganze Debatte sogar geführt. Eine komplette Debatte. Ja, ich führe da Gespräche als die Team der Kirchenväter. Ich habe gesagt, was ist das, was der Kirchenväter? Ist, ich komme mit der Bibel. Ja, aber nichts anderes. Ich bin ex-Katholik, du konntest immer katholische Kirchenväter, was stimmt mit dir nicht? Und da zitiert er weiter, weil er weiß, er kann nichts in der Bibel finden, was falsch ist. Das sind diese Punkte. Immer wenn ihr bei diesen Streams seid und zufällig seht, seht ihr nur, die machen sich lustig, machen nur Fleischangriffe. Ja, nicht so ein bisschen, nein, die machen nur solche Fleischangriffe. Das war's. Die können nichts anderes. Und da würde ich mal von denen sehen, wer davon die Bibel einmal auslegen kann und mal Fehler zeigen kann. Keiner. Könnt ihr alle vergessen. Keiner kann das. Bruder Pavlos, ich hatte gestern Abend auf YouTube ein Video gesehen, was ja immer dann hochgeladen wird. Da war ich nicht im Live-Szene. Da wart ihr mit, wie heißt der junge Mann, mit dem deutschen Adler auf der Brust? Im Abubizeps. Ja, und da wart ihr mit zwei anderen im Live, du und Bruder Amir. Weil hier einige schreiben, wieso Debatte und ihr drückt euch und tralala und hin und her. Ich habe mir das Ganze angehört. Ey, wie todesanstrengend war das. Ja, das ist doch Katastrophe. Guck mal, ich sag euch eins. Wenn die solche Leihstien starten, erstmal benutzen die Menschheitshintergrund. Das ist das Erste, was sie da machen. Das Zweite, Familien angreifen. Das Dritte, sich wirklich 24-7 übert. Nicht mal so einen kleinen Witz am Rande. Okay, ne? Aber nein, wirklich 24-7 lustig machen. Und die können nichts von der Bibel beweisen, dass da ein Fehler ist. Gar nichts. Wirklich nichts. Vor allem wie oft hat der Host... Warte, 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 guck mal hier. Warte, warte, guck mal hier. Er war mundtot. Was macht er heute? Er nutzt das weiter. Aber mein Video war ja schön klein, ne? Wie ISAM Bayern genauso. Zwei gegen mich waren da. Und dann konnten die gar nichts gegen mich sagen. Ja, das lag daran. Ich war mehrere Stunden in diesem Stream. Aber es war echt... Ich muss wirklich sagen, wie oft der Host auch zu den beiden sagte, lasst jetzt mal Pavlos sprechen. Ja, aber, aber, aber... Ey, dieses Aber, Abu, Aber... Für mich ist Abu und Aber schon das Gleiche geworden. Wenn jemand Aber sagt, denke ich immer an Abu. So inflationär da stundenlang benutzt worden. Und jedes Mal, das Kuriose daran ist ja, dass, wenn man das mal runter reduzieren würde, du sagst drei Sätze, Bruder Hamid sagt drei Sätze, die sagen zwei Sätze, aber durch dieses ständige Unterbrechen von denen und jedes Mal den Satz neu anfangen, brauchte man für zwei Sätze fünf Minuten. Ja, Hasuna, der hat ja ganz extrem unterbrochen. Und der Genubi, ne? Das waren die heftigsten. Und die Abbas, ich glaube, einer hieß noch Abbas. Wie du über den Iran sprichst, Open Doors zeigst und der fliegt nach Mallorca und sagt, aber guck mal, da sind doch Christen und die dürfen doch auch feiern, so gefühlt. Das erstaunliche ist, er sagt zu mir, ich habe keine Quelle genannt. Ich so, hä? Abo-Bizeps gibst du, dass das eine Quelle ist, der andere sagt einfach, ich habe keine Quelle genannt. Ich so, bist der her. Und die Kirchen, die Kirchen, die sie da immer behaupten oder sagen mit 600 Kirchen im Iran und Bruder Amir meint noch, ja, weil es dort noch lebende, also Armenier gibt. Diese Kirchen sind uralte. Also in Armenien wird mit Tufstein gebaut oder wurde mit Tufstein gebaut. Das kann man auch googeln. Das ist so ein rötlich-bordeaux-roter Stein. Das sind uralte Kirchen. Die Bänke sind marode. Die sind aus Stein, nicht aus Holz. Die sind marode, trotzdem zerfallen. Die sprechen so, als ob diese 6-Wort-Kirchen jede Woche Halleluja gesungen wird und kam was. Da findet kaum was statt. Das sind einfach nur Gebäude, die sie nur wegen weltpolitischer Ideen stehen lassen. Und die Propaganda ist das. Weißt du noch das Video, was ich gepostet habe in meiner Story mit Nordkorea? Das ist Propaganda. Nordkorea rühmt sich. Guck mal, die Kirche ist doch voll. Ja, die sind gezwungen reinzugehen. Ja, guck mal. Ihre Familie hungert tot. Gehen die dann in die Kirche rein, weil der Staat ist denn sagt, die glauben bestimmt noch nicht mal an die Kirche, weil die gezwungen worden sind, da reinzugehen. Hast du die WM nicht gesehen, wie die Stadien teilweise und auch vor dem Stadion, alle sahen wie Bots aus, wie NPC. Warte, hast du die deutschen Fans gemacht? Da waren die deutschen Fans. Hast du die deutschen Fans gesehen, in diesem WM-Stadion? Das waren keine deutsche. Alter, einfach so 100 braungebrannte Araber. Die deutschen Fans. Was machen wir da? Was filmen wir noch mehr, oder was? So ein Arm wird sich da hinsetzen können. Und dann schreit er so, ja, Gold, Deutschland. In der Gruppe würde Bruder Arbeter sogar farblich auffallen. Wie sie 100 Araber bei der WM. Ne, wir sprachen gerade drüber, weil ich habe mir ein YouTube-Video gestern angeschaut, wo du und Bruder Pavlus bei dem, oh, jetzt habe ich wieder den Namen vergessen, der Abubizeps. Ja, Abubizeps. Und da wart ihr mit zwei anderen im Stream, was echt anstrengend war, weil die ständig unterbrochen haben. Dadurch hat jeder Satz so ellenlang gedauert. Und dann habt ihr, hat Bruder Paulus eine Quelle genannt, auch über den Iran. Dann fingen die an, irgendein Bild zu zeigen. Aber guck mal, auf Mallorca gibt es ja auch Christen, so gefühlt, haben komplett was anderes genommen. Auf Mallorca gibt es die richtigen Christen. Nö, 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 nö. Und vor allem dieses Argument mit, ja, es gibt 600 Kirchen im Iran, und dann sagtest du noch, ja, weil es alte, also alte, armeische, Einheimische darunter sind, Armenier, die dort leben und in ihre Kirchen gehen dürfen. Aber Iraner, die dort leben, die dürfen nicht einfach so in die Kirche gehen. Die Regierung kontrolliert das streng. Das weiß doch jeder Mensch. Und vor allem, wie sehen die Kirchen aus? Ich hatte zu Bruder Paulus gesagt, in Armenien wurde damals viel mit Tuffstein gebaut. Die sind runtergekommen. Die Bänke sind nicht aus Holz. Die sind aus Beton. Da sind kaum Menschen drin. Nur wegen der Weltpolitik lassen sie diese Gebäude noch stehen. Aber das hat nichts mit christlicher Missionierung oder Glaubensreiz zu tun. Und die andere Sache ist, ich meine, nur eben gerade zu Bruder Paulus, das ist wie bei der WM. Da waren ja auch ganz viele deutsche Fußballanhänger, die 100 Araber, die mit den deutschen Flaggen gewunken haben. Alles nur Bots und NPCs, ja. Da hätte der Arme stehen können und schreien sie so, oh, Deutschland. Ich werde in der WM, werde ich auch mit Abubizeps, mit Deutschlandfahne überall rumfahren. Du wirst so mit Deutschlandfahne überall rumfahren. Das ist heftig, ey. Abschließend kennt ihr das noch mit Ich liebe deutsche Land. Ballam, 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 balli. Ballam, ballam, balla. Gut, ich gehe wieder runter. Fühlt euch gedrückt. Okay, mein Mister. Gott segne dich schon deine Familie, Bruder. Ja, danke euch auch. Gott, deswegen, äh, Bruder Amir. Ja? Die stärkste Oma, die wir heute sehen, ne? Ist wirklich ne Schwester-Oma, das muss man sagen. Die ist schon süß unterwegs, das muss ich mal aber wirklich sagen, ne? Das war die süßeste Oma, die ich je gesehen hab. Die besorgen sich jetzt nicht mehr Sam-Sam-Wasser zum Trinken, sondern, äh, Wasser zum Sprühen aufs Gesicht. Ja, das glänzt. Die Feuchtigkeit. Die Feuchtigkeit. Ich brauche auch mal irgendein Sprühteil, damit ich mich so einsprühe und damit ich schön wirke für euch alle. Nur damit ihr mich mehr liebt. Mach mal Bato, Toriel, Bruder Amir. Mach mal was. Das ist aus Männern passiert. Damals sind sie jagen gegangen, heute haben sie Sprühflaschen. Das sagt der Toriel. Einfach so, sprühen ihr Gesicht. Das ist die Oma. Das ist traurig. Da siehst du mal, was für eine Veränderung stattgefunden hat. Also, keiner beschwert sich, wenn ein Mann, ähm, jetzt anfängt, ungefähr, also, ne, ist es gar kein Problem, dass ein Mann sich pflegt und sowas. Aber dass das so richtig so feminin rüberkommt, wie er das so rüberbringt. Weißt du, was soll das? Du bist immer noch ein Mann. Okay? Kein Problem, geh dich pflegen. Ist gar kein Thema. Mach doch keine Schmink-Tutorials. Was ist das bitte? Das steht ja im Barenzimmer. Du musst doch oft drücken, ne? Wählt nur noch, dass du so mal... Hier, guck mal, wie das perfekt passt, wenn ich dieses Lied anmache und dann auf einmal so, diese Dings, wie heißt das? Wenn ich dir das jetzt vorstelle, du hast so viele Lieder. Jetzt, jetzt überlegt euch mal, ihr müsst genau, ihr müsst genau verstehen, wenn zum Beispiel dieses Lied läuft, müsst ihr euch genau vorstellen, wie der Issa Eisenberg, wie der Issa Eisenschwert, da in seinem Badezimmer sitzt und dann auf einem Badezimmer steht und sich die Haare macht. Mach mal dieses Lied an. Riem, gut riem, riem. Das kannst du keinem erzählen, ehrlich. Steh dir das noch vor, mach mal diese Musik an als Hintergrund und dann tu ihn mal so da fertig mit seinen Haaren da. Was soll das, Mann? Das ist wahnsinnig. Dann sag dir noch Hamdula Mosklin. Dann sag dir noch Hamdula Mosklin, Seiten auf Null, wie so diese Dings. Der sieht eher aus wie ein Shaolin. Oder wie, wie, wenn sie noch damals Dings, Tompo und sowas wie die da diesen Zopf hatten da hinten. Ich weiß, was du meinst. Aber du musst auch trocken geben. Ein Video, das ist so richtig auf islamischer Ebene, alles, ne? Und dann der nächste Video kommt dann auf einmal so, sexy on my love. Sexy on my love. Ja, genau. Ah, ein. You sexy for my love. Ja, genau. Im Anschluss direkt das nächste Video von ihm. Einspielen lassen. Alles nächste Video. Das nächste Video, sexy on my love. Sexy on my love. Das kannst du gar nicht erzählen. Ich möchte euch mal was zeigen. Wartet mal ganz kurz. Das, was ich euch eben vorlesen wollte. Position ungenau. Suche Satelliten. Halt die Klappe. So, übersetzen. Das ist aus dem Auszug von dem Buch von Mohammed ibn Abd al-Wahab. Leute, Imam Mohammed ibn Abd al-Wahab setzt seine Antwort an sie fort und sagt, hier ist ein Verdacht, nämlich die Aussage derjenigen, die sagen, der Prophet verurteilte Osama, weil er jemanden nackentherapiert hatte. Der sagte, es gibt keinen Gott außer Gott. Ebenso ein, also hier geht er auf diese komischen Sachen ein, die zum Beispiel Muslime sagen, wenn jemand die Schahada ausspricht, dann ist es verboten, sein Blut zu vergießen. Guck mal hier. Der Prophet verurteilte Osama, weil er jemanden getötet hätte, also nackentherapiert hätte. Der sagte, es gibt keinen Gott außer Gott. Und ebenso sein Ausspruch, mir wurde befohlen, gegen die Menschen zu kämpfen, bis sie sagen, es gibt keinen Gott außer Gott. Warte, es gibt keinen Gott außer Gott? Ja, das ist bei denen so. Eigentlich gibt es keinen Gott außer Allah. In denen es darum geht, nicht über diejenigen zu sprechen, die gesagt haben, was diese unwissenden Menschen meinen ist, dass jeder, der es sagt, kein Ungläubiger wird und nicht nackentherapiert wird, selbst wenn er tut, was er getan hat. Diesen unwissenden Politisten wird gesagt, dass es bekannt ist, dass der Gesandte Gottes die Juden bekämpfte und sie gefangen nahm, während sie sagten, es gäbe keinen Gott außer Allah. Also sie mussten dann zwangskonvertieren und pass mal auf, was dann passiert ist. Und dass den Gefährten des Gesandten Gottes Friede und Segen seien auf ihm. Er kämpfte gegen Banu Hanifa, während sie bezeugten, dass es keinen Gott außer Gott gibt. Also die haben die Schahada ausgesprochen und Mohammed hat sie trotzdem bekämpft und die Sahaba. Und dass Mohammed der Gesandte Gottes ist und sie beteten und beteuerten den Islam. Und das Gleiche gilt für diejenigen, die von Ali ibn Abi Talib mit dem Feuer verbrannt wurden. Diese unwissenden Menschen erkennen an, dass jeder, der die Auferstehung leugnet, ein Ungläubiger ist und nackentherapiert wird. Selbst wenn er sagt, dass es keinen Gott gibt außer Gott, Wahnsinn, ne? Und dass jeder, der eine der Säulen des Islams leugnet, ein Käfer ist und nackentherapiert wird. Selbst wenn er das sagt, wie kann man ihm nicht nützen, wenn er einen der Zweige leugnet und ihm nützen, wenn er den Monotheismus leugnet, der die Grundlage und das Haupt der Religion des Gesandten ist. Aber die Feinde Gottes verstanden die Bedeutung der Hadithe nicht. Es ist bekannt, dass wenn ein Mann auftaucht und so weiter und so fort, merkt ihr, selbst wenn die Muslime Schahade aussprechen, beten und so, aber nicht islamrechtlich gesehen hart genug sind, Kuffar. Heftig, ne? Heftig. Und jetzt vergleich mal die Aussagen von Mohammed ibn Abu Wahab, wo Millionen von Muslimen ihm folgen und jetzt schau dir mal an, wie Isa Heisenberg lebt. Was meinst du, was die mit denen machen? Sie packen den an den Zopf und dann wird genüsslich mit dem, ne? Ich kann nicht mehr. Du meinst nämlich damit, dass man sich auseinandersetzen muss, um den Wahnsinn zu erkennen, warum diese Leute das machen, was sie machen, versteht ihr? Ein Blick in die Schriften hätte ausgereicht und meinte, er hätte verstanden, dass diese Leute absolut authentische Muslime sind. Aber mit wem rede ich überhaupt? Das ist ja Wahnsinn, Bruder. Aber warte, 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 soll ich dir einen richtigen Dajut zeigen, Bruder Amir? Dajut? Ach, den richtigen Dajut zeigen? Hängt sich in der Aller-Arabisch zu sprechen, oder was? Ist das denn dein richtigen Dajut? Dajut? Du bist ein Dajute! Wo ist dein Jutesack? Warte, ich schick dir ein Video und dann sag ich dir was dazu. Warte, ich schick dir ein Video, warte. Ich kann nicht, das kann nur keiner und kannst du keine mehr erzählen. Hallo, du bist ein richtiger Dajut. Mensch, eine richtige Dajuti. Ich hab dir was geschickt, mach das mal an und dann reagiere ich mehr drauf. Das kannst du, das ist ein richtiger Dajut. Wie geht's denn eigentlich Chef Ibrahim? Das ist eine gute Frage, ne? Ich hab nichts mehr gehört von denen. Schreibt das in den Chat, weiß einer was davon, von Dr. Sheikh Ibrahim? Der wahrhaftige, echte Moskne? Dr. Sheikh Ibrahimi. Das war so, ich hatte eigentlich noch ein Video, das war so, der hat gesagt, darf ich vier Frauen haben? Und die sagt dir, nein, träum nicht davon. Träum nicht, meint sie. Also sie ist höher als Allahs Aussagen in Surah 4, Vers 4. Und das heftige ist, da steht drin, was Allah erlaubt hat, das darf er haben, wenn er die gerecht behandelt hat. Wenn er die gerecht handeln kann, dann kann er die auch nehmen, wegen Geld geht das auch. Und dann steht er aber noch drin, außer die Sklavinnen, die kann er ruhig nehmen, weil die jährlichen Ehevertrag drin sind, die kann er ja behandeln, wie er will. Die Sklavinnen, da steht ein Tafseh, Eben Kassir, Eben Abba, so wie die alle heißen. Unfassbar, einfach Sklavinnen erlauben. Und da will die, die wirklich erlauben, was hier richtig und falsch ist, die kennt Surah 434 nicht. Die kennt das nicht. Das ist ein Dayud. Der kann sie ja gar nicht erziehen, du zeigst sie auch aufläuflich. Wie kann er auch seine Frau da einfach mit gezupften Augenbrauen da ins Internet stellen, du weißt, sie wissen doch, wie hart die Muslime sind. Das ist sowas überhaupt nicht tolerieren. Eine Frau hat sich so dementsprechend anzuziehen. Sie darf weder ihre Körperteile zeigen, noch irgendwelche Rundungen oder was auch immer. Das muss wie ein Sack sein, dass man nichts erkennt. Das ist doch in Surah 29 so verlegt, ne? Und dann siehst du auf einmal so einen Typen mit Seitenschnitt und sowas, Seiten auf Null. Die Frau hat Kopftuch, übertrieben geschminkt und Augenbrauen gezupft, wo Mohammed gesagt hat, wer sich auch nur die Haare von dem Gesicht entfernt, der ist verflucht. Der ist verflucht und Allah flucht auch über die. Er hat gesagt, warum soll ich nicht die fluchen, die Allah um Mohammed, sein Apostel, sie verflucht hat. Die sind schon in die Hölle geschickt von Allah. Die können jetzt so viel beten, wie sie möchten. Das ist ja Wahnsinn. Wo ist da die Gerechtigkeit, Bruder Amir? Ja, warte, ich muss mal diesen Yasin stummen, der trollt hier wieder rum. Ja, Amir, ich hoffe, du bist nicht der nächste. Ja, okay, haben wir verstanden. Ist kein Problem. Nur der Herr hat das sagen und nicht solche Menschen. Der Herr hat immer das letzte Wort, nicht irgendein Mensch hier auf dieser Erde. Das hat Bruder Rese, da haben wir auch, ich habe mit ihm geredet, hat er auch gesagt, nur der Herr hat das sagen und kein anderer. Kein anderer. Die können wollen, wie die wollen, ne? Nur der Herr. Fertig. Ja, Amen. Nur der Herr. Das ist schon heftig, Bruder Amir, was hier zeigt. Diese geleckten Augenbrauen, die waren schon geleckter als manche Isa Heisenbergs Videos. Also die waren schon heftig. Ich verstehe das nicht. Der Isa Heisenberg, der lebt einfach ein ganz normales Leben und versteht nicht, dass eines Tages der Islam, wenn er hier nach vorne kommt, die Muslime, dass sie ihn sofort kalt machen. Das ist Wahnsinn, Mann. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Der hat seinen eigenen Islam, glaube ich, gepasstelt. Der ist ja vorbei, der ist ja raus. Ja. Das ist ja, wie gesagt, die stärkste Oma, die wir besitzen. Wenn einer mehr ankommt, sagt er von Isa Heisenberg, die die Samen kennengelernt haben, kann ich auch nichts mehr dazu sagen. Dann habe ich auch keine Worte mehr dafür. Aber das ist schon heftig, ne? Wenn die sich schon so ausgeben, frage ich mich, ja, warum machen die dann sowas? Das ist ja Quatsch. Heuchlerei ist das. Warte kurz, ich habe eine Nachricht. Mein Zeugnis erzählen. Ja, das kann ich mal machen. Ich habe ein Video darüber gemacht. Ganz kurz. Ich könnte auch anschauen, wenn ihr möchtet, aber ich kann das mal kurz zeigen, erzählen. Das war so, ich war damals, ich bin jetzt 25, damals war ich 16 und es war so Ende der Schulzeit ungefähr. Und da habe ich auf einmal nachgedacht. Ich habe so einmal im Kopf so einfach nur gedacht, ey, ich bin doch so katholisch in der Richtung geworden, ne? Und ja, war das der jüngste Tag. Das hat mich richtig interessiert. Ich mache mich auf die Suche, ich lese die Bibel. Das erste, was ich in der Bibel mein ganzes Leben gelesen habe, war die Offenbarung. Das schwerste Buch der Bibel. Und wo ich das so gelesen habe, ich habe kein Wort verstanden. Ich habe so sehr den jüngsten Tag gern gewusst. Das kann man doch bestimmt herausfinden, man muss nur Rätseln und so weiter. Aber dann habe ich dann herausgefunden, der jüngste Tag weiß niemand. Keiner kann das herausfinden. Aber durch diese Anregung, erst konnte 11.19 lesen, ja, ruhig sofort, meine Lieben, ruhig sofort, vergesse ich nicht. Und durch diese Anregung, ja, durch dieses Lesen, Neugier und so weiter, habe ich die Frage-Beantworte bekommen. Man kann es nie wissen, aber ich habe dann tausend weitere Fragen gehabt. Und durch diese tausend weiteren Fragen wollte ich diesen richtigen Weg der katholische Kirche richtig gehen. Ich war früher sowieso katholisch erzogen, katholisch aufgewachsen. Ja, man hat einfach mitgelebt, Tradition. War man nicht perfekt, ist auch wohl klar. Man hat auch sehr, sehr, sehr schlecht gelebt. Ist auch wohl klar, wenn man nicht versiegelt ist mit Heiligen Geist. Ja, und dann habe ich dann durch viel Lesen, ich habe dann durch YouTube schon, da habe ich Amir frisch gesehen. Ich habe dann dabei ein anderer daneben, Amir, das war vor, wirklich vor acht Jahren war das ungefähr. Da waren die frisch, das erste Video, was ich von Amir gesehen habe, wo er sein erstes Video quasi machte, Facebook-Seite früher. Ja, was der Islam wirklich ist, weil ich war auch brennend interessiert, den Islam anzunehmen, weil ich mir auch dann dachte, ist vielleicht doch der Islam die Wahrheit. Also ich war dann zwischen der Bibel, Islam und Judentum natürlich. Und ich wusste nicht, was die Wahrheit ist. Dann geht man halt ins Gebet, ne? Und dann habe ich auch Gott neutral gefragt, was ist der Weg, was ist die Wahrheit? Ich habe ihn gesucht. Ja, und Amir kam dann genau in solche Nöten rein und hat dann auf einmal sehr, 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 sehr fett aufgeklärt. Und so habe ich schon lange gesagt, der Islam ist schon nichts für mich. Ich habe auch Koran gelesen in der Zeit, aber durch Lesen habe ich dann gemerkt, was stimmt dann nicht? Der Frau von steht da hier, Tötungsbefehl und so, was ist das denn? Dachte ich mir, wirklich damals, ich hatte das auch zugemacht, nicht so, was ist das? Ich habe schon nie gesehen, so was ich da habe, nur Frieden gehört, dann sehe ich sowas. Und dann, erst mit 18, 19 habe ich Jesus erst richtig kennengelernt. Heftig, ne? Ich bin ein Leben lang katholisch gewesen, mit 16 richtig angefangen zu lesen, zu suchen. Langsam auch ein bisschen was zu erzählen, aber ich wusste nicht, wer Jesus ist. Ich wusste nicht, dass er Gott ist. Ich habe das nie gewusst. Ich dachte, ich meine, der ist nur der Sohn. Ne? Und mir auch nicht. Und dann, dann kommt, dass ich, jetzt ja auch gleich, was mich in Islam, Meißner schrocken, da komme ich auch gleich dazu. Ich gehe erst mal zu dem Punkt Jesus. Ja, und dann habe ich gebetet, ne? Ist so, Herr. Also, ich habe einfach so gesagt, Gott, ne? Ich verstehe das alles gar nicht. Ich verstehe nichts. Wer bist du? Ich verstehe diese Trinität nicht. Das ist unglaublich. Ich lese, ich bezeuge eigentlich, in Christ zu sein, aber ich verstehe nichts. Kein Vers aus der Bibel. Alle sagen mir, mal Johannes 1 lesen. Ich lese, ich verstehe gar nichts. Ich so, wo ist da Gott? Ich sehe dich nicht als Gott. Wer bist du? Zeig es mir doch. Wird offenbar ist mir. Und nach diesem Gebet, diesen, ich habe vorher so gesucht, aber nach diesem intensiven Gebet, fünf Minuten, fünf Minuten Abstand. Ich gehe in Facebook rein. Damals war, heute TikTok, damals Facebook. Ich gehe in Facebook rein. Ich sehe ein Apologeten, der hat nur über Islam geredet. Nie was anderes. Nur über Islam. Auf einmal schreibt der Apologet ein Riesentext. Wer ist Jesus Christus? Ist der Gott oder nur der Sohn? Ich denke mal, okay. Ich stehe es mal durch. Dann lese ich mir das so oben bis unten. So ein Riesentext war das. Hätte ich nie gedacht, weil ich bin so voll fürs Lesen auch noch. Dann lese ich mir das durch und ich konnte nicht mehr. Ich so, was? Jesus ist Gott? Ich gehe dann zu die besagte Bibelstelle. Johannes Kapitel 1, Vers 1, 2 und Vers 14. Ich öffne das. Und auf einmal, im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Das Wort war Gott. Ich so, ja, okay, das Wort ist Gott. Habe ich immer gelesen. Ich habe es aber nie kapiert. Und wo ist er jetzt? Jesus, Vers 14. Das Wort wurde Fleisch. Ich so, ich kann nicht mehr. Wer wurde Fleisch? Jakob, Jesus. Also Gott wurde Mensch. Jesus ist Gott. Und wo ich das gelesen habe, was ich früher so oft gelesen habe, aber erst jetzt durch diesen heftigen Gebetes verstanden habe, mit den Riesentext verbunden, weil die Erklärung da war. Da war ich von neuem geboren. Ich war in der Zeit noch katholisch, aber ab dem Zeitpunkt war ich von neuem geboren. Ich habe mein Leben, den Herrn Jesus abgegeben. Habe dann ihm nachfolgen wollen. Ich habe auch irgendwann sogar Römerbrief gelesen, sogar gesehen. Mit den Lippen soll man bekennen. Apostelgeschichte 8 und so weiter. Ich habe das gemacht. Ich habe bekannt. In Herzen, mit Lippen, alles was nur geht. Und ich habe dann erkannt, Jesus, du bist mein Gott und mein Retter. Dich will ich nachfolgen. Ganz herzlichen ganz Verstand. Ja, ab diesem Jahr mit 18, 19 müsste das gewesen sein. Da war ich von neuem geboren. Und ich war noch katholisch unterwegs. Ich kannte ja noch nicht die katholische Richtung so richtig. Ich kannte es ungefähr, dass da eben was doch nicht mehr so stimmt. Durch die Bibel lesen. Da komme ich jetzt aber zu. Ich habe mehr gelesen. Habe da ein Mensch auf einmal getroffen. Ich sehe auf, ich gehe, ich laufe auf Straßen. Auf einmal, ich sehe da einer der Predigt, das Wort Gottes. So, hä? Ich so, kaum bin ich mit Jesus. Ist sie jemanden, der gerade das Wort Gottes auf der Straße predigt? Ich habe noch in meinem ganzen Leben nur nie ein Gesinn der Predigt. Woher kommen diese Leute, dachte ich mir. So, Gott, wirst du mir ein Zeichen geben? Was ist das? Ich hatte es meine, ich habe nur Liebststände gesehen. Damals war Populärzeit, das war die Prime Zeit des Islam, sage ich jetzt mal, Lies stand. Da stand Lies mit Abonagen und so weiter. Und da ist damals mit Armin ein berühmtes Video entstanden. Und ich kannte nichts. Und ich sehe einen Prediger. Ich gehe zu dem Prediger hin. Ich rede mit dem. Er bezeugte auf einmal die Lehre, die ich rausgelesen habe. So, was? Ich dachte, ich bin alleine hier so gesehen. Der ist hier rausgefunden, quasi. Du auch? Ja, er auch. Und dann geredet, dummer ausgetauscht. Ich habe ihm tausend Fragen gestellt. Ich kannte ja nichts. Ich war nichts, nichts. Er wusste so viel. Ich so, boah, ist das heftig. Wie kann man so viel wissen? Wie kannst du eine Frage stellen? Er hat die Bibelstelle im Kopf. Wie geht das denn? Dachte ich mir. So unfassbar. Was denn? Was ist passiert? Ja, ich erzähle gerade mein Zeugnis. Ich bin auch schon fast fertig. Und dann habe ich dann, zu dem Chat jetzt, dann habe ich dann gesagt, unfassbar, wie kann man bei jeder Frage immer eine Bibelstelle im Kopf haben? Wie ist das denn möglich? Und so habe ich dann viel gelernt. Durch Bibel lesen, durch Kragenstellungen und Gebet. Habe ich viel, viel, viel gelernt. Dann war in der Zeit, die Sprecher unterwegs war, weniger gelesen, dann wird man fleischlich. Aber ich habe nie, ich bin nie abgefallen. Ich bin immer gleich geblieben, immer ein Gebet. Nur ich war sehr fleischig unterwegs. Und der Herr hat mich viel gezüchtigt. Und dann bin ich immer rausgekommen, um dann den besseren Weg zu gehen. Ja, und so bin ich halt vor neun geboren. Beim Islam, das bist du ja hier, Bruder Amir, das kannst du ja gerne wissen. Das war tatsächlich Amir eigentlich, der mich vom Islam abgehalten hat damals. Weil er war damals frisch, populär in der Zeit und da, wo ich frisch Jesus suchte und den Islam sympathisch fand. Das war die Zeit, wo er mit deinen anderen, ähm, sag ich ja mal, Apologeten zusammen war. Und das erste Video, ich glaube, das war dein erstes Video, Bruder Amir, oder? Wo du auf dem Küchentisch da saßt und da erzählt hast, mit, äh, dass ein Engel kam, Jibri, der Bürger und jemanden gewürgt hat. Ja, genau. Ja, 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 genau. Das Video habe ich mal angeschaut. Das war frisch neu raus. Das war das erste Video, was ich bei dir je gesehen habe, auf Facebook. Das war, wo ich gedacht habe, boah, krass. Jemand beantwortet mir gerade die Fragen, so gesehen, die ich habe. Also mit anderen Worten, er zeigt mir gerade, ey, das haben wir doch nicht die Wahrheit. Wo ist da Frieden? Und du warst das mit den anderen Apologeten. Damals, und da bin ich einfach weiter zu Jesus gegangen. Durch diese Arbeit, die ihr da gerichtet habt, bin ich eigentlich zu den Herrn gekommen. Aber ich habe eure Lehre nicht kapiert. Also die habe ich eh nicht zugehört, so richtig. Ich habe durch einen Text Jesus erkannt und durch Bibellesen erkannt. Und so habe ich auch erkannt, dass die katholische Kirche ihm nicht die Wahrheit entsprechen lässt, weil es dann Widersprüche gibt. Ich war mit den Priestern zusammen. Bei den Priestern bin ich immer hingegangen. Und der Priester hat mir dann auch einiges bezeugt, sagt, ey, das steht nicht in der Bibel. Ich muss es mir ehrlich sagen. Da habe ich gesagt, ja, warum bezieht ihr es so? Ja, einfach so. Wie einfach so? Habt ihr diese Lehren? Baby, Taufe, Firmung, Kommunion. Wo ist das? Wenn das nicht aus der Bibel ist. Ja, Tradition halt. So, okay. Und da habe ich erkannt, die katholische Kirche war da nicht für mich, der Islam war da nicht für mich. Das Jugendamt habe ich schnell herausgefunden durch ein anderes Videoordner und dann durch Prüfen mit Jesaja und so weiter. Alles lenkt nur auf Jesus. Nur auf die Bibel. Wie hätte ich da nein sagen können? Ich habe die Wahrheit erkannt. Wenn ich gesagt hätte, nein, wäre ich ein Lügner. Ja, damals war ich noch ein Suchender, aber wo ich 18, 19 war, ich habe die weiter erkannt. Ich hätte sie nur annehmen müssen. Ja, genau. Und das war die Zeit, wo ich von 9 geboren war. Und dann habe ich immer gelesen, 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 gemacht geworden, gelesen. Durch nicht lesen, das kann ich euch alle bezeugen, ne? Durch nicht lesen, bist du einfach fleischlicher. Du bist einfach flach, du bist einfach noch schlimmer als vorher. Weil du einfach mit dieses... Und dann, ich habe sogar einmal im Monat nicht gelesen, was heißt Monat, sogar noch mehr, so einzelne Verse, wenn überhaupt. Ich war aber der letzte Mensch, der ein Drecksmensch. Und dann, wo ich gelesen habe, dachte ich mir, boah, es gibt mir die Kraft, woher kommt das? Es gibt mir so Weisheit und so weiter. Das war heftig. Durch lesen habe ich mich verändert. Es ist ein Prozess, man kann das nicht 0 auf 100. Das schafft man nicht. Es war bei mir ein langer Prozess, mich zu ändern. Von der Welt abzusterben, war es Stück für Stück für mich. Ja, ja, ja. Ja, das geht ja nicht. Das ist ein Prozess, der dann stattfindet. Ja. Weil dir auch war das so, ne? Ein Prozess, Bruder, mir. Bitte? Bei dir war es ja auch, weil du musst ja bedenken, du bist ja noch heftiger unterwegs. Wer bin ich? Ich war nur ein Katholik. Du bist ja in Kapseln und so alles gewesen. Trotzdem, ja. Man setzt sich damit ja kritisch auseinander, ne? Ja. Und fängt dann an, das Ganze dann mehr oder weniger kritisch zu betrachten. Ich komme jetzt gleich wieder. Ja. Ja, das ist schon heftig. Und dessen sage ich jedem Einzelnen, ich werde niemals jemanden verurteilen wegen einer Sünde, weil wir sind alle Sünder. Es ist ein Prozess. Wenn jemand sagt, er braucht Zeit, aber erkennt, dass es wenigstens eine Sünde ist, ja, oder hat es nur nie gehört und erkennt auf einmal jetzt, dass es eine Sünde ist, da muss er ja davon abhalten. Also weggehen davon, ne? Ich durfte, ich konnte mich auch nicht eins machen, damit der Finsternis, musste spüe, spüe weg davon. Und spüe habe ich das gelernt. Nicht 0 auf 100. Ich war auch stur, sehr stur, aber weiß, dass Gott gemacht hat mit diesen sturen Menschen, die meinten, es besser zu wissen, der hat mich so gezüchtigt, dass ich in Krankenhaus gelandet bin. Aber so eine Züchtigung, weil ich stur war, ich meine, es besser zu wissen, dann macht der Herr, ist doch kein Problem, wenn du Hochmut entwickelst, ich bringe dich runter und dann kommt eine Krankheit nach den anderen. Aber du dankst dafür, Gott, diese, auch wenn du so am Leiden bist und denkst, du willst jetzt nur am besten sterben, aber du dankst dafür, Gott, dass er das mit dir gemacht hat. Hätte er es nicht gemacht, dann wärst du doch dieselbe Person. Also Gott hat mich erzogen. Und diese Erziehung lernt man immer wieder neu. Sofort, und ich bin sofort fertig. Na, das ist alles gut. Ich wollte nur 20 Sekunden einmal zeigen und dann gehe ich wieder runter. Ja, ich bin so, euer Kommt, zeig kurz, dann hat sich die Platz dazu. Das, wirklich kann sich jeder gerne anschauen. Nur was gleich geschrieben kommt. Mal kurz Pause machen, dass das hier kein, nicht irgendwie gesperrt wird. Und nur das, was jetzt geschrieben kommt. Steht da? Engel, ne, deutsch, ne? Doch, er wurde durchbohrt wegen unseren Verbrechen, wegen unserer Sünden zermahnt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Warte, ich mach nochmal zurück. Warte. Durch ihm, die Strafe auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt. Also ich lese es einmal vor. Doch er wurde durchbohrt, wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihn. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Ja, Jesaja. Jesaja 53, ja. Weil damals Prophet Jesaja gelebt. Heftig, oder? Das kann sich jeder gerne anschauen, den Film. Heftig, ne? Das krasse ist, er zeigt so einen Blitz, erinnere mich an die Wiebelstelle. Du Glanzstern, woher bist du hergekommen? Wie ein Blitz. Also der Film ist echt heftig. Also hätte man... Das ist eine Parallele mit diesem Film. Was wollen die uns sagen? Aber hätte man nur die Möglichkeit, sich in den Staub zu werfen, nur damit seine Füße nicht über die spitzen Steine laufen. Ich würde es sofort tun. Hm, hm. Heftig. Ja, Gottes Segen. Wie heißt der Film, fragen die? Ach so, die Passion Christi. Ach, das war die Passion Christi. Ja, so fängt der Film ja an. Jo, da hast du recht. Da war direkt am Anfang das Gebet, wo Jesus gesprochen hat. Ja, 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 ich erinnere mich. Da hat er das Gebet auf Aramäisch, ne? Ja, Alter Aramäisch. Aber weißt du, welche Stelle auch? Ich muss das immer pausieren, dass das als eigener Content durchgeht. Was auch heftig an der Stelle... Es gibt eine Stelle, ähm, der flüstert ihnen ja eine Frau ins Ohr. Ich muss mal gucken. Ich guck mal, ob ich das finden kann. Warte. Das ist auch heftig. Komm, hier. Meister, was ist mit dir geschehen? Und ich guck mal. Das waren die Jünger. Bist du in Gefahr? Sollen wir fliehen, Rabbi? Das ist... Rabbi heißt Lehrer. Und warte mal, ich such mal. Beim Essen hat er von Gefahr gesprochen. Genau, die haben ja nicht verstanden. Die Jünger haben kein Wort verstanden, was er immer sagte. Der hat immer drauf hingedeutet, dass ich... Sabobrechen hat immer auf ihn gezeigt. Ich werde gebrochen, das ist mein Blut, was sie trinken werde, so gesehen, der sind bildlich. Aber weißt du, weil ich sterben werde und aufherstehen werde, damit ihr ewiges Leben bekommt, weil die mich dann angezwungen hat. Das haben die gar nicht verstanden. Erst wo der heilige Geist ausgegossen worden ist, dann haben die es verstanden. Also die Stelle ist wirklich heftig. Die ist intensiv, ja. Die ist intensiv. Das ist mal wieder kurz pausieren. Warte. Ja, bis das geklämt wird, weißt du, wenn man unter 10 Sekunden, dann gilt das unter eigenem Content. Boah, warte, warte, ich muss kommentieren gehen. Heftig, Pavlos, du hast mit deinem Zeugnis mir eine Frage beantwortet. Heftig, ja, dank dem Herrn, Wahnsinn. Sehr schön. Hier sagt er, höre mich, Vater. Woher? Ich kann das sogar gleich erklären, die Stelle, ne? Sehr, sehr schön, ja. Hier ist es eigentlich. Das ist leider immer wieder, aber ich suche eine Stelle. Da war, da war, natürlich, ne, Menschensohn, da war er in niedrigter Form und der Menschensohn hat natürlich die freie Wahl, der hat ja natürlich die freie Wahl zu sagen, ich mach das nicht. Aber dann würde sich ja nichts erfüllen, da wäre Gott ja ein Lügner gewesen, weil er das so, prophezeit hat. Und er geht diesen Weg, ne, weil er immer denselben Willen hat. Ja, wie ist er? Der wusste, dass der Schmerz auf ihn kommt. Der hat sich ja so erniedrigt, dass er die Schmerzen auch auf sich nehmen kann. Das sind Schmerzen gewesen, Auspeitschung, Kreuzübung, das kann sich keiner sehen. Das ist einer der, boah, das sind die, ich kann mir nicht Schlimmere schon vorstellen. Ich, ähm, es gibt nur diese eine Stelle, also, äh, warte, hier, guck mal, das ist heftig, diese Stelle. Hier, glaubst du wirklich, dass ein Mensch die ganze Last, der Sünden tragen kann. Aber eins muss das sein, bei der Passion Christi, eins muss man sagen, bei der Passion Christi, ähm, viele Teile existieren nicht anhand der Bibel. Die haben wirklich in diesem Film Sachen hinzugefügt, mit diesem komischen Baby, der aussehen wie so ein Satan, das ist, das gibt's gar nicht. Ja. Die haben viele Sachen hinzugefügt. Das ist, was mich sehr, 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 sehr stört an diesem Film, sehr, sehr sogar stört, weil das sind Sachen, die in diesem Film, sollte ja eigentlich die letzten zwölf Stunden seines, äh, da sein, ihr könnt die Filme schauen, meine Lieben, aber ihr müsst nur das Gute herausnehmen. Sachen sind wirklich erfunden in diesem Film, die gibt's nicht in der Bibel und das könnt ihr nur wissen, wenn ihr die Bibel gelesen habt. Wenn ihr alle vier Evangelien durch habt, dann wisst ihr es. Was ich nur wirklich, äh, also heftig an dem Film finde, ist diese, das ist diese eine Stelle, ganz am Anfang, wo er, äh, halt gefragt wird. Ich hab gehört, der will Teil 2 machen, ne, im Ägypten. Der will die Apostelgeschichte machen. Ja, also was ich weiß, ist, dass er ein Alkoholproblem hat und Scheidung lebt und ganz andere. der wird ja trotzdem durchziehen. so hatte ich hier, jetzt hast du für uns gesagt, da musst du doch jemand, der wird das wirklich durchziehen, der will Teil 2 machen, weil das war der erfolgreichste Film. Keiner wollte den Film machen und der hat dann den erfolgreichsten Film überhaupt rausgebracht. Der wurde dadurch, äh, steinreich. Der hat diesen Film, alle Kinofilme, alles, ist das überall geblendet worden, ganze Welt, die Passion Christi. Aber viele haben dann geheult, ne, also die sind heult aus dem Kino rausgegangen, weil die gesehen haben, wie der Herr Jesus gelitten hat. Ja, ich finde halt, wie gesagt, diese Szene, äh, äh, glaubst du, dass ein Mensch alle Lasten tragen kann. Und das ist so ein Gänsehaut-Moment, wo er dann... So, ich vertraue auf dich. Ja, der Menschensohn, der untergeordnet ist und dem Vater, ne, der ist ja untergeordnet gegenüber dem Vater und muss dann auf den Vater hören. Ja, also es ist, ähm, wenn man so, wenn man emotional ein Gefühl bekommen möchte, sag ich, schaut euch wirklich den Film an, aber, äh, da hast du vollkommen recht. Das ist jetzt, äh, kein... Erstmal, dass das überhaupt verfilmt wird, ist ja schon schwierig, weil... Ich kann, ich kann was dazu sagen. Die Bibel zum Beispiel, die erklärt die Kreuzigung so, kindergerecht. In der Bibel. Die Bibel ist tatsächlich die Kreuzigung so, in der Bibel selbst, kindergerecht aufgezählt. Ja, damit man das auch ertragen kann. Weil man soll nicht zu sehr emotional sein, weil die Schrift sagt, ja, bleibt nüchtern. Na? Und das sind diese Punkte und die Verfilmung, die machen das einfach emotional. Ist einfach so. Hollywood ist ja klar, von wem Hollywood ja gedient ist, ne? Heiliges Holz nennen die sich. Also, das sagt schon alles. Na, Hollywood. Und, ähm, die machen immer diese Stellen, damit man ein bisschen in falsche Richtungen schon geht. Immer mit... Ihr könnt nur das Gute herausnehmen. Also, wenn ihr nüchtern sowieso seid, könnt euch die Filme anschauen, aber nehmt nur das Gute heraus. Niemals die erfundenen Sachen unter die schlechten Sachen heraus. Nur das Gute. Aber wo wir gerade kein Kind zeigen? Aber wo, ich möchte jetzt... Also, ich möchte hier niemanden spoilern, falls jemand, äh, den Film nicht gesehen hat, aber der Film endet, oder endet fast logisch, natürlich mit dem Satz. Äh... Das ist vollbracht. Warte. Das kann ich, glaube ich, nicht zeigen. Ich... Vielleicht... Das kann es nicht zeigen, aber wir können es hören. Das ist ja noch Bibel. Also, er sagt... Warte. Also, Jesus Christus sagt... Er ist ja in deine Hände... Lass auf Eramelschen, da hat einer schön reingeschrien. Lass mal noch auf Eramelschen machen. Er sagt so, Elie, Elie, La Hama Shabbatani. Warte, warte. Ich spure nochmal zurück. Hier. Die Stelle. Es ist vollbracht. Das ist vollbracht. Das war... Ja, das war ein Geschick. Jetzt meine Frage... Ich muss mal den Chat das fragen. Warte mal kurz, Stock. Das ist mal heftig. Ich will mal wissen, wie die Antworten. Stellt euch jetzt vor, lieber Chat. Ihr seid in der Zeit von Jesus. Und ihr seid so gesehen einer mit den Jüngern. Okay. Ihr erfährt jetzt in dem Moment, dass Jesus verraten wird und sterben wird. Würdet ihr ihn gehen lassen oder würdet ihr ihn beschützen, dass er das nicht macht? Das würde ich mal wissen von dem Chat, wie die Antworten. Würdet ihr Jesus beschützen, dass er nicht zum Kreuz geht oder würdet ihr ihn zum Kreuz gehen lassen? Schreibt das mal in den Chat. Ich will mal wissen, ja, ihr würdet ihn beschützen. Nein, er soll diesen Weg gehen. Das würde ich wissen, wie der Chat darauf antwortet. Es gibt nur eine richtige Antwort. Ich habe ehrlich gesagt meine Antwort gegeben. Das kleine Werk, was ich verrichten könnte, wäre die 1,75 Meter, die ich bin, mich in Staub legen, dass seine Füße den steinigen Boden, also die Kieselsteine nicht berühren. Weil das, was er getragen hat für uns, das kann kein Mensch nichts auf dem Planeten. Schau mal, was sie hier schreiben. Zwiespaltig schreiben die hier, Bruder, zwiespaltig. Nein, das kann kein Mensch sagen. Das muss, hat Gott für uns gesagt. Das muss geschehen, meine Damen, das ist die Antwort. Petrus hat das gemacht. Petrus weiß, dass Petrus gesagt hat. Petrus hat gesagt, ja, ich beschütze dich. Lass mich, ne? Schwertekauf und so. Ich beschütze dich. Ich lasse dich nicht da. Weiß, dass Jesus zu Petrus dann sagte, Satan, geh hinter mir. Weil aus Petrus hat dann Satan gesprochen. Ja. Weil der Satan verfügt. Weil wenn er das nicht gemacht hätte, hätte sich nichts erfügt und Gott wäre ein Dübner. Weiche von mir, Satan. Wir dürfen das nicht. Niemals, und denkt immer dran, wir dürfen niemals die Prophezeiungen Gottes im Wege stellen. Und das kann auch niemand. Kann auch niemand. Nur mal dem Beigesach, genau. Ja, und das, deswegen, dieses kleine Mikrobruchteil, was man, also wie gesagt, das ist so meine, also das Höchste, was ich tun könnte, nicht würde, würden, würde ich gern sehr vieles tun. Aber was ich tun könnte, ist mich in den Staub werfen, dass, wie gesagt, diese nicht mal zwei Meter seine Füße nicht den steinigen Boden berühren. Eine Stelle ist auch hier, ja auch natürlich maßgebend. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die richtige Stelle habe. Tor! Halt den! Halt den Tor! Halt den! Punkt! Hier fragt Pontus Pilatius mehrmals, wen er quasi begnadigen soll. Boah, ja. Barnabas. Warte. Umfassbar. Barnabas. Das kannst du keine erzählen. Ja, das ist das, also hier. Ja, ja, ja. Ihr wisst, dass ich euch, warte, jedes Jahr einen Gefangenen freilasse. Ja, ja, genau. Das war so ein Pakt mit. Von Rom. Wir haben gerade einen Bekannten. Du musst runter machen, du musst runter machen, das ist schon zu viel. Ja. Ich lese es nur mal vor. Wir haben gerade einen... Barabas, ich bin Nabass, genau, Barabas. Ich habe den Namen falsch ausgesprochen. Ja. Wir haben gerade einen bekannten M-Punkt im Gefängnis. Also Barabas. Ja, ja, Barabas, ja. Ich sprung mal nach vorne. Ja, da haben die freigelassen. Was wollt ihr? Wen von beiden soll ich freilassen? Da freut er sich, der Barabas. Und er fragt dann noch mal. Ich möchte auch nicht mehr zeigen, nicht, dass der Stream hier in irgendeiner Form aber er fragt ja noch mal. Und ich lasse jetzt nur einmal den... Doch, das eine zeige ich noch, weil das ist auch heftig. Weil er fragt dann ja noch mal. Und jetzt guck mal. Hier. Wen von diesen beiden Männern soll ich freilassen? Und jetzt guck mal, was Jesus Christus sagt. Und jetzt guck mal. Und alle Barabas, ja. Weißt du, was noch heftig ist? Die Stelle? Weißt du, welche Stelle noch heftig ist? Guck mal, was soll ich mit... Mit Jesus den Nazarenen. Nein, Nazarene. Aber hör mal nur kurz, was Jesus sagt. Im Jeschua und Zaret. Gibt's den Nazarene. Ne, kreuzigt ihn. Kreuzigt ihn. Und jetzt guck mal. Und jetzt guck mal. Gibt's den Nazarene. Gibt's den Nazarene. Warte. Gibt's den Nazarene. Gibt's den Nazarene. Und jetzt schau mal, das ist so ne... Also es ist so Gänsehaut, das ist unfassbar. Gibt's den Nazarene. Nein! Guck mal, er sagt nein. Ne, er sagt nein. Werde ihn freilassen und jetzt guck mal. Ich muss ja mal zwischendurch kurz Pause machen. Ey, das ist so Gänsehaut, dieser Moment. Es ist wirklich unfassbar. Müssen wir diesen Moment finden. Warte. Aber pass auf, dass sie den Mann nicht... Warte, wo ist die Stelle? Nee, ich muss einmal... Warte. Nur noch diese eine Stelle, die ist so heftig. Ich hätte gleich was Heftiges da noch erzählen, ne? Das ist noch heftig. Also ich möchte den Chat nicht damit langweilen, um Gottes Willen. Nein, es geht nicht langweilen, das ist das Wort Gottes. Aber wo ist diese... Ich weiß nicht, wenn ich den Ton spiele, ob das Konsequenzen hat mit dem Stream. Sonst würde ich einfach erst mal laufen lassen. Kannst du dich noch an die Stelle erinnern, wo der König, wo Jesus sagte, ich habe die Vollmacht, dich zu befreien. Weißt du, was Jesus gesagt hat? Erinnerst du dich noch? Das ist doch... Das meinst du hier mit Pontos... Er hat gesagt, ich habe die Vollmacht, dich zu befreien. Weißt du, was Jesus gesagt hat? Er hat ja gesagt, du hättest diese Vollmacht nicht, wenn mein Vater dir diese Vollmacht gegeben hat. Ja, und diese Stelle, komm mal, suche ich. Die Stelle suchst du gerade sogar. Hilftig, der hat mir gleich Gedanken gemacht. Ja, weil, ihr müsst bedenken, Vater, Herr Gott, ne? Also, ich sag jetzt mal, ein König, ja, der König sagte, ich habe Vollmacht, alles zu tun, ne? Ich befreie, ich kann das mal, da hat Jesus gesagt, du hättest nicht die Vollmacht, wenn mein Vater sie dir nicht gegeben hätte. Das ist Römer 13. Die Obrigkeit ist von Gott gewählt, egal welche Obrigkeit oben ist. Gott hat so gelassen, dass diese Obrigkeit eine Obrigkeit wird. Aufgrund dessen, auch wenn die richtig blutrünstig ist und gefährlich ist, das liegt daran, weil er dies als Schwert nutzt, für gewisse Menschen als Züchtigung. Das ist, ja, so Hannegott. Ja, und ich, ja, auch mein Zeugnis auch wieder gleich ein Wege der Züchtigung. Ja, und ich glaube, das ist diese Szene. Zwei Sekunden. Hier. Warte. Lass ihn los und dann ein bisschen warten. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den Moment habe. Ist so schwierig, dass man... Ja, versuch das erstmal raus. Das ist kein Problem. Such alles erstmal raus. Mach das so, Video, du kannst das, solche Videos auch mal raus. Warte. Warte. Ich kann, ja, es ist auch so, es ist auch so Bildgewalt. Ich such das mal raus. Es ist auch so Bildgewalt, dass man das nicht zahlen kann. Aber, äh, ihr wisst, welche Stelle ich meine, wo Pontus Pilatius zu Jesus Christus sagt, äh, also auch sinnbildlich, du musst nur was sagen und ich kann dich freilassen. Und er, äh, Jesus Christus sagt, du hättest nicht, äh, die Macht, wenn sie dir nicht gegeben worden wäre. Von meinem Vater. Ja, genau. Genau. Das ist das, was ich ganz da sage. Jede Oblichkeit, auch die Grünen, die ihr gerade seht, und eine Katastrophe ist die Grünen. Aber Gott hat gewählt, also Gott hat zugelassen, dass die an die Macht gehen. Er hat den Freund so gesehen, weil Gott süchtigt die anderen Menschen. Als Strafe, weil die ihn nicht nehmen. Und wie wurde römisch reich über Israel? Das lag daran, weil Israel untreu wurde. Und so hat Gott natürlich die Römer geschickt. Als Strafe für Israel. Aber dürfen wir nur, ich, nur noch das, dass es, ich finde, das ist einfach so, äh, maßgebend, einfach so heftig, wenn man sich das hier durchliest. Das ist einfach so heftig, wenn man das mal wirklich betrachtet. Guck mal, Jesaja 53 ist einfach so, ja. Ja. Also noch vor, äh, ey, wenn man das berücksichtigt, boah, man, wie viele Hunde, 100 Jahre vorm Islam, ne, es ist einfach schwierig, das Ganze, dem Muslim, das irgendwie, ja. Aber ich gehe wieder runter, deswegen bin ich auch sehr froh, dass es Menschen gibt wie Buddha Pavlos, Buddha Amir. Wir sind nichts, wir sind, wir sind gar nichts, wir sind die ekelhaftesten Sünder auf der ganzen Welt. Ja, aber immer, danke immer den Herren, für jeden einzelnen Predigt, wie klein er auch sein mag. Natürlich, und, äh, ich finde es auch wirklich, und damit möchte ich mich auch, äh, verabschieden und gehe wieder runter. Ich finde es auch wirklich schön, dass auch die Menschen hier im Chat, ähm, bunt gemischt sind, verschiedener Nationalitäten, verschiedenem Alter, von jung bis alt, und das wirklich, äh, und wenn ihr auch nur, für, dass ein Mensch sich auch nur für 10 Sekunden mit Jesus Christus beschäftigt hat, ist das schon ein Erfolg. Ja, ja. So, Gottes Willen, oder Toni. Danke euch, danke. Jetzt muss ich überlegen, ich war schwer, jetzt zu denken, wo ich den geblieben war. Ich fange einfach jetzt am besten nur kurz da, aber ich war ja kurz, ja, ich wäre ja fast fertig gewesen. Also die Stelle, wo ich ja den Herrn Jesus alles da gefunden habe, wisst ihr ja, es war die Zeit mit schwere Züchtigung, und durch, ja, genau, durch Züchtigung, meine Lieben, habe ich viel gelernt. Es war schwer für mich, ich habe wirklich Jahre gebraucht, also, bei manchen Sachen Monaten, bei manchen Sachen Jahre, bei manchen Sachen habe ich sofort gelernt. Ich habe wirklich, wirklich durch Züchtigung lernen müssen. Ich hätte nicht, ich müsste nicht da durch. Ich habe diesen Weg aber geweht, das ist das Problem. Wer nicht hören will, der muss fühlen, sagt man ja, so ein Sprichwort. Ja, und das ist es. Durch Zucht habe ich viel gelernt, ohne zu und ich danke dieser Zucht, auch wenn sie sehr schlimm war. andere Menschen will sagen, boah, ich kann es ein Gott geben. So viel Leid, so viel Krankheit, wie kann es ein Gott geben? So werden Menschen reden. Ich würde sagen, ich danke. Ohne das hätte ich nicht lernen können. Das ist der Riesenunterschied. Kennt ihr die Geschichte hier? Schreibt das mal in den Chat rein. Ich will mal wissen, ob ihr wirklich hier Bibel lesen tut. Kennt ihr in den Alten Testament die Geschichte hier, Buch, hier in der Bibel? Kennt ihr seine Geschichte? Schreibt mal ja und nein in den Chat rein. Ja, schon mal sehr schön. Ja. Oh, viele. Ja, sehr schön. Eine sagt nein, okay. Sehr schön, sehr viele. Zwei, drei, nein. Ah, vier, nein, aber die meistens kennt es. Sehr, sehr, sehr schön. Sehr schön. Ja, wie die, die es nicht kennen. Hiob. Das war auch nach Offenbarung, weil es glaube ich, das hat danach, habe ich sogar Hiob mal gelesen. Ja, und durch Hiob, boah, was eine Weisheit. Also, was eine Prüfung. Also, Hiob, ihr müsst verstehen, ihr müsst ihn mal so verstehen, meine Lieben. Ab den Apostelgeschichte 2 ist man versiegelt des Heiligen Geistes. Dann geht der Heilige Geist nicht weg. Der bleibt in dir, wenn der in dir ist. Ein Testament, weißt du, du konntest den Heiligen Geist verlieren und du konntest ihn wiederbekommen. So war es ein Alten Testament, weil es keine Versiegelung gab. Dann musste ein Bund herkommen. Er ist versiegelt. Jesus Christus war der Bund. Aber in Ein Testament, war das dann so mit Hiob, er wurde nur auf Probe gestellt. Er wurde nicht gezüchtigt auf Art mit, du hast schlimme Sachen gemacht, Hiob, jetzt musst du lernen. Nein, nein, er hat sogar gute Sachen gemacht und wurde auf Probe gestellt. Familie, Kinder, Vermögen, das war ja ganz viel und sollte es ja Vermögen, Arbeit ist das alles gewesen. Haus, alles verloren. Gesundheit verloren, weil der Teufel ein Pakt mit Gott machen wollte. Weil der Teufel sagte, ich sage dir, wenn er das, das, das alles verliert, so wird er dich nicht mehr anbieten, weil du ihn nur so begünstigt hast, mit Geld, mit Frau, Kinder, Gesundheit. Deswegen, ich rede über Hiob, ja genau. Und deswegen hält er zu dir. Und dann sagt Gott, nimm ihn alles weg, aber nicht sein Leben. Nimm ihn alles weg, aber nicht sein Leben. Ich sage dir, er wird trotzdem bei mir bleiben. Der Teufel sofort, ne, überzeugt, überzeugt. Gethin nimmt alles raus, alles weg. Freunde verraten ihn schon quasi, ja. Sagen auch, was hast du gemacht, was, eine Sünde musst du gemacht haben, Hiob, ich habe nichts gemacht. Wo Hiob eine Strafe nach der anderen bekommen hat, sagt er, ich bin nackt gekommen, also wo er sein Vermögen verloren hat. Ich bin nackt gekommen und ich werde nackt wieder gehen. Ja, das heißt, ich bin mit nichts gekommen, werde mit nichts wieder gehen. Also, haltet euch nicht fest von das, was ihr seht. Das ist vergänglich. Das, was ihr nicht seht, das ist hier wirklich. Wo er seine Gesundheit verloren hat. Psyche, ja, mit Familie, alles, sagt er. Er hat ja auch sein Händ da zerrissen, das ist ein Zeichen der Empörung. Er ist viele, viele Facetten, warum man sein Händ zerrißt. Ja, und da hat er gesagt, dass mich kurz erinnern, da hat er gesagt, wie in guten, so wie in schlechten Zeiten werde ich zu ihm stehen. Weil er gesundheit verloren hat, alles. Seine Frau hat sogar zu ihm gesagt, wie kannst du noch immer zu Gott beten und zu ihm halten, obwohl dir alles widerfahren ist. Und Hiob sagt, Frau, hast du gerade gehört, was du gesagt hast? Fürchtest du nicht? Der hat seine Frau am Markt. Und er hat gesagt, so wie das Gute, so soll man auch das Schlechte nehmen. Wie in guten Zeiten, schlechten Zeiten. Weil jetzt einer sagt, ich verstehe das nicht. Ich will doch nur gute Zeiten. Was ist das für ein Gott und so weiter. Ganz einfach. Ihr wollt doch an die ganzen Frauen, ihr wollt doch einen Mann haben, der nicht betrügt, der treu ist für euch steht. Genau wie an die Mann, ihr wollt doch eine Frau haben, die treu ist für euch steht. Okay. Aber auch wegen guten und schlechten Zeiten. Ist das auch richtig? Würde ja alle ja sagen. Also ich glaube jetzt nicht, dass einer nein sagt. Okay. Hat dann Gott nicht dasselbe anrecht, dass er erwartet, dass er treu, dass ihr treu zu ihm seid? Wie in guten und in schlechten Zeiten. In guten Zeiten ist jeder treu. Wenn jemand dem 20 Millionen unter deinem Pöpöchen dann liegt, dann ist jeder treu. Ist kein Problem. Aber was ist eine schlechte Zeit? Seid ihr da auch treu? Seid ihr da auch zu Gott stehen? Wenn ihr nichts habt? Wenn ihr einer der Menschen seid, die einen Krieg erleben, Haus verloren, Familie verloren, alles Geld, Arbeit. Du weißt nur nicht mal, ob du gerade Trinken vielleicht bekommst, dass du gleich weißt, du wirst bestimmt gleich sterben, vielleicht gefoltert, würdet ihr noch immer zu Gott stehen? Und wenn die Antwort nein ist, dann seid ihr nicht wiedergeboren. Wenn die Antwort ja ist, dann seid ihr wahrhaftig. Aber Petrus sagte auch ja. Und der hat den Herrn dreimal verleugnet. Das war die Zeit, wo keine Versiegelung des Heiligen Geistes war. Da konnte es noch möglich sein. Aber Apostelgeschichte 2, da kannst du nicht hier den Herrn verleugnen, wenn du in Berührung des Heiligen Geistes bist. Weil du kannst dann nicht, laut Hebräer 6, einfach mal, ich wechsle Religionen wie Unterhosen, nein. Sei treu zu Gott, wie in guten und schlechten Zeiten. Und der, der nicht treu ist, in einer schlechten Zeit, in einer harte Probe getroffen ist, der war nie echt. Der war nie echt. Das ist der Unterschied. Traurig, aber wahr. Und Gott stellt jeden Menschen mal auf die Probe. Ob es die Zucht sowieso, weil wir alle Sünder sind, aber auch mal auf die Probe. Dessen sage ich euch. Haltet das Wort Gottes fest. Folgt dem Herrn Jesus Christus nach. Mit ganzem Herz, ganz verstanden, mit ganzer Liebe. Egal, was passiert. Geld. Tragische Schicksalsschläge. Harte Zeiten. Egal was. Haltet zu Jesus. Weil Geld ist vergänglich. Er ist einfach, merkt durch diesen Satz, Geld ist vergänglich. Alles, was ihr seht, vergänglich. Gott selber sagte, das, was ihr sehen könnt, das ist vergänglich. Das, was ihr nicht seht, das ist ewiglich. Hat nicht Jesus sogar gesagt? Glücksehlich sind vielmehr die, die ihn nicht sehen, aber trotzdem glauben. Heftig. Und Thomas konnte erst glauben, einer der Jünger, einer Apostel, wo er Jesus erster gesehen hat. Heftig, ne? Und wo er so viel mit erlebt hat, wollte er erst glauben, wohin er sieht. Sonst wollte er nicht glauben. Ist okay. Der Herr ist in der Schiene. Aber er sagte, Glücksehlich sind vielmehr die, die ihn nicht sehen und trotzdem glauben. Einer hat mich mal gefragt, wer ist der größte in Himmelreich? Interessante Frage eigentlich, ne? Wer ist der größte in Himmelreich? Die meisten werden probieren, die überhaupt in Himmelreich reinkommen. Aber dann fragt mich einer, wer ist der größte in Himmelreich? Ja, in der Bibel wurde dies auch mal gefragt, zu Jesus. Kennt ihr die Antwort? Schreibt das in meinen Chat. Wie werden wir so den größten in Himmelreich? Wie wird man das? Schreibt das alle in den Chat rein. Ich sage nur, nicht die Antwort. Ich lese es mal für mich hier durch. Schreibt mal alles rein. Demütig wie ein Kind. Kleinste von der Letzte. Ja, genau. Der Herr Jesus sagte, wenn ich so demütig sei, wie dieses Kind dir. So seid ihr. Größte in dem Bereich genannt. Demütig. Klein. Das bedeutet, jetzt mal eine ernste Frage, was heißt demütig sein? Kopf runter? Ja, oder was heißt demütig sein? Schreibt das, mein Schatz, was man denkt dir? In Stichpunkten, natürlich ein Stichwörter, weil ihr so wenig schreiben könnt. Was heißt demütig sein? Kann man das praktizieren? Stark. Erika. Stark. Erika. Gott vertrauen. Nicht besser wissen. Gott vertrauen. Wenn man Gott vertraut, ist man demütig. Weil man das tut, was die Schrift sagt. Man ist gehorsam. Man nennt sich, wenn du jemanden siehst, einen anderen Bruder. Beispielsweise dieser Bruder, ein Glaube oder Schwester, der ist in dem wirklich mehr, wirklich heftig mehr. Sagen wir jetzt mal. Trotzdem seht euch kleiner als diese Person. Ihr seht diese Person größer als ihr selbst. Und vertraut ihm auf den Herrn. Das ist Demut. Mal belehren lassen. Man kann auch mal falsch liegen. Sich auch mal belehren lassen. Das ist Demut. Die Schrift hat sogar gesagt, ein Ältester kann sogar von einem Kleinen, der frisch eingekommen ist, sich belehren lassen. Der Älteste, so 50 Jahre im Glaube, vor die Bibel A bis Z studiert, jede Frage, jede Antwort. Aber kann sich belehren lassen. Von den Kleinsten. Das ist heftig, ne? Vertraut auf Gott und sieht jeden Bruder und Schwester größer als sie selbst. Ihr kennt auch einiges. Ihr kennt sie. Ihr kennt nicht alles von die andere Person. Klar, so wie in der Ermahnung dienen, wenn man so unterstützen. Ermahnung heißt nicht nur, ich mache ihn jetzt fertig. Nein. Ich verweise ihn auf ein Zeichen, ey, das ist falsch. Aber mutige diese Person doch auch. Hilf ihn doch. Unterstützt ihn doch. Was er nicht kann. Der Herr sagt doch, ihr Stärke, nehmt euch mal die Schwachen zu euch. Und helft denen. Stützt sie. Wozu seid ihr da? Sehnsorge spielen. Der Herr sagt, dient der Mann. Dient in der Liebe. Wenn jemand in der Liebe wandert, der wandert mit das Wort Gott. Das war Gottliebe. Er ist ja alles Brief. Wo ist Bruder Amir eigentlich hier? Ich mache mir schon langsam Sorgen hier. Bruder Amir, kannst du dich mal in Stumm und Stumm hier, oder wenn du mich hörst. Ist er voll lange weg? Hat er sich in Stumm gestummt, meine Lieben? Hat er das gemacht? Er ist da. Warum kann ich das nicht sehen? Wollt ihr mich alle verhämpfen? Ich kann das nicht sehen, wenn er das macht. Das ist doch unglaublich. Ich fühle mich verhämpelt hier mit TikTok. Dann vertraue ich den Chat. Die sagen, ja, kurz, hat er. Ja, okay. Ja, er ist. Ja, nicht er ist Stumm, sondern hat er sich gestimmt, also hat er sich entstummt und gestummt. Hat er kurz ein Lebenszeichen gegeben. Hat er das gemacht? Schreibt mir ja oder nein rein. Jetzt wieder. Ja, ich sehe das hier nicht. Ist heftig. Nein, hat er nicht gemacht? Wie? Ja, nein. Was ist das? Einer ja, einer nein. Das meine ich ja. Einer schreibt jetzt. Ja, nein, was jetzt? Doch. Nein. Ihr seid heftig. Oder einmal kannst du nicht einen Ton sagen. Wenigstens ein Ton, dass ich was hören kann. Weil ich sehe das in Stumm, Stumm. Sag einfach so, Ach, Lehn. Schreib mal rein, Ach, Lehn. Kommt, hat er das jetzt gemacht? Den Check kann ich schon langsam nicht mehr vertrauen, weil die immer ja, nein, schreiben. Schwester, ähm, wie heißt, Maika, Schwester Maika, bitte schreibt mal rein. Hat er das gemacht? Nein, Bruder. Siehst du, andere sagen nein. Komm, mit sowas macht man keinen Spaß. Sag mir doch die Wahrheit, meine Lieben. Hier, ja, nein. Was ist das denn? Außersehen geht die Kamera an und der liest Koran. Das denk ich nicht. Und der liest auf einmal Koran gemacht. Gebet. Nein, ich habe nichts mitbekommen. Ja, okay. Ja, lovely, nicht Maika, sorry. Achter drauf, Schwester, wenn er das gemacht hat, schreib mir dann. Wenn er das gemacht hat. Wer macht das? Ihr verarscht mich? Ich habe manchmal das Gefühl, ihr wollt mich wirklich verapplieren. Die anderen Bezeugungen, nein. Doch, jetzt. Also, Schwester sagt jetzt, ja, ja, okay, dann kann ich mich beruhigen. Ja, wenn die Schwester jetzt, weil ich kenne sie ja und dann vertraue ich sie. Ja, ja, ich habe es gemerkt. Die sehe ich ja nicht, wie oft er es macht. Ich habe es aber gemerkt. Die Schwester hat jetzt geredet. Ist okay. Die Hauptsache, er mir geht es gut, ne? Oh, das ist furchtig. Ich kann nicht nachdenken. Der Herr hat das gesagt, meine Lieben. Und nichts anderes. Ich denke nur an Johannes. Von den ganzen Aposteln, ich will euch mal was erzählen. Von den ganzen Aposteln, ne? sind die tatsächlich alle geschlachtet worden. Alle. Aber wer ist verschont worden? Johannes. Der soll, alter, ich habe gestorben. Johannes, steht nicht so, dass er geschlachtet worden ist. Also der Herr, na? Zeig doch, wenn er sagt, dich beschütze ich, dann werde ich dich beschützen. Wie der Herr sagt, meint. Für eine Zeit lang, für immer, wie er meint. An die Frage hier entschuldigt, wir gehören keine Konfessionen an, nur die Bibel allein, meine Lieben. Wir bezogen nur die Bibel und folgen nur den Weg des Herrn Jesus Christus. Und das empfehle ich jedem, weil das so wieder kaputt führt und Johannes 3, Vers 3 sagt, wenn ich von neuem Geburt ist, wird das Reich Gottes nicht erbt. Und das empfehle ich euch jedem. Beschäftigt euch mit eurer Religion, die ihr reingeboren seid. Wir sind alles in was reingeboren, haben unsere Eltern immer geglaubt. Ja, was ist man mit Lesen und Prüfen? Das muss man ja auch tun. Ah, mir kommt gleich wieder. Also, immer lesen, meine Lieben, Und durch lesen werdet ihr viel schlauer. Pavlos, hier beide, aber, oder nur du, nee, Ah, mir, ich, Reza, Danny, wir sind alle gleich, dieselbe, gleiche Lehre. Keine bezeugt, eine andere Lehre als andere. Einfach nur die Bibel, keine Konfession, kein Orthodox, Katholik irgendwas oder Evangelisch hier. Nein, nur die Bibel. Das war's. Wir haben alle dieselbe Lehre bezeugt. Und prüft, wenn ihr uns kein Glaubenschein, prüft mich. Ich habe mit Priestern debattiert, ja, ich habe mit so richtigen katholischen Priestern debattiert, die mit Orthodox, ne, auch was, äh, eine Bindung haben, die, ja, dieselbe Lehre wie Baby, Tauf und so weiter bezeugen. Schaut es euch an, den YouTube. Okay, mein YouTube-Kanal habe ich jetzt nicht reingemacht. Ich habe jetzt einen Link drin, in meinem WhatsApp-Kanal. Könnt ihr auch gerne reingehen, im WhatsApp-Kanal, äh, link in meine Bio. Ich werde jetzt aber wieder diesen Link bei draußen und wieder den YouTube-Link reintun, damit ihr diese ganzen Debatten seht, die ich da getätigt habe. das ist sehr hilfreich vielleicht für euch, sind einige deswegen aus dem Glauben gekommen. Aber sonst ist da kurz mein WhatsApp-Kanal, den ich habe, könnt ihr da auch reingehen. Zeige ich auch einige Sachen, na, und sogar Beweise, ne, äh, schön biblisch geordnet, und so weiter. Äh, mache ich heute Abend, oder morgen weg, dann mache ich wieder YouTube-Kanal rein, wieder ein YouTube-Link. Heißt ja auch auf YouTube, Pavlos Ex-Katholik. Ich kann da nicht rein, schreibt da jemand. Ne, kopiert diesen Link und schreibt, äh, fügt das in Google rein. Kopiert diesen Link und fügt das einfach in Google rein. Unter Pavlos, du hast die Schwester falsch gestanden, er hat sich nicht entstummt. Ach so, er hat sich nicht entstummt. Was meint, soll ich an mir anrufen? Pavlos, sag mal bitte, ja, was denn? Ja, ich rede von, hat er sich entstummt und gestummt, entstummt und gestummt, ein Nebenzeichen gesetzt. Ist das so schwer, die Frage? Ist das wirklich so schwer? Gottes Segen, Karin. Guck mal, einer sagt, ja, eben wieder, der andere sagt, nein, er ist die ganze Zeit durchgängig stumm. Wie geht das? Karin, bist du am Schlafen? Ist er am Schlafen, oder wie? Ja, ich rufe den mal an, meine Lieben, meine Lieben, bleib mal bitte, ihr Bruder, er dem, Ja, Gott, das hier, ja. Warte mal bitte, ich rufe mal ihn kurz an, bitte wartet mal. Also, ich habe, der hat sich nicht entstummt, oder so, ich habe das jetzt nicht gesehen. Ja, Leute, bitte macht, also, macht jetzt wirklich keine Späße, so mit Jahren, nein, ich weiß, kann witzig sein, aber, ihr wisst, was da passiert, natürlich, Gott entscheidet, was passiert, aber er wisst, was passieren kann. Darum ist das nicht so witzig, Leute. Das hat er schon mal gemacht, da war er, glaube ich, so viel, 3,4 Stunden, glaube ich, also, glaube ich, so viel, 3,4 Stunden, Regen, da habe ich alle, vor wie soll, nochmal. Ja, ich habe jetzt nicht, also, kann sein, dass das auch ein Anzeigefehler ist, natürlich, das kann zu sein, aber, ich glaube jetzt nicht, ich habe jetzt nicht gesehen. Ach, alles gut, Bratoni, Bratoni, hatte schon alles geklärt. War er hier? Nein, er war nicht hier. Ich habe ihn angerufen, ne, also, der ist nicht rangegangen. Ne, ich habe da, da war gar nichts. Hat er, hat er nicht zwei Handlese berufen? Ja, ja, da hat er mehrere, aber ich habe ihn angerufen, der ist nicht rangegangen. Also, ich habe darauf geachtet, also, wenn dann, also, kann Anzeigefehler sein, aber ich glaube jetzt nicht, dass TikTok jetzt auch, nicht, ruf mal, Bruder, den Ruf mal bitte, Reza, ist ein Urlaub, mach mal per WhatsApp-Nachricht, ruf man den an, sag ihn, die andere Nummer. Ja, einfach dann, ruf ihn mal bitte, ruf mal Reza an, geh mal kurz raus, ruf ihn kurz an, ich warte auf dich. Auf WhatsApp oder Mobil? Ruf mal was? WhatsApp oder Mobil? Ja, eher WhatsApp, sonst bezahlst du. Ruf er für WhatsApp an, na, und dann, ähm, sag mal Reza, er soll die andere Nummer rufen. Ja, okay, woher mache ich, dann komme ich jetzt gleich rein. Sag ihm mal, es soll mal stumm klingen, hier, bis da rangeht. Alles klar, mache ich wohl. Das geht heute zum Beispiel. Bis gleich. Ja, betet meine Lieben, also nur ein Gebet gehen. Nimm in der Zeit gestern. Gottes Segen, das liegt auf dem Herzen. Hi, ich wollte nur Bescheid sagen, das ist irgendwie komisch, also bei Ihnen geht einmal so eine Stummschaltung an und aus, an und aus. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Okay, bei dir siehst du das, ja? Ja, ich sehe, dass es geht immer so an und dann aus und jetzt ist es jetzt, ähm, jetzt ist halt diese, ähm, Stummzeichen jetzt da und ich weiß jetzt nicht, das ist irgendwie so, ich weiß nicht, ist das voll komisch. Das wollte ich mal aber beschreiben. Kann doch nicht sein, dass eine Miso bezeugt der andere Miso bezeugt. Ja, das ist richtig komisch, ich weiß nicht, oh Gott. Heftig. Ja. Ja, okay, ich glaube, du bist wiedergeboren, du bist eine Christin? Also, ich glaube, Jesus Christus, aber ich bin nicht wiedergeboren. Warum nicht? Ich weiß nicht, dass du hier bist. Ich weiß. Ich weiß, ja, ich weiß nicht, es ist so, ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll, also, ja. Der Herr hat dich geschickt, erzählen wir so ein bisschen, warum dir, was hindert dich, so Schritte wiedergeburt zu gehen? Ich weiß nicht. Sorry, ich muss kurz weinen, Na, alles gut, mit aller Ruhe, ne, ich würde dich nicht drängen, oder so, mit aller Ruhe. Ja, bete für sie, ne, meine Lieben. Der Herr hat sie nicht umsonst hier geschickt, weil Jesus sagt, ja, ne, Johannes 3 Vers 3, wenn ich von Neuen gebogen ist, er wird das Recht Gottes nicht er. Aber du kannst es ja heute werden, du musst nur Jesus in Gebete, ne, deine Sünden abgeben, ihn anerkennen, dass er dein Gott, dein Retter ist, dass er für dich gestorben, auferstanden ist, und du willst ihn nachfolgen. Gott erster Stelle setzen. Dann bist du von einem Geburt, dann bist du gerettet, dann bist du eine Schwester an Glauben. Lass dich nicht hindern von dieser Welt, die Welt ist vergänglich. Und dann bist du eine gerettete Schwester. Dann bist du versiegt mit den Heiligen Geisten. Da ist es was Schönes. Pavlos, wo steht im Koran, dass Jesus wiederkommen wird und alle richten wird, und ich weiß, dass es ein Hadith gibt, ich habe den nicht aussehen, ich hatte ihn mir aufgeschrieben. Da steht drin, dass Isa als gerechter Richter kommen wird und gerecht richten wird. Ich muss den Hadith nochmal, ich hatte ihn mir aufgeschrieben, in meinen Notizen. So, da bin ich wieder. Hast du gehört, wie man von neu geboren wird? Ja, indem man Buse tut und halt, ja, genau. Warte, heute, Herr, Beispiel, so ein Gebet, du musst dich jetzt drehen, was ich sage. So, Herr Jesus Christus, das sind meine Sünden, die würde ich dir abgeben. Ich bin ein Sünder, ich habe das und das gemacht. Ich bin ekelhaft, mein Stolz, hat mich immer gehindert. Ich will dir alles geben, ich will davon weg. Ich nehme dein Gnaden geschenkt am Kreuz gebrauch, was du für mich geopfert hast. Du bist gestorben und auferstanden und du bist mein Gott, mein Rettung, mein Heiliger Geist. Amen. Ein Gott, dein Wesen. Mach das. Der Herr hat dich nicht umsonst hier geschickt, dass du das hörst. Der Herr hat Gnade mit dir, der will dich ziehen. Deswegen bist du nicht einfach so hier. Deswegen sollte Armin ein bisschen so lange weg sein, sonst wirst du ja nie hochkommen. Alles hat einen Grund. Da stelle ich mir echt, sonst ist die hochgekommen oder witz? Richtig, ne? Guck mal, durch Armin ist weggegangen, hat er gepredigt. Du machst es dir, ich mache mir Sorgen, du wolltest mich, ne, meine Sorgen ein bisschen entnehmen und mir was berichten und jetzt hörst du das Wort Gottes. Ist das nicht heftig? Wie der Herr das gemacht hat? Das ist schon krank. Siehst du, wie der Herr das macht? Vielleicht muss er nur ein bisschen Hatschwitz in der Bruder, Armin gerade, hat er Arbeit. Das ist schon heftig. Hatschwitz hat jetzt jemanden dazu gebracht, dich hoch so heftig, ne? So macht der Herr das. So macht er das. Weil jetzt winkt ihr die Menschen nicht. Er macht die Situation so, das muss jetzt passieren, dann bin ich jetzt ein bisschen verändert. Aber die andere Person macht sich Sorgen und da kommt die andere und kommt hoch. Wahnsinn. Ja, du hast das Wort gehört. Schon krass. Nur die Bibel, ne? Das ist eine Patronsquelle. Die Bibel ist unfähig, weil die ist ohne Widersprüche. Hast du Fragen? Ja. Also bei mir ist es halt so, ich weiß nicht, ob ich das sagen soll. Also ich habe schon halt drüber nachgedacht, mit Busse tun und das Ganze halt wieder neu gebaut zu werden. Aber meine größte Angst ist auch irgendwie, dass ich dann halt rückfalle oder dass ich jetzt irgendwie nicht standhaft bleiben kann. Und ich weiß nicht. Hast du die Bibel? Ja, ich weiß auch nicht. Das ist, ja. Ich will dir was zeigen. Ich gebe dir die vollkommene Antwort. Hast du die Bibel vor dir? Ich habe die Bibel. Bibel App. Okay, dann komm wieder rein. Komm wieder rein. Ich hole das mal für dich. Schreibt euch das alle auf. Du auch, ne? Immer wenn du alleine bist. Schreibt euch das alle auf. Römerbrief. Kapitel 7. Kapitel 7. Römerbrief. Kapitel 7. Vers 14 bis 25. 14 bis 25. Kapitel 7. Äh, Kapitel 7. Vers 14 bis 25. 25. Und da steht geschrieben, weil wenn du die Wiedergeburt hast, erst wenn die Wiedergeburt hast. Ja? Ja. Dann hat Paulus geschrieben, mein Geist streitet sich mit meinem Fleisch. Ich tue das, was ich nicht will. Und das, was ich tun will, tue ich nicht. Ich elender Mensch. Wer kann mich nur aus diesem Todesleib retten? Ich danke den Herrn Jesus Christus, dass er mir alles so weggenommen hat, dass ich ewig leben kann. Ich danke den Herrn Jesus Christus, dass er gestorben und darauf verstanden ist. Aber... Paulus erzählt Römerbrief. Also sein Fleisch streitet sich mit seinem Geist. Er weht diese Sache nicht. Und er ist ein Sünder. Er nennt sich über die elenden Menschen. Paulus hat sie sogar den größten Sünder dieser Welt bezeichnet. Ein Apostel. Hier sind wir. Und er ist ein Apostel. Und er sagt, ich elender Mensch. Der hat sich komplett klein gemacht. Weil er wusste, dass er sein Fleisch verlangt, aber sein Geist streitet. Es ist ein Kampf. Man sagt, wenn man aufgibt, dann hat man verloren. Okay. Wenn man nicht aufgibt. Nur weil man fällt, muss man auch aufstehen. Das ist der große Unterschied, weil jemand dafür dich bezahlt, Jesus Christus. Du kannst dich raus. Johannes Kapitel 10, Vers 27, 28. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand will sie aus meiner Hand zerreißen. Und niemand von meinem Vater zerreißen. Denn ich und der Vater sind eins. Heftig, ne? Ja. Wenn du versiegelt bist, kannst du nie wieder abfallen. Das geht gar nicht. Sonst wärst du nie wieder gewonnen gewesen. Ja. Und wenn du den Schritt gehst, bist du versiegelt, wie es in Epheser 1, Vers 13 steht. Durch Glaube bekamst du den Heiligen Geist, der Heilige Geister Verheißung und bist versiegelt mit den Heiligen. Versiegelung bedeutet, niemand kann es brechen. Es ist versiegelt. Es ist geschlossen. Das ist Versiegelung. Geh diesen Weg. Dann sehen wir uns alle im Paradies wieder. Amen. Mach das heute. Mach das und berichte mir davon. Okay. Wir sollen sich hören und rumstrahlen lassen. Weil, wenn einer heute Buße tut und zu den Herrn findet, jubelt das ganze Himmelreich. Lukas Evangelium steht da. Besteht das, ich glaube, Kapitel 10, Kapitel 11. Ganze Himmelreich ist im Jubel. Weil, die sehen einer von uns. Sehr, sehr heftig. Mach das. Ich habe dir gefolgt, ja? Wenn du immer Fragen hast, kannst du gerne kommen. Dankeschön. Mach das. Ich hoffe so sehr. Schreib mich dann an oder so, dann kann ich den Zuschauern dann irgendwann wieder berichten, dass du dann diesen Weg gemacht hast und deine Schwester in Glaube bist. Dankeschön. Gott segne dich dafür. Gott segne dich und deine ganze Familie. Dankeschön. Ich auch. Gott ist sehr, sehr, sehr schön. Heftig, ne? Ich habe noch weitere Fragen, oder? Ähm, die habe ich nicht. Ich würde auch sonst runtergehen. Gott segne dich und deine ganze Familie. Ja, danke dir auch. Bis dann. Tschüss. Heftig. Amen. Ja, betet wie sie, ne? Dass der, weil der Satan wütet. Der will jetzt verhindern, dass sie diesen Weg geht. Dann schreiben jetzt Leute sie an, wie sie verwirren, aber nicht verwirren lassen. Geht diesen Weg und macht diesen Gebet. Er betet, dass der Herr gnädig mit ihr ist und sie behütet und beschützt haben. Ja. Unfassbar, ne? Der Arme, ein bisschen schwitzen ist, hat jemand das Leben jetzt bekommen. So soll es sein. So soll es sein, und nicht anders. So gefällt mir das. Wenn das noch jedes Gespräch so einfach wäre, das wäre heftig. Ja, wie der Herr Jesus sagte, meine Schafe hören meine Stimme. Weil sie einer der Schafe ist, hat sie gehört. Weil sie einer dieser Schafe ist. Ja, Bruder, ich habe gehört jetzt von der andere, also von der, die jetzt zum Glauben kommt, die hat gesagt, Amir entstummt sich und stummt sich. Also, die hat es gesehen. Hä, ich sehe das gar nicht. Ja, die hat es bezeugt. Ich glaube, das ist bei uns. Ja, heftig, ja. Wenn jedes Gespräch so einfach wäre, ehrlich, ne? Das wäre, oh, wäre das heftig. Wisst ihr, was heftig war? Es war früher so, wo die Apostel, hat einer schreibt, doch, aber macht er das oder von alleine? Von alleine geht sowas nicht. Ja, die Apostel haben damals gepredigt, ja, und da sind 3000 Menschen zu dem Herrn Jesus gekommen. So schnell geht das. Heute brauchst du 3000 Prediger für einen Menschen. Heftig, ja. Gottes Segen, äh, Maniek. Hallo, mein Bruder. Gottes Segen. Gott, seh dir dich und deine Familie. Was liegt dir auf deinem Herz? Ah, sehr schön, das habe ich gerade mitgekriegt, dieses Gespräch mit dieser Frau da. Und ich, ich bin genau in dem gleichen Film, ja. Wir hatten schon mal ein Gespräch, so und so. Ich erinnere mich so ein bisschen, dein Name, der erinnert mich. Und, äh, ja, das gibt sehr viel, dieses, äh, Römer, Kapitel 7, 14 bis 25, gibt für jeden Sündiger, der wiedergeboren ist, aber trotzdem ein bisschen Zweifel hat, das ist ein sehr schöner, sehr schöner Vers, dass wir nicht, dass wir als Sündiger natürlich, ähm, jeder auf seine eigene Art, ob Sucht oder dies oder das, äh, natürlich, man zweifelt, aber, äh, die Bibel, der Herr Jesus Christus gibt uns diese Möglichkeit, dass wir trotzdem nicht verloren sind, und so und so, sehr, sehr schön, ja. Ja, das ist es, ne, damals, ich hab auch, ne, ich so, ich, ich dachte, ich wäre alleine, ne, ich dachte, wirklich, ich wäre alleine, ich so, bin ich der Einzige, bin ich doch nicht wieder, ich hab an mir selber gezweifelt, ne, so bin ich überhaupt nicht wiedergeboren, ich sündige, ich will aber nicht sündigen, bin ich gerettet. Römer 7, ich lese Römer 7, ich so, boah, was ist das denn? So wahnsinn, die Bibelabfall ist eine Antwort. Die Bibelabfall von Jesus Christus, die Liebe, dass auf jeden Fall, manche Leute, so wie ich zum Beispiel, die kämpfen jeden Tag mit der Sucht und so und so, oder, aber wenn du wirklich, wie du schon gesagt hast, diese Versiegelung, wenn du wirklich an Jesus Christus wiedergeboren bist und wirklich an Jesus Christus glaubst und alles deine Sünden bekehrst und so und so, dann kann, da kann nicht viel passieren, da kann, du kannst noch tausendmal sündigen, aber du, sobald, aber solange du an Jesus Christus festhältst, dies und das, verstehst du, sind wir nicht verloren, auch als Sündiger nicht. Ja, genau, keine Sünde kann uns rausschmeißen. Die Lehre, kann jeder geprüft sein, ob er wirklich ein Wiedergeborener ist oder nicht, aber die Sünde kann sich niemand rausschmeißen. Niemals, dieser Trottel schafft. hatte doch bezeichnet. Was hat Jesus gesagt? Er hat alle Sünden gestorben, nicht für, ja, die Sünde und die Sünde nicht. Nein, für alle Sünden. So sieht es aus. Also, wie gesagt, wenn man immer ewig, egal in welcher Situation man im Leben steckt, wenn man wirklich an Jesus Christus glaubt und dies und das, dann, er wird dich immer rein und in den Himmel, so und so, ich weiß jetzt nicht, wie ich das sagen soll, verstehst du. Vielleicht braucht das einen in den Chat. Wir sind nicht verloren. Wir müssen uns einfach nur, uns nicht, wie du sagst, aufstehen sowieso, dies und das und solange wir alles für ihn geben, immer an ihn denken, egal in welcher Stunde, egal in welcher Lage, wir sind geborene, wiedergeborene Kinder von Jesus Christus und wir werden in den Himmel kommen, verstehst du. Und das ist sehr schön in der Bibel beschrieben und so und so und das gibt, glaube ich, jeden Kraft, der denkt, jetzt habe ich zwar die Wiedergeburt, aber ich zweifle an mir und dies und das. Aber nein, es ist so geschrieben und das ist ein sehr schöner Vers, sehr schöner Satz, der da steht und das, glaube ich, gibt jeden Kraft, dass wir nicht verloren sind, verstehst du. Ja. Ja, vielleicht braucht das dieser stelle Zuhörer, der sich heute gedacht hat, boah, bin ich gerecht, ja, tatsächlich, ich bin doch so ein Sünder. Ja, so ein Sünder, und ich will das nicht tun. Und ich sage euch, wenn ihr einmal Römer 7 liest, 14 bis 25, danach Johannes Kapitel 10, Vers 27, 28 bis 29, ihr seid wie, guck mal, ihr seid krank, geht zu meinem Arzt, er gibt euch ein Heilmittel, ihr seid gehalten. Genau so ist das. Genau so ist das. Aber manche Leute, zum Beispiel, geht zum Arzt, werden nicht geheilt, aber solange sie an den Herrn Jesus Christus, an den Heiligen Geist denken, sind sie trotzdem geheilt, obwohl das Fleisch nicht mitspielt, aber der Geist spielt mit, verstehst du. Das ist es, das ist es. Und ich sage es euch, meine Lieben, wie ihr schon sagt, wenn wir entschlafen sind, entrückt oder entschlafen, eins und mal in, ja, und was wir hatten, wenn wir wegführt sind von dieser Welt, wie wäre denn irgendwann nicht mehr an diese Welt mehr gedenken, weil wir so mit dem Himmelreich beschäftigt sind, werden so schlimm sein, wir werden das gefühlt schon vergessen, weil wir so beschäftigt sind, den Herrn weiter so dienen und seine Herrlichkeit zu trachten. Heftig, ne? Weil, guck mal, diese Welt ist, komm, ich gebe dir 80 Jahre. Ja, und was ist 80 Jahre vergleich mit einem Milliarden Jahr? wenn überhaupt. Was ist das, ein Vergleich damit, eine Unendlichkeit? Heftig. Deswegen gesagt, Jesus verliert alles in dieser Welt, ist kein Problem, wenn ihr alles verliert, ihr müsst ja nicht, aber ich rede von, stimmt diese Welt ab, haltet euch nicht ab, na, und, äh, wenn ihr das tut, dann seid ihr auch meinen Wert. Jesus sagt ja, wer, äh, Mutter, Vater, Schwester, Bruder, und so weiter, äh, Ackerfeld nicht verlässt, und meine Namen will, der wird es, der ist dann meiner nicht wert, äh, dass ich mache. Das heißt nicht, ja, ich hasse euch, nein, das heißt, Gott sollte erste Stelle setzen, danach die Familie, alles andere. Und Gott sagt ja, liebt eure Familie. Nur Gott sollte wirklich erst, ihr müsst immer auf Gott mehr gehorchen, nicht auf Menschen. Gott ist der, auf den ihr hören sollt. Ich glaube, Apostelgeschichte 5 steht das. Na, ihr sollt mehr auf Gott gehorchen, statt auf den Menschen. Wir werden nur vor den Herren Jesus Christus vor Gericht stehen, wenn wir irgendwann mal gehen. nicht feuern, nicht feuern, keine Ahnung. Okay, manche, du bist angerufen. Darf ich was sagen? Ja, bitte, bitte. Heute habe ich meinen Vater natürlich sehr gläubig, so und so, immer Kirche, und wir sind natürlich alle reingeboren, und so und so. Und dann habe ich, haben wir eine kleine Diskussion gehabt, und dann sagte mein Bruder so zufällig so, ja, der Heilige dies und das und das und hier. Ja, und dann habe ich, dann habe ich eine Frage gestellt. Ich so, ja, dann, aber warum steht in der Bibel? Also, ich habe die Bibel noch nicht gelesen, aber so, ne, ein bisschen ungefähr habe ich mitgekriegt. Ich kann das jetzt natürlich nicht hundertprozentig bestätigen, aber du bestimmt, oder sowas. Auf jeden Fall, dann, ich so, warum steht dann in der Bibel, du sollst nur mich ehren, und nicht nur einen anderen Sohn so. Nicht mal Maria, nicht mal so, nicht mal dies, nicht mal Paulus, was weiß ich, wie die alle hießen, verstehst du? Weil seine Ehre, also die Ehre gehört nur den Herrn, also Ehre denen, denen Ehre gebührt. Genau, und diese Frage habe ich meinem Vater gestellt. Ich so, warum steht das dann in der Bibel? Er hatte keine Antwort. Ich so, ihr seid ein ganzes Leben lang in der Kirche, so und so, aber auf diese Frage hat er keine Antwort. Ich so, das steht doch in der Bibel. Er so, ja, das kann ich dir nicht beantworten. Ich so, ja, siehst du, das ist es. Er erzählt so, aber es muss doch eigentlich so sein, was in der Bibel steht. Das ist doch die Heilige Schrift, oder nicht? Ja, genau, ja, genau. Nicht auf die Menschen. Das kann man nicht irgendwie verfälschen mit irgendwelchen Statuen, so und so. Klar, ich habe auch immer an Maria und was weiß ich was. Wir waren immer so und so. Natürlich haben wir nicht direkt angebetet, sondern leite die Gebete weiter und solche Sachen. Aber trotzdem steht angeblich, also soweit ich jetzt durch diese Gespräche hier alles weiß und so und so, du sollst nur mich anbeten. Ja. Bist du? Ja, genau. Mein Vater hatte keine Antwort. Da hast du gesehen, dass selbst Leute, die über 65 sind, die waren ein ganzes Leben lang in der Kirche, strenggläubig, aber selbst die wissen nicht mal richtig, was in der Bibel steht. Verstehst du? Genau. Ja, und das ist schon, das war schon so, mein Vater hatte halt keine Antwort. Aber wenn es da steht in der Heiligen Schrift, dann kann dir, weiß ich nicht, wer was erzählen, es zählt nur das, was in der Bibel steht. Das wird uns doch ganzes Leben lang beigebracht in der Kirche und so. Ich kann dir sogar was sagen, Manni, geh bitte in meinen TikTok-Kanal, also mein TikTok-Profil, Link in dieser Bio-WhatsApp-Kanal, könnt ihr drauf gehen, da habe ich die Bibelfers reingegeben, was euch helfen kann, mit der Kirche da zusammen. Das kann euch sehr, sehr gut helfen. Ist Maria, ewige Jungfrau, hat Maria gesündigt und so weiter. All Babytauf, ich habe da alles reingepostet, damit die Bibelfers reinfolge, ich artisiert, damit ihr seht, wie ich es da erkläre, damit ihr immer Beweise habt. Jetzt musst du mich damals verstehen. Ich war damals mit einem Priester, der heute Vizepräsident, der Ammovianer ist und jetzt im Vatikan lebt. Was sind Ammovianer? So wie Mönche. Wie nennt man die noch? Ich hatte Ammovianer, warte, ich muss nachdenken. Noch einen Namen gehabt. Kapuziner, genau. Das sagt mir. Kapuziner. So hat man die genauer genannt. Kapuziner. Der Tochter mit dem, mit dem Goethe, also Goethe war einfach nur eine Schleife und dann noch drei oder sechs irgendwie so ungefähr Knoten und jeder Knoter hat so eine Bedeutung gehabt. Und ich war mit solchen Menschen unterwegs, ne? und dann habe ich und der hat ja selber lesen, wie man da sage ich, wo steht das in der Bedeutung? Wo steht Firmung? Wo steht das? Ja, da steht nirgends. Ja, aber Taufe, ich glaube, Taufe, so. Baby Taufe, Taufe ist richtig. Ich rede von Baby Taufe. Die Taufe sollst du machen, auch die Kinder sollst du drauf. Ich rede von Babys. Aber was ist, abweil gilt ein Baby, nicht mal als Baby. Ich weiß nicht. Das ist ganz einfach erklärt. Ich habe das nach ein, zwei Jahren gemacht, so wo sie ein, zwei Jahre waren. Ich erkläre es dir. Die Bibel sagt, Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 38, da spricht Petrus und sagt, tut Buße und dann lasse dich taufen. Ja, und dann geht es weiter. Also was ist die Voraussetzung der Taufe? Erstmal Buße, erstmal Sündigen. Richtig. Buße tun, also der Schritt der Wiedergeburt gehen. Also bedeutet das, kann ein Baby Buße tun? Nein. Kann aber ein Kind Buße tun? Ja. Ich, Fünfjährige, Vierjährige könnten Buße tun. Ja. Sogar Dreijährige, wenn die es verstehen. Die müssen nur verstehen, dass Jesus Gottes, Trinität, dass er für dich gestorben und auferstanden ist. Und du musst ihn annehmen, ganz im Herzen. Und deine Sünden, die du gemacht hast, okay, fertig. Du bist wiedergebracht. Kann jedes Kind verstehen. Ich habe ein Kind einmal geredet, ja, die war zum Beispiel jetzt zwölf, aber trotzdem, die ist der Schritt der Wiedergeburt gegangen. Jetzt verstanden, ich habe ihr die Trinität erklärt und die so, ah, wirklich, ich habe es verstanden, sagt sie so auf einmal. Und dann hat sie diesen Schritt gemacht, das ist von neuem Geburt. Heftig, ne? Jeder kann es verstehen. Nicht umsonst hat Jesus gesagt, lass die Kinder zu mir kommen. Das hat er nicht umsonst gesagt. Lass die Zune, weil jemand wollte es ja verhindern, dass die Kinder zu hingehen, lass sie zu mir kommen. Also ganz ehrlich, ich bin Christ so und so, natürlich so und so und bei uns ist Tradition, natürlich Taufe so und so. Der eine macht das schon nach drei Monaten, der eine macht es erst nach, weiß er nicht wann. Wir haben das ungefähr nach, wo sie zwei war oder irgendwie sowas. Aber meinst du, meinst du, sie wusste schon, was Sünde ist oder meinst du nicht? Nein, ganz sicher nicht. Ich wusste nicht mal mit zwei, was hat sie gesündigt. Da war sie noch zu klein. Die hat doch keine Ahnung, ey. Die ist ja klar. Zwei. Also ich habe jetzt keine Zweijährige gesehen, die aufsteht und sage, ich besorge, dass Jesus Christus mein Gott merken. So sieht es aus. So sieht es aus. Buße tun, meine Lieben. Und die, die die am Buße getan hat, dann lasse ich taufen. Trotzdem ist sie getauft und danach werde ich mit dir reden. Jetzt ist sie erwachsen. Aber diese Taufe zählt nicht, meine, das verstehe ich. Die Reihenfolge ist beachten. Das war jetzt nur im Wasser sein. Wenn sie diese Buße gemacht hat, dann nochmal taufen. Da, wo Wasser ist, du kannst sogar notfalls eine Badewanne taufen. Da, wo Wasser ist, Apostelgeschichte 8, Vers 36 bis 38 lesen. Das heißt, dass ich auch... Du kannst taufen, ja. Weißt du, warum, Manni? 1. Petrus Kapitel 2, Vers 5, du bist automatisch ein Priester. Du bist kein Ältester, aber du bist ein Priester. Weil du den Heiligen Geist hast. Versiegelung. Du musst 1. Petrus Kapitel 2, Vers 5 und Vers 9 lesen und Offenbarung 1, Vers 6. Wir sind ein heiliges Priestertum, ein königliches Priestertum. Zu einem heiligen Volk sind wir zugesprochen worden. Aufgrund dessen, weil wir auf den glauben, der uns gerettet hat. Das heißt, wir müssen zweite Mal Taufe machen. So auf die Art. Ja, ja, du kannst taufen. Geh taufen. Geh, der sich taufen lassen, wir taufen jetzt. Ja, aber ich bin schon getauft, aber ich bin getauft, wo ich kleines Kind war. Tschüss. Ah, Pavlos. Ist es mit der Ehe, warte, mit der Ehe ist eine Ehe mit dem Priester gesegnet? Du meinst, mit dem Priester verheiratet sein? Jeder Mittegeborene ist ein Priester, aber die katholische Kirche, orthodoxe Kirche, sieht wieder anders, obwohl die Bibel klare Worte spricht. Aber du musst dir die Frage genauer stellen, ich habe die nicht richtig verstanden. Also, ich wollte sagen, wie der Herr eine Ehe segnet. Wenn beide wiedergeboren sind, sich geprüft haben und dann in diese Ehe gehen. Kennenlernphase, Verlobung, Heirat. Sagt, ihr seid gesegnet von Gott. Pavlos, kann man mit dir reden, wenn man eine Frage hat, auch Privatreden schreiben? Ja, gerne. Könnt mich in meinen TikTok anschreiben, ich habe tausende Nachrichten. Ich fass, ja, schwer. Aber schreib mich einfach an, ich versuche es zu achten. Nein, soll ein Priester die Ehe segnen, dann soll es eine Ehe von Gott sein. Nein, nein, der Priester kann das nicht segnen. Gott segnet diese Ehe. Und wie ist sie gesegnet, laut der Bibel? Wiedergeborener Christ und wiedergeborener Christ. Die sollen heiraten. Und das ist dann automatisch schon Gott gesegnet. Kann keiner kommen, die das segnen. Gott segnet es. Das ist ja das Heftige. Und wie ist die richtige Ehe, laut Römer 13? Standesamtlich. Weil der Staat sagt, du musst Standesamtlich heiraten. Und dann bist du auch, weil das ist das Gesegnete. Wir denken Kirche, nein, Standesamt. Wegen Römer 13. Ihr müsst unterordnen gegenüber dem Staat. Das ist wichtig. Ganz wichtig. Und die Leute, die jetzt nicht Standesamtlich geheiratet haben, sondern jetzt kirchlich. Ja, meine Damen und Herren, ihr lebt in Unzucht. Ihr seid nicht verheiratet. Wir haben gestandesamtlich reden. Das ist Fakt. Da kann ich ja nicht wegreden. Römer 13 lesen. Wer sich gegen den Staat ordnet, der ordnet sich gegen Gott. Weil Gott den Staat, die Obrigkeit, gewählt hat. Mit Absicht. 16 Jahre mit meiner Lebensgefährtin, ich nenne sie Frau, aber wir waren nie geheiratet oder Standesamt oder gehe ich nicht. Dann mach ich jetzt Standesamtlich. Ist sie wieder gebaut, mach Standesamtlich, zackfertig. Ja, muss ich. Demnächst muss ich sowieso. Ja, aber wir haben trotzdem. Jetzt hat es dir geholfen, siehst du? So, so lernen. Man hat von nicht gewusst, ist okay. Aber jetzt weiß man, das gibt man den Lärm mit Buße ab und man macht jetzt alles gerade. Siehst du und so, ist sowas Geschönes. So, solange, ich dachte mir, solange die Liebe ist da, es ist. Ne, ich meine Gottes und sonst ist nicht gesegnet. Der Herr gibt den Segen nicht. Dann ist ja Glücksfall so russisches Roulette spielen. Ja, ich verstehe dich. Na, ihr seht, warte, die Frage war, aber neugeborene Christen, die heiraten ohne Standesamt. Nein, 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 die heiraten mit Standesamt. Sonst ist er nicht wieder, das stimmt mit die Person nicht, die, aber nicht auf dich, man sagt, auf die Person, die sowas lehrt, die sowas lehrt, weil das wäre ja ihr Lehrer. Nicht die Leute, die versündigen. Das ist ein Unterschied, ein Riesenunterschied. Und deswegen, meine Lieben, Standesamt, alle Römer, schreibt euch das auf Römerbrief, Kapitel 13, einfach komplett lesen und ihr habt die Antwort. Bruder Pavlos, da schreibt einer in der Kirche zu heiraten, ist auch gesegnet. Nein, ist nicht schon Gott. Da ist, wo Standesamt ist. Eines der Früge gab es Standesamt nicht. Gott sagt in Römer 13, das Land, was du besuchst und lebst, diesen Staat musst du dich unterordnen. Und wenn der Staat sagt, Standesamtlich ist die Heirat, dann ist das die Heirat. Wenn du ein Land lebst und dieses Land sagt, mach die Heirat, wie ihr möchtet, dann könnt ihr wie kirchlich und so weiter. Soll ich das mal vorlesen, Römer 13? Das steht so in der Bibel, oder was? Ja komm, lies mal bitte Römer 13 vor, lies mal vor. Jedermann ordnet sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Ah, warte. Die sich widersetzen, setzen sich der Urteilung zu. Es ging ja nur um den Standesamt, meine Lieben. Ich rede ja nicht von schlimmen Sachen, was der Staat dann vielleicht anordnet. Nein, ich rede von den Sachen, die biblisch gesinnt sind, das Gute herausnehmen, das Schlechte verwerfen. Also wer sich widersetzt gegen den Staat, der widersetzt sich gegenüber Gott. Lies weiter. Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen Böser. Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute, dann wirst du Lob von dir empfangen. Denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses. Kurzer Stopp. Gottes Dienerin zu deinem Besten. Wir haben doch die Polizei. Wir selber sollen nicht die sein. Aber Gott weiß, wie viele Menschen natürlich die Finsternis lieben. Dann sollen die diese Richtung gehen. Ist ja kein Problem. Und die ist die Dienerin Gottes automatisch. Und die schützt unser Böchern, wissen wir. Und können immer den Herrn danken. An dieser Stelle Gottes Segen. Herzlichstes Beileid an diesen Polizisten und Ja, heftig. Beteiligt sind. Herzlichstes Beileid. Das ist schmerzhaft, wie ich das gesehen habe. Aber ich habe es geahnt. Ich habe es geahnt. Ach, das wird noch schlimmer. Aber leider ist es so. Ich will jetzt nicht irgendwie aufs andere Thema driften. Aber ja, das war doch vorher gesehen. Das ist doch. Ja, ja. Sobald jemand die Lehre des Herrn Jesus Christus ausspricht und hier so viele Leute sind, die hier das nicht so sehen, ja, dann geht es los. Dann geht es los. Das können wir nicht verleugnen. Ja, das war schon vor tausenden von Jahren. Und jeder, der den Herrn Jesus Christus predigt, dann geht es los. Dann sind wir die, die, ja, weiß nicht, also nicht mal ein Polizist oder so und so. Aber die Leute leider in diesem Land machen ein bisschen die Augen zu. Die sind lieber für, ich weiß nicht, grüne AfD. Ich will hier keine Politik machen. Aber die wahre Geschichte, was los ist für den Herrn Jesus Christus, das verleugnen die alle. Also das geht los. Das war nur der Anfang. Ja, ja. Ich muss auf eine Frage eingehen. Verliert man sein Heil, wenn man nicht standesamtlich heiratet? Ein klares Nein. Du kannst dein Heil nicht verlieren, wenn du wiedergeboren bist. Man versündigt sich. Was macht Gott? Gott zerstückt dich. Wenn du aber lehren würdest, hey, na, mach das und so. Das ist wie jetzt für dich lehren und sag einfach, mach deine Unzucht. Würde ich nicht sagen, was stimmt mit die Person nicht, ist der wiedergeboren, was lehrt er da? Versteht ihr? Das ist der Unterschied zwischen Sünde tun und das Sünde lehren, dass man das tun soll. Das ist der Riesenunterschied. Aber jetzt mal ohne Spaß, wo ist Amir? Amir schläft. Er ist bei McDonalds. Also, ich bin Sorgen, ne? Oder, er hat den, hast du Riese erreichen können? Nein, aber ich habe kein geschrieben danach. Hat er zurückgeschrieben? Nein, noch nicht länger. Ich muss gleich schlafen, ich bin müde, ich muss morgen arbeiten. Und, wie soll ich so raus? Ach Gott, gib dir Kraft, Bruder. Bruder, Amir kannst du nicht ein Wort sagen, wenn du uns hörst, nicht? Einen Satz wenigstens sagen. Freie, singen, sing bitte, schreib etwas. Aber egal, schöne Gespräche auch mit dir, Pavlos und so und so. Was macht ihr denn da? Machen wir bitte. Alter, es erschreckt, es erschreckt er uns da. Was macht ihr da? Was machen Sachen? Was macht ihr da? Boah, hast du mich erschrocken, ey. Ich muss, ich muss mich durch den, ich muss mich durch den, ich muss mich durch den, ich muss mich durch den Dschungel hier kämpfen, das kannst du dir nicht vorstellen, ey. Und Dr. Scherrer von mir muss ich über überall durchkämpfen, es geht doch nicht mehr so weit, das ist doch nicht mehr normal. Oh, heftig, ey. Richtig Erschreckung, ja, das ist ihm gelungen, dieser, der kleine Schlinge. Gar nicht schlecht, ne? Da ist der, jetzt kann ich schlafen, jetzt kann ich rausgehen, weil jetzt kann ich Heiabube machen. Aber jetzt muss ich nochmal ganz kurz was erledigen und dann ist das schon. Dann wünsche ich euch Gott jetzt sehen, gute Nacht. Dann sind wir auf der Safety Bahn. Auf los. Wenn du schlafen wirklich willst, dann Gott segne dich, ich hab einen guten Schlaf. Gott segne euch und eure ganze Familie. In Gottes Leben. Amen. So hat er jetzt, der Bruder, ist er wieder weg, ne? Kurz. Ja, jetzt sind wir noch da. Erzähl doch mal was, mein Bruder. Ja, puh. Ja, puh. Das ist schon mal am Anfang. Schon mal am Anfang. Puh ist schon mal am Anfang. Wir können ein bisschen, was die Schrift eigentlich sogar lesen. Für die, also Römer 14, so haben wir ja gerade auch besprochen. Ach, Mann. Ach. Na, also wenn ihr jetzt, also gerade eben war ja diese Frage mit dem, ob man wirklich wiedergeboren ist, wegen der Sünde, die man trotzdem ja macht. Ne, du kannst wiedergeboren sein, wie du willst, du versündigst ja trotzdem. Und die, okay, ich werde es nicht jetzt jeder sagen, aber das Fleisch, aber der Geist, der Heilige Geist sagt nein, aber durch dieses Fleisch, wie das da steht, und jeder kennt das persönlich, man will es nicht, aber man, vielleicht aus irgendwelchen Gründen, macht man es trotzdem, aber der Geist sagt mal. Ja, genau. Der Wille ist da, wie in Römer, Römer 7 auch steht, der Wille ist da, aber das Tun ist nicht da. Der Wille aber schon. Der Wille ist da, der Wille ist hundertprozentig bei, Entschuldigung, dass ich unterbreche, hundertprozentig bei Jesus Christus und so, aber manchmal ist dieses Alltagsleben oder diese Sucht oder irgendwas anderes halt ein bisschen stärker, das Fleisch, ne? Ja, das stimmt, das kennen wir alle. Dann lesen wir mal Römer 7, Vers 14. Und das schreibt jetzt gerade deine Postle, ja? Mal zur Anmerkung, ein Apostel, der natürlich, okay, jetzt nicht über uns ist, aber ihr wisst schon, wie ich das meine, ne? Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft, denn was ich vollbringe, billige ich nicht, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir das heißt, in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich ist, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Amen. Dann genau das Richtige, genau den richtigen Satz und Vers. So läuft es leider ab und zu. Also viele Menschen, viele Menschen haben das in sich, aber leider die Sucht oder das Fleisch oder so ist leider zu stark oder sie brauchen noch ein bisschen Zeit oder ein bisschen ach, lernen oder keine Ahnung was. Aber solange der Geist mit Jesus ist und so und so, kann dich gar nichts aufhalten. Kann der Teufel kommen tausendmal und du wirst trotzdem, solange du im Kopf bei Jesus und dem Heiligen Geist bist, kann dich gar nichts aufhalten. Verstehst du? Also 30.000 Mal hinfallen, aber du weißt ganz genau, der Halt ist da. Wenn du nicht diesen Glauben verlierst, der Halt ist da. Also was soll dich noch aufhalten dann, wenn du immer so kräftig an den Herrn Jesus Christus glaubst, egal ob dein Fleisch schwach geworden ist, aber du weißt ganz genau, im Kopf willst du es nicht, nur dein Fleisch ist schwach, aber ja, aber trotzdem, die Seele, der Heilige Geist, der Glaube ist stark genug, kannst du wieder... Hallo hört man, hört man mich? Ist mein Ton weg oder ist jetzt der Ton von Maniac weg? Achso, okay, da ist der Ton von ihm weg. Oh, jetzt da raus. Okay, jetzt müssen die Admins von da unten übernehmen, ich habe gar nicht so... Ah, da ist einer. Gottes Segenblick. Hä, ich höre die gar nicht. Hört man die? Chat, ist das real? Hört man den? Ich lese jetzt einfach mal ein paar Bibelstellen vor, zur Zeit lese ich aber gerade das Alte Testament. Also ich höre die nicht. Okay. Ja, okay, bei mir ist irgendwie nicht auch schon. Naja, äh, lesen wieder mal, ähm, lesen wir, lesen wir, Moment. Jetzt können wir lesen, aber jetzt können wir lesen. Jetzt sehen wir auch wieder raus. Ja, aber Leute, ihr müsst von Neuen geboren werden. Das ist das Wichtigste, was ihr je... Liest heute noch das Johannes-Belung, dann werdet ihr von Neuen geboren, liebe Leute. Ihr müsst das machen, ihr müsst die ganzen Kirchen und so weiter ablegen, ihr müsst das alles ablegen, wenn der Herr Jesus Christus sagt, dass er der Weg, die Welt und das Leben ist, dann ist auch nur er der Weg, die Welt und das Leben. Keine Kirche, kein Papst, kein Nichts, nur er ist der Weg, die Welt und das Leben. Kein anderer. Und auf ihn müsst ihr hören, auf Gott müsst ihr hören und nicht auf Menschen, die sich etwas ausdenken können. Ich kann mir jetzt auch was Neues ausdenken. Ich kann jetzt auch sagen, boah, ich hab einen Traum gehabt, da ist mir Gott erschienen. Er hat mir gesagt, ich schmerzte Oberhaupt von ganz Deutschland als Beispiel. Und da fangen mir wieder ein paar Leute und da leite ich die in die Irre. Ist das jetzt aber von mir oder ist das jetzt von Gott gewollt? Von mir ist das natürlich, also was heißt gewollt? Also von mir ist das dann vollbracht so gesehen dann. Das hat dann nichts mehr mit Gott zu tun. Wenn Gott das Wort eindeutig sagt, dass nur der Herr einen retten kann, dann kann auch nur der Herr einen retten. Und keine Kirche, wenn in der Bibel steht, nur der Herr Jesus Christus, er kann deine Sünden vergeben. Also Gott alleine kann deine Sünden vergeben. Dann kann auch nur Gott alleine deine Sünden vergeben. und kein Papst oder Bischof oder was auch immer. Also der ernannte Bischof. Nur das zählt. Nur das zählt. In die Kirche gehen tut man, Leute, guck mal, die Kirche versteht ihr falsch. Als Kirche ist nicht das Gebäude gemeint. Das ist einfach nur ein Gebäude. Okay, das sieht zwar schön aus und so weiter und so fort. Ja, okay. Das ist aber nur ein Gebäude. Gott ist in diesem Gebäude nicht näher dran als bei mir zu Hause. Gott ist doch omnipräsent. Ihr schränkt Gott ein in dem Sinne. Ihr schränkt Gott ein. Wenn ihr sagt, ja, der ist da am nächsten. Woher wisst ihr denn, dass Gott da am nächsten ist? Ihr schränkt den ein. Gott ist omnipräsent. Er ist überall gleich. Er ist überall gleich. Das ist Allmacht. Das ist Allmacht, Leute. Lesen wir Johannes. Johannes 14,6 Jetzt bitte achtet man darauf, was jetzt hier steht. Johannes Kapitel 14,6 Jesus spricht zu ihm. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Steht da jetzt. Die Kirche ist der Weg, die Wahrheit und das Leben? Oder steht da eh, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Was steht da? Ja, ich bin wieder da. Worüber redest du gerade? Ich habe gerade Johannes 14,6 gelesen. Das ist halt nur der Herr Jesus. Das ist halt der Herr Jesus Christus. Nur der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und keinem und nichts anderes. Ja, so ist halt auch richtig. Äh, ich folge mir mit falschen Leuten ab. Warum, Leute, ihr müsst wirklich von neuem geboren werden. Ihr müsst wirklich von neuem geboren werden. Ihr müsst eure kostbare Seele wirklich retten. Ihr müsst die wirklich retten. Ihr gebt doch so acht auf euer Aussehen. Ihr kauft euch doch Haargel. Ihr macht euch, ihr stylt euch doch rauf, wenn ihr mit Mädchen rausgeht, was auch immer. Warum macht ihr nichts für eure Seele? Ein kurzer, zehn Sekündiges Gebet reicht. Ihr seid gerettet, wenn es vom Herz natürlich kommt. Wenn es vom Herzen kommt. Dann könnt ihr Psalm 145, Vers 18 lesen. Der Herr ist nahe all denen, die ihn anrufen, all die eine Wahrheit anrufen. Wenn ihr ihn in Wahrheit anruft, dann werdet ihr eine Antwort bekommen. Egal ob das Gebet zehn Sekunden ist, eine Minute, eine Stunde, egal. Ihr werdet eine Antwort bekommen. Ja, Amen. Okay, danke dir, mein bester Gott. Segne dich von deiner Familie. Gottes Sehen. Gottes Sehen. Möge der Herr ihn segnen für seine Worte. Oh Gott. Habt ihr euch Sorgen gemacht, ihr Lieben, ne? Am Ende. Komm her. Marmarie, Mann, ja? Ami, du warst über eine Stunde weg. Ja, ich musste viele Sachen erledigen. Ihr wisst doch, ich muss immer viele Zoologie-Annahmen vom Staat bekommen. Ach, was ist denn hier los? Das kann ja nicht wahr sein. Jetzt so logische Anweisungen. Ich muss mal gucken, wie ich hier mal. Ich suche hier gerade etwas. Ich muss mal kurz auf achten. Hallo. Hallo. Hallo, ich wollte was fragen. Ja. Hörst du mich? Ich kann dich hören, ja? Du kannst mich hören? Ich kann dich hören. Sehr gut. Frag mir eine Frage, bitte. Kannst du mich sehr gut hören? Frag mir eine Frage, bitte. Kannst du mir eine Frage, bitte? Okay, ich habe eine Frage, aber du musst es antworten. Wahrscheinlich. Ich habe keine Kamelurine hier. Du kannst nicht lieben. Ich kann mich nicht konzentrieren. Du kannst nicht lieben. Es ist sehr schwer, mich zu konzentrieren ohne meine Kamelurine. Du kannst nicht lieben über die Antwort. Du kannst nicht lieben über die Mansa. Die Antwort. Islam ist ein Cancer. Du kannst nicht lieben über die Antwort. Islam ist ein Cancer. Your English is very bad, my friend. Ja, okay, red jetzt. Was möchtest du denn wissen? Mein Kleiner. Was ist denn da? Was liegt dir denn auf dem Herzen? Was kann der Dr. Schäden haben? Wie finde ich gut? Ich hatte eine Frage, die musst du ernsthaft beantworten. Ja, sag jetzt. Was ist denn? Ja, ich wollte fragen, gab es irgendeine Frage von einem anderen, der einen anderen Glauben hatte, wo er ein Argument hatte und du wirklich darüber nachdenken musstest. Nee, was denn? Nichts. Na, gar nichts. Was soll man denn fragen, warum man so darüber nachdenken muss? Irgendein Argument, das dich zum Nachdenken gebracht hat. Ja, vielleicht zwei Sekunden nachdenken, ja, aber das war's. Welches Argument denn? Äh, gar nichts. Also vielleicht nur zwei Sekunden über eine blöde Frage und das war's schon wieder. Ende aus der Geschichte. Tolle Antwort. Siehst du? Aber das war eine Antwort wenigstens, oder? Nee. Ja, wie nee? Das war eine öde Antwort. Ja, okay, aber ich hab dir eine Antwort gegeben, ob sie dir gefällt oder nicht. Antwort hast du bekommen. Ja, du hast ja nicht mal gesagt, du hast ja nicht mal das Argument genannt. Nein, du hast mich gefragt, gab's da irgendeine Frage, die ich mal zum Grübeln gebracht hat. Ja klar, gibt's irgendwelche Fragen, die aufgeworfen sind, wo man sich dann natürlich Gedanken macht. Ja, dann nenn doch die Frage. Was war die Frage? Okay, warte. Wie gefällt dir diese Frage? Guck mal hier, ganz kurz. Ah, okay, zeig's mir. Wie gefällt dir diese Frage, mein Kleiner? Unglaublich, ey. Der beim Irrenhaus, ey. Der beim Affenzirkus. Ja, leider ein bisschen Irrenhaus. Ja. Gott segne dich, Ami. Gott segne auch dich, Mann. What can I do? Was ist das für eine Frage? Jesus Christus hat alle Fragen in der Bibel und persönlich gesagt. Also, was ist das für eine Frage, ne? Ja, genau. Der Herr verlangt sogar, dass wir Verstand an den Tag legen und Dinge hinterfragen. Mein Volk geht zugrunde wegen Mangel an Wissen. Er ist nicht wie Allah, der einfach sagt, wehe, wenn ihr mich in Frage stellt. Denn vor euch haben schon Leute dieses Buch in Frage gestellt und sind unglaublich geworden. Sollten. Super, und dann fragt er so was. Hast du schon mal so eine Frage gehabt? In der Bibel steht, es gibt keine Fragen. Der Jesus hat alles für uns gemacht. Da sind alle Fragen schon gestellt, oder nicht? Alle Fragen beantwortet. Genau. Ja, so ist das. Gott segne dich schon, deine Familie. Ich auch, mein Bruder. Okay, ciao. Tschaui. Was geht, du Kuffar? Nicht, du kleiner Kaffir. Du bist ein Kaffir, du kleiner Zip. Ey, Zip sagt man sowas nicht. Wenn dann... Ja, du Kuffar. Danke, Kaffir. Danke, Kaffir. Gottes Segen. Gottes Segen, mein Lieber. Ich hab gerade ein lustiges Video gesehen von Pierre Vogel, ja. Ja, und... Kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören. Erzähl weiter. Ja, genau. Und zwar gab es da so einen Kommentar, wen er als Vorbild mehr sieht. Also, Jesus oder Mohammed? Natürlich hat er Mohammed gesagt, weil er gesagt hat, dass Jesus damals bei Samuel... Ich hab jetzt vergessen, welcher war es, Säugling zu töten und so. Ja, es ist Samuel 15,3. Ja, genau. Okay, das heißt, das heißt, die Kinder davon aus, dass angeblich Jesus ja sozusagen, in der Bibel steht, dass ja Mohammed der letzte Prophet ist, dass er ja vorhergesagt wurde von der verfälschten Bibel, nebenbei gesagt, ja. Dabei, dass dann der Mohammed auch, das bestätigt, dass die Bibel verfälscht ist. Hä? Wie geht das? Also, die nehmen von der verfälschten Bibel, ja, nehmen die an, dass Mohammed vorhergesagt wird. Okay? Und dann, um das alles zu bestätigen, dass die Bibel verfälscht ist. What the fuck, Digga? Paradox. Aber sowas von. Und dann frage ich mich, wenn doch in deren Koran steht, dass Jesus Christus ja sündlos ist, dann ist er doch, was heißt quasi, dann ist er Fakt ein besseres Vorbild als Mohammed, oder? Also, was gibt es dazu? Natürlich, wenn jemand nie in seinem Leben gesündigt hat. Wie kannst du dann jemanden, der es gesündigt hat, mit jemandem gleichstellen, der nie in seinem Leben auch nur einen falschen Gedanken oder gesündigt hat? Das ist doch Quatsch. Er steht über allen Propheten und über allen Engeln, der Herr Jesus. Natürlich, das ist der Prophet, das ist ein... Er ist König Christus. Genau. Ah, Alter, das verstehe ich nicht, Alter. Ja, das verstehe ich nicht. Aber was soll man sagen zu seinem Bad? Ich meine, als Toilettenbüste würde sie sich das am besten eignen. Hallo? Ich glaube, die Verbindung ist scheiße. Das ist meine Verbindung ist scheiße? Jesus Christus. Ohne, dass man... Ja. Das ist heftig. Wundervoll. Ich habe leider nichts verstanden. Die Verbindung war schlecht. Ich habe gesagt, der Herr Jesus Christus ist wundervoll, heilig, gerecht. Natürlich, natürlich. Amen. Okay, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Alles klar, dich auch, Bruder. Ciao, ciao. Hallo? Hallo? Shalom. Shalom, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Wie geht's dir? Amtut Jesus, dank dem Herrn Jesus Christus geht's mir gut und ich lebe und ich bin gesund. Das ist auch gut. Okay, freut mich. Ich habe gestern eine Diskussion von dir mitbekommen mit diesen Hassuna. Erinnerst du dich? Ja, der gehirngewaschene Schritte. Ja, ja. Ich habe mit ihnen auch öfters vorher Diskussionen gehabt wegen Iran und so, wegen Belat-Tefaqih. Du kennst ja das System in Iran, ne? Das System in Iran? Ja, Belat-Tefaqih, wie man das nennt, das Staatssystem. Ja, also nach dem Muster von den im Koran vorhandenen Gesetzen und deren Hadiths, die dann zur Hand genommen werden. Was ich dir sagen wollte, ich habe die Szene gesehen, die Stelle, das hat mir ein Kollege geschickt, wo er gesagt hat, man darf nur Verteidigungs-Dschihad machen. Wer nimmt denn so was in Ernst, Mann? Echt? Jetzt eine Sache, nein, nein, kann ich kurz ausreden, also ich wollte dir quasi noch so das bekräftigen, auf jeden Fall. Dann hast du ja gesagt, ja, Iran hat ja Dings gemacht, einen Umsturz quasi gemacht, ne? Ja. Das Krasse ist, dass Khomeini tatsächlich der Ansicht war, dass man wirklich nur Verteidigungs-Dschihad machen darf. Und, okay, das ergibt für mich auch keinen Sinn, weil die sagen dann einfach, das war Aufstand, so quasi. Und Verteidigungs-Dschihad geht dann nur für den Staat, also für den islamischen Staat, die dürfen dann nur Verteidigungs-Dschihad machen. Die Sache ist aber, dass sie natürlich auch in die Offensive gehen, in Syrien haben sie sich ja auch eingemischt und in, was jetzt momentan Israel-Konflikt angeht, machen die auch. Naja, egal. Aber was du hättest als Argument bringen können, ähm, du kennst doch die Fahrt mit Saman Rushdie, ne? Ja. Ja, das ist genau dasselbe wie Stürzenberger. Also, wie Stürzenberger weißt du, was der gesagt hätte, der hätte gesagt, das ist nicht mein Marja. Ich, es ist egal, was ist. Das ist sein Marja, das ist sein Marja ist Harmony. Das ist das 1-1 dasselbe. Harmony hat einfach die komplette, äh, Regel, Regelwerk von Khomeini übernommen. Er hat einfach gesagt, nimm das, er hat nicht mein eigenes Regelwerk, Harmony. aber du weißt ja, die Hedden sind mein bester, du weißt, wie Schieden sind. Sobald es brennst, nicht wird, mit Rumäini, Schenkelverkehr und so, er sagt er, ja, ich akzeptiere das nicht, auch wenn ich ihm folge, aber hier hat er vielleicht einen Fehler. Weißt doch wie, ey, das ist Heuchelei, guck mal. Der ist Heuchelei, der Typ, der leugnet alles, was ihm brenzlig wird. Das ist Heuchelei, ich sag dir eine Sache, ich guck mal, ich kenne diese Leute, ich hab mit ihnen auf genug diskutiert, guck mal, bei euch leugnen die das, aber wenn die mit uns, Schiiten, die das kritisieren, ja, ich bin jetzt zum Beispiel Achmadi, ich lehne die Gelehrten alle ab, so, ich folge nur den Hadithen, so, auf jeden Fall, wenn ich ihnen das sage, dann verteidigt er das mit Hand und Fuß und bei euch sagt er, ich lehne das ab. Ja, siehst du, wie unheerlich ist, was ist so geil? Ohne Scheiß, bei uns, bei uns sagen die, ja, du Gottlose und so, die beschimpften uns, die sagen, ja, wie kannst du nur die Gelehrten kritisieren und bei euch sagen die, ich lehne das ab, das ist ein Heuchelei, ist das einfach. Naja, aber auf jeden Fall, wenn du mal diese ganzen, wenn du diese ganzen Leute, du heuchler, du lügner, wie der lügt um sein Bild anzurettet. Hallo, hör mal zu, weißt du, weißt du, wie dieser Schenkelverkehr-Vator zustande kam? Wie denn, nach Mohammeds Muster, ne? Nein, guck mal, der erste, der diese Vator rausgehauen hat, das war ein Kazim Yasti, ja, so, und der hat vor 100 Jahren gelebt, Mohammed Kazim Yasti, das war auch so ein Ayatollah, der hat als erstes diese Vator rausgehauen und die anderen, nicht nur Rumäni hatte die Vator, auch ein anderer, Huy hatte die Vator, sie sahen, hatte die auch, sie sahen, hat er wie rausgenommen, weil da gab es ein bisschen, die Leute haben ein bisschen Aufstand gemacht, weil es ist dann nicht immer so, wenn irgendwie die Leute, die Vator von denen so fragt, wenn ich bin, das Volk, dann zieht der die immer zurück, so, damit sie nicht sagen, auf jeden Fall, die haben das einfach nur noch, ja, in Irak, ja, der hat die meisten Anhänger, die war auf jeden Fall, die besten Kapsäle sind von, Rumi, Rumi, wie ist die Menschheit denn entstanden, ja, wie ist die Menschheit denn entstanden, also nach den Überliefern von den Imamen, von Ahl-Bait, A.S. haben, ähm, die Kinder von Adam, ähm, äh, also von Jinn, haben sie sich vermehrt, und mit, äh, Paradiesfrauen, die die bekommen haben, mit Huris, die haben auch von den Huris bekommen, und mit denen haben sie sich vermehrt, und halt mit Jinn, das ist die Überlieferung von Ahl-Bait, also haben die mit Dämonen, ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-macht, nein, guck mal, bei uns, Jinn sind keine Dämonen, guck mal, und Jinn sind wie Menschen, ich erkläre dir, wie bei Jinn bei uns sind, Jinn sind wie Menschen quasi, es gibt unter ihnen Gute und Schlechte, ja, es gibt, auch unter Menschen gibt es Dämonen, in unserer Art. Ja, habe ich doch gesagt, die Muslime glauben daran, dass es Gute und Schlechte Jinn gibt, aber es gibt nur unreine Geister, die Bibel warnt uns davor, dass es, nein, Jinn sind auch keine Geister bei uns, Jinn sind keine Geister bei uns, Jinn sind, Dämonen, wie bitte? Die Dämonen können sich als Engel des Lichts verkleiden, genauso ist das dem Mohammed passiert in der Höhle. Nein, das ist nach eurer Ansicht so. Ja, kann sein, dass es bei euch sind, aber es sind bei uns. Habib, du siehst ja, dass die Bibel 600 Jahre vorher kam und uns Anhaltspunkte gibt, wie man solche falschen Propheten erkennt und alles mögliche. Guck mal, Kollege, das ist nicht unser Thema, darum wollte ich auch gar nicht mit diskutieren. Mir ging es einfach nur um diese ganze Iran-Sache. Ja, das ist ein anderes Thema. So, aber auf jeden Fall, ja, ich bin da voll, was sagst du denn von dieser ganzen Sachen, was hast du da von sich gegeben? Wie bitte? Was hältst du denn von diesen ganzen Sachen, die der von sich gegeben hat, diese gehirngewaschenen Aussagen, wo ich den konfrontiert habe mit? Ja, ich sag ja, das ist alles Widerspruch. Das machen wir zu gut. Guck mal, ich sag dir das nur, guck mal, das ist einfach nur, weil die sich, die merken jetzt, dass die Kacke am Dampfen ist und die versuchen, sich jetzt quasi reinzuwaschen mit sowas. Aber wie gesagt, guck mal, ich gebe dir auch noch ein Beispiel. Es gab zum Beispiel einen Gelehrten in Iran, der hieß, der hieß, Mursa Mohammed Al-Istarabadi oder Mursa Mohammed Akhbari nennen die den. So, da war also quasi von, von dieser Denkschule, wie ich, ja, in Akhbari, der also diese ganzen Gelehrten scheiße da ablehnt, ne, dass man Gelehrte so hoch noch wie bei den Katholiken. So, das haben die aber entschieden gemacht, diese, diese Leute seit neuestem, seit 100 Jahren gibt es dieses System, dass man so null, das so hoch in den Himmel ragt. weißt du, wie soll es, wenn das so Päpste. Auf jeden Fall, ähm, der hat dagegen geschossen, der hat die richtig fertig gemacht. So, was haben sie gemacht? Einige Gelehrten aus dem Irak, einer, der hieß, Kaschisch-Vol-Rita. Der hat dann andere Gelehrten dazu mobilisiert, dass die Fatwas erlassen, um diesen Gelehrten zu töten. Und die haben den dann kalt gemacht, die haben den umgebracht. Verstehst du, wir haben einen anderen Schied, nur weil er ihren Gelehrten-Kult kritisiert hat, haben sie den kalt gemacht. Wahnsinn. Denkst du dann, die machen da Ausnahme? Denkst du, die machen dann Ausnahme? Die Schiiten haben ja die Doktrin, dass ihre Imame unfehlbar sind. Das ist heftig. Ja, haben wir ja, aber du weißt jetzt, ich rede jetzt gerade über die Gelehrten, ich rede jetzt nicht über die Imame. Ja, aber du siehst, dass sie ihre Imame so hochheben, dass sie ihnen Unfehlbarkeit zuschreiben. Das ist ja Wahnsinn. Du wirst ja nur, dass Gott unfehlbar ist. Boom. Ist doch Jesus doch auch unfehlbar, oder nicht? Ja, weil er Gott ist. Er ist ja Gott, ja, schön. Aber sind die Engel bei euch unfehlbar oder feber? Nein, in der Hinsicht, dass diese Leute, also wie die Leute sage ich, die Engel, die, die, äh, Commandments, die ausführen, also diese ganzen Sachen, die der Herr ihnen gibt, ausführen. Und sie hören auf die, ähm, Befehle des Herrn. Die Engel sind dafür geschafft, das sind ja Lichtwesen. Und, die können keine Fehler machen, die sind wie Computer, ja. Ja, weil Gott ihnen das eingehaucht hat. Aber wir wissen, dass nur Gott fehlerfrei ist. Der kann ja nicht einfach so Engel machen, die zum Beispiel fehlerhaft sind. Das ist ja Quatsch. Aber die Engel wurden ja, äh, sie haben sich ja entschieden damals im Paradies, als sie dem Grünziffer zugehört haben, und dann ihnen zu folgen. Dann sind sie alle rausgespissen worden aus dem Paradies. Äh, also, was, sind jetzt Engel, also Engel sind nicht unfehlbar quasi bei euch? Ja, genau, die Engel sind nicht in der Hinsicht unfehlbar, außer diejenigen wie Raphael, und Michael, die dem Herrn gehorchen, ne? Aber darunter gab's ja dann auch Lucifer, der, der Musik, ja, stimmt, ja, natürlich, der war ja auch ein Engel. Der war der einzige, der mit freiem Willen ausgestattet war. Ja? Und durch seine Verführung hat er dann eine Schar von Engel auf seine Seite gezogen. Na. Bei uns sind die Engel auch Lichtwesen und dadurch machen die bei uns keinen Fehler, weil das Licht steht halt für die, für die Rechtsleitung, wie das Gute. Die sind so wie, die können keine Fehler machen, weil die haben nur Vernunft nach unserer Lehre. Und wir sehen den, 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 den Lucifer, den sehen wir nicht als ein Engel. Der war kein Engel. Der war so ein, quasi ein Jinn. Und weil der so krass gläubig war, und den freien Willen hatte, und sich aber immer für das Gute entschied, war der quasi so der Chef von den Engeln. Aber der hat ja sich dann letzten Endes gegen Gott dann gewendet, und dann wurde der halt verbannt. Das ist halt nach unserer Lehre so. Ja, aber dass ihr glaubt, dass es so gute Gins gibt und böse Gins gibt, das ist ein Quatsch. Ja, wenn das, ja, ihr habt da eure an sich, wir haben unsere. Ich wollte nicht mit dir jetzt hier irgendwelche Diskussionen, Debatten machen, ich wollte dir nur ein paar Sachen sagen. Ich bin auch gar nicht darauf aus, eigentlich so, also Christen so mit denen Debatten zu machen, juckt mich gar nicht. Ich habe andere Probleme, ganz ehrlich. Man muss diese ganzen Bekloppten, Sonniten den Außenweg schaffen. Die sind recht wirklich, wenn das so weitergeht, haben wir hier in Deutschland ein Riesenproblem. Ja, die werden ja immer lautstarker. Hast ja gesehen, was in Hamburg abgeht. Ja, macht keiner was. Guck mal, ich bin ja selber Deutscher, aber mich fass das ab. Die haben das mit Sylt richtig in den Vordergrund gestellt. Da haben ein paar besorfene Deutsche gezeigt, die wahrscheinlich nicht mehr beruflich haben, was die da labern. Aber das da mit diesen Typen da, das haben die alle haben lizenziert, sogar die sind immer am Meti, die sind Spaß, die haben lizenziert. Hast du das gesehen? Ja, ja, ich hab's gesehen. Du hast komplett, du hast die gesamte Medien gegabt. Wahnsinn. Der sagt, der ist ein Prophet. Oh, fertig der Typ. Wahnsinn. Ich bin Imam Meti, der Außerwählte Gottes. Ich bin ein Prophet. Sunniten sind Kofar. Shiiten sind Kofar. Nur Koran ist wichtig. Ja, der sagt aber nur der deutsche Koran, der arabische Verfälscher hat er gesagt. Nur seine Übersetzung, weil er nicht mal arabisch lesen kann. Der ist, das ist der richtige Koran. Ein Übersetzung. Weil es was lustig ist, diese Albatul, kennst du Albatul, du hast auch mal mit ihm diskutiert, ne? Wer? Du hast doch mal mit dir, sich hier haben sie diskutiert, diese Albatul, ne? Ja, Albatul, ja. Der, der, äh, der Imam Meti, die haben auch mal mit dem, richtig seriös, die haben den voll ernst genommen, haben die mit dem diskutiert, und da hat die dann so beleidigt, die Hohen sind es. Boah. Aber die haben sich das gefallen lassen, ne? Die haben so richtig mit denen, die haben den ernst genommen, obwohl er gesagt hat, dass ein Prophet ist, und so haben sie noch versucht, seriös mit dem zu reden, um den zu bekehren. Boah, da siehst du mal, da siehst du mal, dieser alte Mann, dass der da, ey, ich verste, siehst du, kennst du diesen Senat, der mit denen immer diskutiert? Der ist ja auch total gehirngewaschener Typ. Oh, verstoß. Oh, ich krieg verstoß, aber was hab ich gemacht? Ich weiß nicht, du musst, du musst raus. Du hast, äh, beleidigt. Du hast das Wort Punkt Punkt Sohn gesagt. Du hast, äh, beleidigung ausgesprochen. Du hast, äh, Schimpfwörter gesagt. Gottes Segen, mein Bruder, Gottes Segen. Gott segne dich wieder allen. Ja, hör mal, ich hab nur ne Frage. Hier von der Gummibärbande hat mich einer tiefst beleidigt, und, äh, schreib mir mal privat, weil ich müsste mal was gucken, ja, geht das mal. Was willst du machen? Ähm, dass du mir privat mal schreibst, hier von der Gummibärbande muss ich mal was gucken, weißt du, mal was klären. Ähm, hat mich einer tiefst beleidigt, weißt du, gegen meine Mutter und so, und, äh, kann ich so nicht sitzen lassen. Ich mein, der Herr ist zwar gut, aber, äh, irgendwann ist Oma genug, weißt du. Ja. Ja, nicht, nicht Hass in deinem Herzen pflegen. Das ist genau das wollen wir. Ne, da hast du nicht, darum geht's nicht. Ich mein, mit mir ist das Problem nicht so. Nur, ich hab noch viele, die nicht im Glauben sind, weißt du, und das sind trotzdem meine Brüder noch, weißt du. Und, äh, die, die rufen mich die ganze Zeit an, so und so, und, äh, ja. Ja, halt. Was sagen die, die sagen, die sagen, die nicht als Punkt, Punkt so ein Beleidiger oder was? Ja, ja, genau, genau. Und das Problem ist, ich hab denen so oft gesagt, ich hab gesagt, ihr müsst aufpassen, ja. Also, das sind, ich mein, ich kam ja von einer Gruppierung und so, und das ist nicht schön, so was, weißt du, zu sagen, ja, dann haben sie so ein Video und so gemacht, und jetzt, äh, ja, weißt du. Ja, damit musst du rechnen, du hast es nicht mit normalen Menschen zu tun, äh, die kennen Jesus Christus nicht. Die haben einen ganz rufartigen Geist, man. Amir, Amir, mir ist das klar. Für mich ist das kein Problem. Nur das Problem ist, ich hab ja auch noch andere Leute, die nicht im Glauben sind, ja, und die sehen das genauso. Die sagen, das ist meine Mutter, weißt du. Ja, ich rate dir davon ab, irgendetwas zu machen. Du musst diese Menschen segnen und nichts mehr mit dir zu tun haben. Ja, 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 okay. Ja, kannst du aber trotzdem mal privat schreiben, ja? Ja, kann ich mal machen, ja. Gott segne dich wieder. Lass dich nicht vom Hass blenden. Nee, nee, mach ich nicht, mein Bruder. Ja, Gottes Segen, mein Bruder. Sag so. Ja, mir fällt das auch schwer. Ich krieg von morgens bis abends Drohungen, Beleidigungen. Was meint ihr, wie mein Fleisch denn drückt? Wie viel vor euren Augen wurde meine Familie runtergemacht und alles Mögliche? Aber was sagt der Herr? Was sagt der Herr Jesus? Was sagt der Herr Jesus? Diese Menschen sind nicht im Glauben. Wir sind im Glauben. Wir sind im Glauben. Wusste ich nicht. Ich bin erst einmal in TikTok gleich. hallo ich sage ja das jetzt das habe ich jetzt zur kenntnis genommen das wusste ich vorher nicht so ich hab da nicht drauf gar ich bin zum ersten mal live hier in tik tok auf jeden fall das wollte ich sagen wir haben wir haben wir haben mit diesem verrückten wirklich ernsthaft versucht zu diskutieren der typ gehört in die geschlossen dass man das nicht mehr dass die steht unter tabletten und der ist total banane der typ aber die handeln wirklich in den medien noch genutzt so quasi noch mehr so als stadt ist das für ein gefundenes fressen ist auf mtv geguckt weiß meinst du wie die leute jetzt gerade die debatte starten mit dem migration und so das kommt den so wie gerufen die diskutieren ernsthaft afghanen massenweise abzuschieben afghanen ganz besonders afghan ja aber ich weiß was sie machen sie holen immer die falschen afghanen ins land war ein paar tagen war ein afghan hier drinnen dann bedroht er mich so eiskalt und da war gerade mal so drei jahre oder so das problem ist die holen die ganzen taliban hier rein diese ganzen paar stunden aber dieser hasard die wirklich arme säue sind die von taliban unterdrückt werden wir in reihenweise einfach ohne grund abgeschoben weiß dieser hasard auch in iran wir sind die richtig anderen leitern die werden da sowie zweite klasse menschen machen warte mal schaut mal schnell auf bild was ist denn da was passiert bild.de schauen bild.de schauen was ist denn da bild jagd auf den hass islamisten wahnsinn süleyman attayi sein gesicht ist komplett zu sehen die asylakte des polizisten mörders von mannheim wahnsinn der sieht so richtig wie so ein salafi typ aus ne guck dir das mal an richtig wie so ein salafi typ und imametti schon wieder in den auf titelseite von bild das ist richtig film geworden er feiert den messer terror von mannheim auf tiktok unglaublich unfassbar ja ich kann das jetzt nicht lesen weil ich bin gerade am fahren absolut krank der imametti kam ja einmal hier rein ich habe ich habe so ein bisschen mit dem geredet dann habe ich zu den wo ich gemerkt habe da kommt noch kamelurin raus da habe ich so ein bisschen mit den spaß gemacht da sagt er ob ich dich sehe ich nicht richtig und die ganze solche blöden sachen sagt er meinst du ja immer mit die tablette die wirken nicht mehr ich weiß ich besorge die neue kein problem da musst du die dosis höher ansetzen der braucht dann diese richtigen betontabletten der braucht das richtig das sieht so aus wie so ein knastbett die sind wieder da sitzt auf diese knastbett oder was ist das keine ahnung der ist da irgendwo in der irrenanstalt unterwegs der ist nicht hier in deutschland der ist irgendwo im ausland der ist in alcatraz irgendwo in keiner muss ich jetzt kriegen das sieht sehr sehr schrecklich aus aber dass er dann immer oberkörper frei und dann wieder diese geräusche dann noch macht du 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 wie so laser imametti's laser show ja es ist so krank ja es ist einfach so krank ich verstehe die welt nicht mehr ehrlich jeder hampelmann bekommt ein handy in der hand und dreht tiktoks ja hier sind ja genug gekloppt auf ja was ich hier noch sagen bitte nicht nur du wirst du wirst bedroht also ich meines gleichen werden auch oft genug von deutschen leuten bedroht und sogar von diesen fanatikern weiß dass sie kommen die haben einen kollegen von mir sachen und gesagt wie weil er was gegen iran gesagt hat ja wie wenn die dein gesicht aufschlöpfen okay sorry du weißt schon solche sachen haben die den gesagt und so richtig krass liegen bedroht und so ja ja aber das werden die bei euch das machen die bei euch nicht die tun ja dann immer auf gebürt du kennst ja diese feine iran islamische republik iran die machen immer so auf so gebildet und so aber bei euch sind die ne bei uns sind die richtig so da zeigen ihr wahres gesicht so dieses radikale so wenn du was sagst du bist du iraner ne ich bin kein iraner ich bin deutsch habe ich ja eben gesagt du bist deutscher ja genau du bist deutscher bis zum schiitentum konvertiert ja vor über zehn jahren heftig unglaublich wie kam es denn dazu du hast eine lange geschichte du hast also ja gut du warst ja bestimmt kein christ du warst einfach ein normaler typ der einfach sein leben gelebt hat ne ich sag dir so ich war schon religiös und ich habe auch an jesus geglaubt aber ich habe das nie mit trinität oder so von zu hause aus gelernt gehabt meine eltern haben das auch nicht dran geglaubt ich bin noch zur kommunion gegangen ich habe mich auch mit die geschichte von den propheten so den verschiedenen beschäftigt das hat mich immer interessiert als kind aber ja das halt so mit trinität und so das war halt einfach nichts für mich das hat einfach ja ja aber das heißt weil du etwas nicht verstehst heißt es noch lange nicht dass du dann auf einmal abhaus sondern setz dich damit auseinander und du versuchst das ja ganz habe ich aber für mich hat es keinen sinn da geben aber ich will auch nicht tiefer darauf eingehen weißt du jeder eben das sein ich will dich auch nicht in deiner hinsicht da verletzen oder so wenn du damit glücklich bist was du glaubst dann soll das so sein guck mal weißt du ich sag mal so in erster hinsicht und das vergessen viele menschen solltest du erstmal mensch sein ja weil es bringt ja nicht wenn du einen richtigen glauben hast aber du bist einfach menschlich scheiße verstehst du was ich meine das bringt ja absolut gar nicht ja gut ich will sagen dass wir alle die herrlichkeit gottes verfehlt haben es gibt nicht einen der gutes tut auch nicht einen der nach gott fragt allesamt taugen wenigstens weißt du ich habe sogar viele christliche bekannte richtig also religiöse gläubige christen auch bekannte die theologie studiert haben und so weiter und ich habe mit dem kein problem ich unterhalte mich mit dem ganz normal über die religion ohne dass wir uns jetzt irgendwie gegenseitig keine ahnung was ja weil ich habe da gar keinen bock drauf so ist weshalb ich habe mit christin kein problem oder so die tun wenigstisch du dennis um solch mich mit dem da jetzt niemals gewaltig sind ja das ist auch so das sage ich immer wieder den leuten guck mal ich habe mit den leuten diskutiert die sagen zu mir wegen dieser sache was jetzt in mannheim passiert ist das lange zu mir naja macht das mal in amerika gegen jesus die werden genauso regeln sage ich was für ein quatsch in das hausberg machen sie sich über jesus lustig in bei weiß ich wo auch in amerika und kein schwein macht sowas ist nicht so ja weil die ist nicht mit gewalt reagieren dürfen ja das ist das problem nicht nur die leute so die die ich meine guck dir doch mal anders da steht in diesen in buchhari und den ganzen kram da was für kranke sachen da die leute werden doch dazu angestachelt so was zu machen ich meine weiß ich viele vertauer es gibt dass die rafe da ihr blut ist halal und so weiter kein wunder dass sie dann so solche sachen machen wollen und nicht nur gegen die also auch gegen andere also wir haben schon diese vier rechtsschulen haben schon einiges stadt gelassen und noch andere gelassen und darauf stützen sich hat die leute und ihre kalifen waren jetzt auch nicht gerade die besten vorbilder wenn man mal sieht was die alles gemacht haben oder wie wieder den iran quasi zwangsbekehrt haben und so damals na ja weil es sind ja deine vorbilder ich rede nicht von den ersten drei ich rede nicht schon mal kommen wir unter ihm am alia der ist dann seine kalifatzeit es gab nicht mal gefängnisse und so weiter das war komplett anders da waren himmelweiter unterschied zu den drei muskeltieren deswegen deswegen hat ali ohne hände menschen die köpfe weg gemacht und alles mögliche in schlachten ja die gegen ihn gekämpft haben das ist doch normal der musik hat auch gekämpft der moch der hat ja auch mal die an einfach ganz normal auch territorium angegriffen und erobern nein 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 quatsch gar nicht guck mal oma hat ihn gefragt als als er das muss man auch bitte ausgeben lassen wir mal bitte aus dem bruder jetzt kommt du bist so richtig auf krawall immer gewiss entspann dich mal ich möchte ja ich bin ehrlich und ich sage ich sagte meine sichtweise so das was ich richtig guck mal damals das kann ich dir gerne nachschicken bestätten nach der ball ja kann ich das gerne schicken aber kam damals wie man alle und hat ihn gefragt ob er mit ihm kämpft gegen die perser und immer mal alles abgelehnt er hat gar nicht er hat an keinen einzigen feldzug von amma teilgenommen immer mal erläsern oder aber bekommen und wer auch immer da aus mann der hat nicht mal einen einzigen feldzug von denen teilgenau ja der hat feldzüge gezogen gegen wo wir zum beispiel durch welche war der wo wir gegen die man allen krieg gezogen ist oder gegen reiche aber der hat nie angefangen die sind auf wen sie haben ihnen angegriffen und hat sich verteidigt hast du gerne recherchieren aber gut aber wir haben ja gesehen was mit oma passiert ist aber nur hat in die händen geschickt also abu lulu ist abu lulu wie kennst du nicht virus ich kenne nur wenn kinder zu ihren pnis markieren wollen oder sagen wollen dass sie das lulu nennen nein kennst du nicht in iran omar koschum ja was bedeutet der mörder von omar koschum ist doch iran immer die feiern das doch ja und derjenige der den der den kalt gemacht hatte ist abu lulu der perser wo viele iraner feiern ihn doch als nationalheit sogar die leute die keine muslime sind in iran das wundert mich dass du ihn nicht kennst pirus nahe wandi ist der ist ja mit einer der meistgehasstesten im iran also ich glaube dass mit die gehasste person überhaupt ich glaube es gibt eine überlieferung vor ali die nase bricht oder so ne ja als als das haus von fatima angegriffen hat hat immer mal alles an ihn gepackt und hat gesagt hätte ich nicht dieses diesen versprechen an den propheten dass ich geduldig bleiben soll der her zu sehen was ich mit dir gemacht habe weil es sinngemäß ja er musste sich ja zurückhalten kann ja das hat er auch gemacht also das war das mindeste ok mein lieber gott segne dich und deine familie ja ich hoffe ich hoffe nicht dass du auch von solchen bescheuerten da irgendwie das ging alles in der hand ist ein jesus christus amel was gut ja ciao so toni wollte was sagen toni ja warte was ist denn bei abu biceps so meine was denn da los echt warum schreibt ihr mal alle abu biceps man beruhigt euch mal soll ich mich wieder hier aufregen oder was ist das hatte ich wüsste müll bei abu biceps ihr meint isa eisenberg oder was schwester isa vielleicht will abu biceps seine schminktipps nicht annehmen und jetzt streiten sie sich ich wollte einmal kurz zeigen in einem seiner videos dass vor der attacke auf den polizisten in mannheim hochgeladen wurde passiert der hasse islamist mit nackten oberkörper und einem langen bla bla dann beginnt er fast wie von sinn damit herumzufuchteln den rest kann kann jeder sich selber durchlesen aber was echt hirnlos ist ist warte wo war der abschnitt und erstellt sich sogar gegen den begründern des islam den propheten moment warum vergöttert ihr mohammed das ist nicht gut moment war ein nichts nutzt denn ich bin imam meti ich wurde von gott auserwählt ich habe mehr wissen als alle gelehrten aber hatte aber das kriegt man doch nicht kostenlos entschuldige also du mit einem löwen auf tik tok kriegst es auch nicht damit will er auch geld machen für 1500 euro bietet er mächtige gebete an mit denen kannst du dämonen beherrschen oder vertreiben der imam meti der ist ein richtiger richtiger businessman ist ja noch heftiger wie der alas islam ja imam metwurst das ist das immer mitwurst also vereint ein racke im monat musst du ganz monat arbeiten das sind aber auch bilder als ob sie das aus 1992 ausgezogen hätten jetzt kann man sich durchlesen ist ja also dass so ein choleriker bei der bild-zeitung landet ist schon recht schade um ihn und schade um auch seine familie weil weiß was mich mal so traurig macht hinter jedem erwachsenen menschen dick hier ein kleiner junge oder ein kleines mädchen was mal ein zwei jahre alt war was mal gestolpert ist und wo kommen wurde und weiß was ich mein dass dann sowas bei rumkommt das ist echt da hat man echt herzschmerz dass menschen so geistig abdriften ja na gut ja man kann nur beten das ist weil wenn man immer sich vor augen hält dass das jeder mensch war mal so ein kleines baby so ein kleines kind das jahre später so sowas aus menschen wird ist echt krank was islam und religion macht wenn du damit vergiftet müssen das ist so krank ja es ist echt hat dich also wie viele menschen in anderen ländern hunger leiden müssen und und sofort mit uns tauschen würden selbst die die hier am bahnhof betteln selbst mit denen wenn die sofort tauschen und leute schmeißen so ihre privilegien weg das ist unfassbar ja 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 beten ja gottes segen gottes segen oder danke denn ja schau mal ich habe eine frage wie werden denn engel beschrieben was willst du die werden denn engel beschrieben in der in der bibel oder also wie werden engel beschrieben als diener gottes als diener der gerechtigkeit und dass sie dem herrn untergeordnet sind und seine befehle ausführen aber dass das bild an sich also dass das bild als gibt es ein bild oder beziehungsweise wie die aussehen also meines wissens weiß ich aber der könnte es gibt ja andere geschwister die sich ein bisschen mehr ausgehen ob es da bibel stellen gibt wie die engel aussehen ich denke die haben auf jeden fall ein sehr sehr wunderschönes aussehen wie der herr sie wunderschön gemacht hat und das sind eigentlich so mehr oder weniger lichtwesen also ich habe mal ich weiß nicht ob das stimmt keine ahnung im internet steht sowieso viel müll aber man sagt ja es gibt ja verschiedene sorten also verschiedene stufen und so mehrere kreisen mit mehrere augen verstehst du und ich habe mir das so vorgestellt es gibt verschiedene engelswesen engelstypen der cherubinen und hast du nicht gesehen genau korrekt und ich habe mich jetzt gefragt weil es gibt ja so mit mit sehr viele augen und so ein zeug und hast du nicht gesehen und das sieht irgendwie so erschrecklich aus weil man hat ja so dieses bild so engel sind so schön und hübsch und mit flügel und so ein zeug und das sieht ja eigentlich gar nicht so aus und dann habe ich das irgendwie so verbunden mit kennst du dieses diese dieses augen dieses talisman mäßig von 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 diesen islam ja genau da habe ich das so verbunden genau er hat das irgendwas zu bedeuten oder kulte symbole man das ist in der okkulten wie sagt man im okkultismus es ist also gang und gäbe aber hast du mal so ein wesen schon im internet so schon gesehen so diese mehrere ringe mit ganz viele augen und flügel und so zeug ja das sind alles versuche irgendwie was zu beschreiben oder zu zeichnen irgendwas hinkritzeln oder was nein so wie der herr die seraphin und cherubin in der bibel beschreibt muss man sich halt durchgucken anschauen durchlesen ja aber meine frage wurde immer noch nicht beantwortet ich habe immer noch kein 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 was heißt bild keine vorstellung wie wie oder oder verwandelt es sich in seine eigene form ja was nützt dir das denn jetzt wenn du sowas jetzt mal wissen willst was denn da was ich habe ich habe mich ich habe mich das so gefragt dass das filmt einfach so in meinem kopf das war diese engelswesen und dass wir darüber kopf machte lieber kopf darum video gerettet wird hast du denn da hast du dich überhaupt schon bekehrt auf auf einer seite schon also ich ich habe meine ja schon also ich habe meine eigene beziehung mit den herrn auf jeden fall ja bis hast du deine schuld komplett vor ihm bereut bis auf die kniege als reu gezeichnet angenommen als sein herrn und eiland und das auf jeden fall definitiv zu 100 prozent und ich begebe jeden tag fehlern definitiv und wie gesagt ich war auch so skeptiker am anfang und sehr 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 komisch ich habe daran auch gar nicht geglaubt wenn ich ehrlich bin weil es für mich einfach das so geschichten waren und so und ja weißt du was du nicht siehst aber ich habe ich habe dann gesehen auch weißt du also ich habe auch ein erlebnis auch gehabt und ein sehr sehr krasse erlebnis was ich auch erzählen möchte ich hatte so ein traum mäßig und ich habe einfach so also ich habe er war da aber ich habe ihn nicht gesehen aber er war da und er hat mir so sehr viel gold gezeigt sehr viel gold aber so kleine gold platten mäßig und und ich habe irgendwie sehr so ein gefühl bekommen so ein glücksgefühl aber ein extremes glücksgefühl und dieser traum hatte so einen sinn für mich so schau mal wie viel liebe ich für dich habe und du kriegst nur ein stück davon um es auszukosten und allein dieses kleine stück war für mich komplett zu 1000 prozent also ich war komplett voll mit blüßgefühl und ich habe mir vor dann vorgestellt und auch gedacht noch gesehen so so viel lieber hatte für dich und warst erst mal so eine kostprobe bekommen und zahlt für mich sehr sehr krasse erlebnis und ich erlebe jeden tag auch sachen danke und da auf jeden fall und es ist auf jeden fall schwer jeden tag nehmen wir werden jeden tag auch auf den test gestellten also wir werden echt verführt vom bösen und es ist echt schwer muss man wirklich sagen okay danke dir dass du mir zugehört hast ich wünsche dir alles alles gute und pass auf dich auf ja gott segne dich und deine familie boah leute ihr braucht jetzt nicht hier rumzuspammen mit ab und biceps man leute wir haben halb zwölf man soll ich mir jetzt noch den kopf da kaputt machen mit diesen leuten die nur kamelowin von sich geben hat ihr gesehen was wird was das für leute sind einfach nur am leugnen einfach ihre eigene meinung da reinhauen in ihren in ihren eigentlichen schlafen was das bitte man so crazy sagen wir da hin zu aber ich kenne mich muss dann wieder los schreien ich muss diese leute ich meine stimme total am kratzen und am ende habt doch mal habt aber gnade an mir herrlich das ist doch unglaublich habt doch gnade an euren doktor scheck aber wenn es kann doch wohl nicht wahr sein habt doch gnade an mir hallo hallo grüß dich mal lieber bitte mach mir den gefallen und geh mal in sein live bitte der hat 2.000 zuschauer und ich hab dein live gestern und vorgestern gesehen mit dem hasuna und glaub mir noch da reingeht dort mit die zuschauer die zuschauer werden noch steigen glauben alle im cell wollen da rein und glauben die verbreiten also irgendwelche sachen muss da rein und die leuten die augen öffnen wer ist denn alles da drinnen da ist dieser bilder drin der vorhin gerade drin war bei dir dann glaube ich und noch zwei irgendwelche keine ahnung wem und noch jemand du musst bitte da rein jeder will das bitte ich habe dann live gesehen und ich mag das also selbst so da ist nicht schreiben müsstest oder selbst wenn nicht ich mag das unterhalten das ist witzig du musst da reingehen die 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 regen da nur unsinn wochen ist da aber ich kann nicht wir haben jetzt halb zwölf ich habe keine lust jetzt noch meine nerven kaputt zu machen weil das leute ehrlich wir haben keine mittagszeit wo ich noch fit bin langsam langsam geht auch meine computer fährt sich gerade runter oder wisst ihr was kommen wir gehen da rein kommen und da sollten wir uns alle einig sein dass so ihr seid ihr wechselt seine familienangehörigen was für ein niveauloser mensch alter herrlich unglaublich aber bitte nicht auf familie so was war denn das gesprächsthema überhaupt das gesprächsthema war dass die afd sowieso nicht klären kann wir sind kein christlich geprägtes land wurde mir erklärt mir wurde erklärt dass die amis da man nicht loswerden könnte genau das ist auch richtig guck mal nur weil die letzten 30 40 50 jahre hier die leute nicht mehr wirklich praktizieren wie das zum beispiel teilweise in arabischen ländern die arabischen christen die praktizieren richtig die christen dort praktizieren ist richtig teilweise krass trotzdem immer noch ein christlich geprägtes land aber nicht vergessen es ist einfach traurig dass die neue generation liebe jesus christus beiseite gelegt haben die neue generation glaubt nicht einfach an trinität das ist das problem ja aber die wurden ja auch das ist ja auch in der schule alles so beigebracht worden ja dieses ganze belegte und wissenschaftliche über den glauben gestellt worden ist dann hat ja auch viel damit zu tun aber wenn man sich aber das ist das problem dass dafür können wir ja nicht dafür können wir muslime ja ja aber natürlich dass wir christlich geprägt auch aussprechen hier daniel oder werde ich dich hier aber der islam kann auf jeden fall was dafür andere länder ins sechste jahr unterrichte mal alle rechte ein ich bin beim hauptaccount hier so noch mal ex muslim damit du bescheid weißt deutschland die jugendliche glauben nicht mehr an jesus weil die finden das schwachsinnig und deshalb ist deutschland mittlerweile atheistisch geprägt ja schon mal dank mir und meiner präsenz habe ich sehr viele junge leute wieder um zur umkehr gerufen und sie fangen wieder an nach jesus zu fragen und haben angefangen wieder die zu lesen mein lieber da da muss ich dich revidieren also viele glauben an gar nichts mehr verstehst du aber die viele glauben durch meine arbeit sehr viele glauben wieder an jesus christus genau du bist du bist nach welcher statistik gehst du denn überhaupt genau das ist nach welcher statistik gehst du amir ich kriege genügend nach ich bin sehr viel nach ich frage ist nach welcher statistik gehst du sehr gute aufklärung verbunden und das an der stelle ist auch wichtig zu erwähnen der amir ist neuer der ist das ist aber das ist die arme minister für bundesamt ich danke leuten wie dir nicht nur dass sie da an der stelle versuchen die leute zum herrn zu bringen aber auf jeden fall auch dafür dass man da aufklärt und das nicht mit irgendeinem gewäsch sondern mit wissen und das ist bei ganz vielen hobby moslems hier nicht gegeben und das ist einfach so sie versuchen etwas zu verteidigen was sie noch nicht mal kennen und das ist das unglaublich ich werde dich jetzt mal gut ich habe dich widerlegen ich sage dir ist ein eisberg ist jemand der einfach unser stockkonzept leidet auch keine mehrheit in deutschland und ich freue mich auf diesen tag wenn dein glatzkopf in dem arsch von amir steckt hatte bis dann wieder rede ganz kurz amir bist du damit einverstanden wenn ich joker hier rein hole lass mal diesen clown mal beiseite was das mann der verstößt doch sogar gegen sein glauben mal ganz ehrlich man darf da nicht homosexuell sein das sollten wir mal ganz klar festhalten zumindest ist es nicht erlaubt dass man es ausleben darf von daher hat jokers schlechte karten und er sollte überlegen an der stelle sein glauben zu wechseln also dass du behauptest dass du mal salamu alaikum und alle das ist schon eine absolute lüge dann bringen wir haben die hier rein was hältst du davon von dem was gesagt wird und die andere hälfte kann er nicht ausdrücken kein problem dann können wir auch dies auch hier ein problem das ist 100 prozent 7 gerne der ist so blöd der kapiert noch nicht mal dass moses aus dem wasser geboren wurde und denkt ganz ehrlich dass es da mit der taufe zu tun hat so blöd ist der das ist das alles soll ich dir was sagen ganz kurz dann immer dein kopf zur seite wer ist dafür hier zuständig wer ist da groß schuldig dass diese person umgebracht wurde der islam ist nicht islam 5 33 9 9 vers 5 ich weiß gar nicht wo ich anfangen und aufhören nein nein warte 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 lass mich ausreden die stürzenberger sind kufat und nein diese stürzenberger dieser stürzenberger provoziert leute und er wusste dass ja was passieren wird und wegen dem der arme polizist ist gestorben willst du mir sagen alter dass der stürzenberger umgebracht worden ist wegen weil der propaganda gemacht hat oder islam aufklärung hör mal du haste doch nicht mehr alle der typ hat dem typen einfach ein messer in den hals gestochen da ist doch nicht der stürzenberger für verantwortlich egal wie provokant der ist du spinnst doch islam islam hat damit nichts zu tun dass du weißt ein richtiger muslim würde nicht sowas machen kein satz rechtfertigt das was dieser typ gemacht hat du musst doch völlig wahnsinnig sein irgendeine rechtfertigung dafür zu haben sich überleg mal nach was du da sagst ex muslim lässt du mich ausreden oder nicht amir ist breiweck ist breiweck für dich ein christ aber warte kurz warte 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 ex muslim ex muslim ex muslim ex muslim da irgend einen bibel ok warte warte ok las mal die belauze seite warte das ist nicht aus endlich daniel mama bitte zwei drei raus diese das ist viel zu viel jeder spricht durcheinander das ist krank eigentlich ein ich mich ausreden mitte höchstens und dann kann man da reden aber jeder redet kreuz und quer das ist echt anstrengend also der einzige der hier rumschreit ist die ganze das ist ein problem du schreit so wie ein kleines kind wird man erwachsen sei mal ein mann und sei leise ja das seid ihr nämlich nicht gewöhnt wenn ich ein problem mit der männlichkeit das viel reden und schreien ist für frauen nicht für männer hast du die gesprächskultur erfunden oder was das stimmt mit dir nicht das ist dein problem sei doch leise waren wir jahre lang feierabend einfach still und rede nicht gewöhnt nicht dran es wird nur noch lauter die ganze zeit hier nur rum lass andere aus ja da kannst du gerne einen drauf lassen aber fragt uns alles über haben ich glaube ich glaube diese Leute lebensmitte holt dann haben die holt ihn dann aber hier runter ja oder ich glaube der sein leben ist langweilig dass er rumschmeiern muss anstatt die rumzuschreit er kann mit seinen eltern leben gehen ist aber also dann hier wenn ich den hier hole wenn ich den hier hole dann dann sprechen die immer dazwischen dann machen die nicht eins gegen eins als wenn haben die kommen würde weil du ihn rufst wo alle nein und vergisst den übersetzt dafür haben die nicht das ist das ist das ist das aber ist doch da also wo ist das problem da aber nein es gibt es geht es geht darum dass wenn er kommt ich weiß schon wie deren taktik ist dann redet von oben oder 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 ganz kurz wir holen hast du nur einfach hier wir wollen an zu sein hast du nicht gehen ok wir wollen keine so nicht schreib ihm dann bitte schreib ihm das ich hab ihn jetzt holand ich wollte an höchst du mich ja ich würde kurz ausreden kuba noch mal zu dieser situation was passiert ist in mannheim guck mal islam ist frieden und der mann was er gemacht hat warte kurz warte kurz der mann was der gemacht hat vielleicht hat er keinen kopf und hat lust im kopf warte ich lass mich doch dass mich doch ausreden dass mich ausreden guck mal erst ist das und ich hoffe es tut mir leid dass der politist ist gestorben ist der arme und jetzt seine zwei dumme kollegen stehen einfach so darum gucken warum machen nichts und drittens dieser schützenberg wieder heißt ich weiß nicht jahren land er provoziert muslima und es war sein aber das ist ja mal warte lasst mich ausreden aber auch wenn er muslime provoziert das rechtfertigt ja okay genau ich will kurz ausreden ich will kurz ausreden ausbrechen ich sage nichts mehr sage nur fakten meiner meinung wie jeder mensch guck mal ich sage gibt es ja ich bin gerecht guck mal ich schäme mich was der mann gemacht hat das macht auf jeden fall nicht wegen dem wir muslima müssen uns unser kopf runter machen vor anderen leuten erstens das und zweitens dieser schützenberger wieder heißt der hat jahrelang produziert die leute und es war seine ziel dass eine dumme mensch von der seite kommt und etwas gemacht damit er sagen kann ist euer frieden islam und dann wegen ihm ist ein polizist dann hier nach mal den chat aus bei der zuschauer zahlt keine 200.000 gleich das geht gar nicht mehr warte kurz dass mich da du nervst mich warte cool schämt sich einfach nicht er redet die ganze zeit wie eine frau du redest die ganze zeit wie eine frau warum lässt du mich nicht ausreden wenn du deine tage hast dann nimm bitte mach mal bitte mach mal in dieser rollsturm bitte mach mal im sturm du daniel machen chat aus alle reden wieder kreuz und quer guck mal ich will sagen damit guck mal lass mich ausreden ex muslim wenn wir so reden warte wenn wir so reden dass muslimer so 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 sind da wurde gibt es tausende christinnen die andere leute umgebracht haben die afrikaner umgebracht haben da soll ich sagen christen sind gewählten oder sonst was du kannst nicht wegen wegen einem mensch kannst du ganze ganze religion sein aber man muss gucken wo er seine aktion hern nimmt aus islamischen schriften aus sahib muslim die ganzen hadith sind voll von diesem wahnsinn pass auf marco in sahib buchhari 30 32 sagt der mohammed dass man kabel bin aschaf umbringen sollte warum weil dieser kabel bin aschaf ein gedicht gegen mohammed geschrieben hat und dann ist mohammed bin maslama aufgestanden hat gesagt ja das soll allah willst du dass ich ihn töte da hat der mohammed gesagt ja da hat mohammed was da mal gesagt dann erlaube mir anzulügen um sein vertrauen zu gewinnen um ihn zu umzubringen um ein argument sei aber wie reden ist das wir reden jetzt eigentlich muss man erklären dass man für den arsch wasser braucht gehen dann abgehen dein gehege zurück ex muslim gehen dein affengehege du evolutionstheorie gern zurück mal auf mich zu beleidigen ja hast du kapiert sei fuller bleibt einfach nur sachlich ja leid doch einfach sachlich ich habe doch gerade buchhari erwähnt wie der lege das ist unglaublich ich rede mit quellen und fakten und der kommt mich beleidigen das ist so krank ist aber das ist deine quellen sind nicht authentisch die ganze zeit kommst mit lügen hier und da das ist die ganze zeit die du selber erstellt hast und unsere unsere gelehrten versucht zu widerlegen mit deinen lügen ok stimmst du dich nicht schämst du dich dich das blöd zu erzählen das kannst du mit kleine kinder machen aber nicht mit mir hast mich verstanden ja ok dann schlag mal auf wenn ich nicht nur wenn ich ein lügner bin warum machst du dann nicht die quelle auf paketen weil er sie nicht kennt amir der an den koran und ich habe gelesen weißt du was wollen weißt du was wegen euch wegen euch roi ex muslima einer von denen sagt amir ich werde das mal prüfen ob du mal recht hast aber wenn sie machen sagen die 8 uhr heilige was hat der absolut mit sich sagt amir 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 hier ist nicht dein stream hier sind keine 16 jährige die du provozieren kannst du bist doch schlimmer als ein 16 jähriger ein 16 jähriger hat mehr gehören als du amir du bringst 16 jährige in dein stream rein die kein wissen haben versuchen dich zu beleidigen sagst das ist der islam du warst du der erste der mich gerade beleidigt hat hier funktioniert hier nicht der kollege der von seiner amir löwe genau du machst das ganz genau du machst das für geld die weibliche katze wo ist hasuna eigentlich euer problem ist doch einfach nur dass ihr amir noch nicht mal das wasser reichen könnte selbst wenn ihr seinen keller werden nein 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 roi roi guck mal aus der haus freundlich ist so einer der 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 nennt sich aber anstatt um macht sie die ganze kürze nichts anderes er bringt keine persönliche meinung ich führe wenn ich ruhig stimme höre ich erinnere mich an hitlerzeit margomen pass auf was du sagst ja wir distanzieren uns von hitler ich auch aber wurde er soll ein bisschen ruhiger reden er ist zu aggressiv der ist nicht aggressiv das ist der redet so ja aber wenn jemand redet und da kann die anderen sicher stumm schalten weil bis der andere fertig ist und dann kann der eine sich dann stumm schalten genau weil es ist das ein gespräch wenn jeder genau es ist einfach fakt dass du tausendmal widerlegt wurde von schieten aber du hörst jeden tag kommst du mit irgendwelchen alle sagen immer widerlegt widerlegt ich sehe nur kamelurin das ist das einzige was ich sehe das ist das ist das du kommst mit beleidigungen du kommst mit beleidigungen du kommst mit beleidigungen du bist doch nicht mal in der lage zu sagen ich werde das mal prüfen ich werde das mal prüfen was du sagst erzähl mal worauf diese sache mit kamel ey weißt du was ich bedanke mich eigentlich bei euch durch euch habe ich mein iman verstärkt weißt du ich wusste vieles nicht über meine religion dann habe ich recherchiert bedanke ich mich bei euch als muslim wegen euch habe ich das ist 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 das hey warte daniel dann hat schon mal kurz daniel ich will nur eine sache sagen bedanke ich mich bei dir bei dir ex muslim dass ich mein iman verstärkt habe durch euch dass ich mich noch mehr belesen habe und noch mehr meine religion geliebt habe ich bedanke ich mich bei mir du weißt bis jetzt noch nicht wir werden immer mehr jeden tag 70.000 werden in deutschland und ihr habt angst langsam und 16 millionen muslimer verlassen ehrlich noch nicht das ist keine lüge von dir mo du weißt jetzt noch nichts wenn der islam so toll ist warum ist das nicht alles gesetzt der völlig traurig ist wenn dein iman so gestärkt ist warum suchst du dir nicht ein islamisches land wo du dein iman noch mehr stärken kannst warum warum sagst du so was die ganze welt gehört die ganze welt gehört die ganze welt gehört die ganze welt die ganze welt die ganze welt der hat noch gar nichts noch gar nichts verantwortet ihr ganz kurz verantwortet ihr die frage warum ich in deutschland ganz kurz in iran in iran dürfen christen leben wie die wollen oder dings daniel genauso wie du hier umläuft und das machen ganz was du willst dürfen die christen in iran genauso machen so ein auffassungsvermögen das war der größte blöde den du abgeschossen hast wieder nicht mal ein gehirn von einem zwölfjährigen geben sowas was warte gibt es in deinem land krieg ex muslim gibt es in deinem land krieg nein aber die christen werden trotzdem dort unterdrückt warum bist du hier warum bist du hier warum bist du hier in mein land gabst du denn hier ich bin faria weil in mein land ich will kein schach ich will kein schach du bist doch moslem du bist doch moslem was willst du denn diese kufal gesetze hier ganz kurz um unsere religion die schlute die provoziert die hatte ich jetzt provokatoren dass du dich selber kufal nennst du nennst du dich nicht vor der aussage du bist doch ein muslim du nennst dich selber kufal du bestätigst du nennst dich gerade selber kufal du eutler ich werde dich jetzt zerstören warte ab ich zerstöre das einzige was du zerstörst ist dein gehirn doch ich zerstöre dich ex muslim ex muslim ex muslim du bist so sehr provokant ja nein das ist doch nicht mehr normal komm das ist ein gehirn warum soll ich deutschland füllen lassen jetzt weil ich muslim bin oder was ich meine den du doch nicht margumit was hast du denn mit islam zu tun du bist ein mml kämpfer man ich meine den der sagt ja ich guck mal ich bin guck mal der ex muslim hat mein imam gesteckt ja wenn dein imam gesteckt ist dann such dir ein islamisches land so nochmal damit du bescheid weißt in deutschland gibt es religionsfreiheit ich darf in der religion leben wie ich es möchte ok das ist schon mal erster punkt und wenn deutschland mir erlaubt meine religion zu leben das heißt ich bin hier erwünscht und wer bist du ok darfst du hier halal schlachten willst du ja klar wir schlachten immer halal es ist verboten es ist verboten das ist verboten Verboten, Tiere zu schächten. Richtig. Und übrigens, Mo, deswegen musst du ja auch warten, bis deine Cousine alt genug ist, weil du darfst auch keine Kinder heiraten. Nein, bitte Leute, hört doch auf damit. Bitte, bitte. Ja, aber das stimmt an der Stelle. Nein, roll bitte auf Cousine, Familie, ich mag das nicht. Bitte. Bitte. Bleib da sachlich. Ihr redet hier über ... Ja, genau. Man darf nicht eigene Tochter heiraten. Josef Stritzel. Das war in Deutschland. Ja, aber warte mal. Der Allah erlaubt uns ... Das war ihm noch nicht mal gelogen. Wir haben uns darüber schon mal unterhalten. Mo ist 30 Jahre alt. Leute, ihr müsst das doch mal unterhalten haben. Der Allah, der erlaubt einfach in Zuge 25 Vers 54, laut sunnitischer Auslegung, dass man mit der Sinat-Tochter einfach Verkehr haben darf. Das müsst ihr euch mal geben. Was die Sunniten in ihren Lügen verzeichnet haben. Also, du erzählst hier Lügen und glaubst ... Und das Ganze ... Und das Ganze befindet sich in Tafsil al-Kurtubi, Band 13, auf der Seite 58. Tafsil al-Kurtubi, Band 13, Seite 58. Ich bin dir auch weiter überlegt. Wallahi, du bist ein Lügner. Wallahi, du bist ein Jahil. Wallahi, du bist ein Jahil. Wallahi, du bist zu dem Juhal. Wallahi, du bist Ahlul Juhal. Wallahi, du bist ein Juhal. Wallahi, du bist ein Juhal. Wallahi, du bist ein Juhal. Warte, warte, warte. Guck mal, was da steht. Lies mal. Im Iran ... Mach keinen Faller Kenntmann. Religionsfreiheit. Lies mal, was da steht. Geh nach Iran zurück. Je nach Iran zurück. Religionsfreiheit. Geh nach Iran zurück. Lies es vor, im Iran haben die Christen Religionsfreiheit und dann weiter, komm weiter, zeig dir den anderen Text, wir werden dir doch nicht mischenieren, die Bekehrung zum Christentum, komm nicht weiter, zeig es ganz, du hast hier gerade so ein fettes Eichwort, so ein fettes Eigentor, und schaut mal bitte, wie doof kann man eigentlich sein, ich hätte es an deiner Stelle lieber nicht gezeigt, wie kann man so dumm sein, so, Gottes Segen euch, das wollte ich nur einmal zeigen und ich habe nur eingegeben, ich schwöre, der redet wie ein Teufel, 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 ich habe nur eingegeben, wie leben die Christen, ungefähr 585.000 Ergebnisse innerhalb von 0,29 Sekunden. Ist das ein Dussel, Alter, Wahnsinn, was ist denn los bei dir, Mann? Rui, beruhige dich, Mann, Rui, beruhige dich, komm wieder runter. Quere, ey, warte kurz, ähm, Abubizeps, kennst du die Leute im Busfahrer, die lebendlangweil sind und die ganze Zeit meckern? Ja. Ich schwöre, genau wie Rock, Rui, wie der Rui. Ich bin Busfahrer, du Dögel, lebensmüde, der lebendlangweil ist, ich mach das, hast du gekauft, Alter. Rui, hör auf zu schreien, Mann, was heißt das? Solche Leute in den Kartoffeln. Ja, aber erstmal ohne Scheiß, Amir, das musst du mal überlegen, der ist so durst. Ja, okay, komm, wir holen dich mal, ich hab auch keine Lust mehr, wir haben 12 Euro. Rui, schreit auf jeden Fall die ganze Zeit rum, wie eine Frau. Wie eine Frau schreist du die ganze Zeit rum, komm mal wieder runter, komm mal wieder runter von deinem Haus. So, Amir, nimm Reza mit, ab nach Iran, Yallah. Ja, okay, wenn du das sagst, dann machen wir das auf jeden Fall. Du darfst ja deine Religion da leben, wie du möchtest, also ab nach Iran. Amir, aber ich glaube, mein linker Fuß liegt bei mir im Gesicht, Amir. Laut Christentum darfst du auch keinen Sina machen, du liebst ja Sina, ne? Du bist Mr. Sina-König, du kleiner Lüppel. Du liebst ja Sina. Noch wieder gehst du, sonst wieder beleidigst du mich, ne? Ich hab nicht beleidigt, ich hab er gesagt, weil du... Ich dachte, dein Iman ist gestärkt, ich dachte, dein Iman ist gestärkt, warum suchst du den in der Karte? Nein, warum nicht? Willst du nicht Allas Gesetze, willst du nicht unter der Scharia leben, hier ist Grundgesetz. Hat Allah dir gesagt, Grundgesetz, oder was? Urgelt, ganz kurz, ich kann jede Zeit umziehen nach Dubai, wenn ich will. Was ist denn mit dir, Schick-Klub? Harte kurz, Ex-Muslim, du redest die ganze Zeit über Muslime, aber warum redest du nie über Christen? Genau, ich hab... Was soll ich denn reden, Margomet? Ja, ja, präsentier deine Religion, präsentier... Beispiel, dass sie mit drei Jahren geheiratet hat. Ja, lass mich mal kurz mit Margomet reden, was denn, was ist es denn? Über Rebekah, dass sie mit drei Jahren geheiratet hat, erzähl mal über den Christentum. Okay, dann zeigt mal den Bibel, wo sie drei Jahre alt. Aber Leute, bitte nacheinander, ja, nicht durchschauen. Erzähl mal bitte sieben Sekramette. Deine eigenen Gelehrten sagen das. Warte mal ganz kurz, ich möchte mal ganz kurz auf Rebekah eingehen. Ich muss dem, kannst du das beantworten, was ich gesagt habe? Warte mal, du kannst gleich, du möchtest mal schnell auf Rebekah eingehen. Warte, ganz kurz, Moulant, Seifullah und Ex-Muslim, bitte. Ja, der soll mir bitte ein Vers aus der Bibel nennen, wo Rebekah drei Jahre ist, oder wo es gesagt wird, dass sie drei Jahre ist. Seifullah. Deine eigenen Rabbiner sagen das. Ich bin Christ, ich gebe ein Nichts auf Rabbiner, okay? Achso, okay, Jesus, war er nicht Jude? Nimmt er das alte Testament an, oder nicht? Trotzdem, die Rabbiner können auch Fehler machen. Du hast im Text bitte zu sehen, ob die drei Jahre alt ist, bitteschön. Nimmt er das alte Testament an, oder nicht? War er nicht Jude? Bitteschön, zeig mir bitte aus dem alten Testament, wo sie drei ist. Dann weich nicht aus. Deine eigenen Rabbiner sagen, deine eigenen Rabbiner sagen. Wenn wir also fragen, dass Aisha sechs Jahre alt war, dann ist es in Sunan Abidawod 21, 21 und Saib Bukhari 61, 30. Wo steht das in der Bibel? Du machst Takir hier, Amir. Wo steht das in der Bibel? Du musst Tora, du musst Tora. Ja, da muss ich rausgehen und dann das suchen. Darauf habe ich echt kein Problem. Geh mal raus und such mal sechs Jahre in der Bibel, wo steht, dass Rebekah 3 ist. Ich habe eine Frage an Ex-Mosem. Das nimmt das alte Testament an. Kennst du die sieben Sekramente? Du sagst selber, dass Jesus noch heute ist. Nein, da hat jemand schon die Datenhebungen. Nein, nicht bei Seite. Antwortet mal das bitte. Gänst du sieben Kalimah im Islam Abidawod? Nein, sag mal sieben Sekramente, sag mal sechs Kalimah. Ich habe dich als Erster gefragt. Beantworte mal eine Frage, bitte. Ja, und ich sage dir, kennst du zum Beispiel die sieben, die sechs, sagen wir mal fünf, fünf, fünf war das. Nein, sechs Kalimah. Das war fünf, Habib, nicht sechs. Nein, sechs. Okay, okay, aber beantworte meine Frage. Die sieben Sekramente sind nicht dum. Ja, was bringt dir das denn, wenn ich dir das antworte? Ich will das wissen, ob du das weißt. Ja, im katholischen Glaube ist das die Taufe, Kommunikation, Kommunikation, Kommunion, die Firmung und die Ehe und die Versöhnung und Krankensalbung und, und, und. Nein. Was nein? Nein, falsch gesagt. Ach so, okay. Wenn ich das falsch gesagt habe, bitte nenn mir jetzt die sechs Kalimah aus dem Islam, bitte. Guck mal, ich nehme von deiner Religion, okay, dass du bescheuert bist. Aber ich bin kein Katholik. Aber ich bin kein Katholik, Magomet. Was mit wie bitte? Ich bin kein Katholik, Magomet. Aber was willst du denn? Was bist du denn? Ich bin ein wiedergeborener Christ nach Johannes 3, Vers 3, ein Kind Gottes. Ja, Kind Gottes. Aber kann Gott ein Kind haben oder was? Ja, du denkst, dass das physisch ist wie Allah in Zuche 6, Vers 101. Wie soll ich nicht ein Wohne haben, wo ich doch keine Gefährtin habe? Von keinem Gebäude. Also Gott kann nicht eine Wohne haben und einen physischen Akten haben, oder? Okay, ist kein Problem. Ja, das glauben wir auch. Gott zeugt mich und wurde nicht gezeugt. Ja. Er kann aber trotzdem in einen Bauch von einer Frau kommen, als menschliches Wesen, ohne sexuellen Akt. Kann dein Gott so was nicht Allah? Ich wüsste, du hast zu viel Fantasiefilme geguckt, glaube ich. Daniel, ich muss abhauen. Ach so, aber dass man da zweizig zu einem Ende kommt, dessen Hintern 1,6 Kilometer breites Argument, das ist richtig, ne? Guck mal, ich sage, guck mal, ich will dich hier nicht runter machen oder hoch machen oder mit dir diskutieren. Ich sage, möge Allah, soll uns alles recht leiten und am Yawm al-Khiyama. Übernimm mir erst mal bitte die 6 Kalima, bitte. Du hast noch nicht geantwortet. Jetzt geht der raus und googelt das. Nein, ich googel, warum soll ich das googeln? Okay, jetzt sofort, schließ aus der Pistole, komm. 2 Kalima. 6 Kalima im Islam. Okay. Sag. Schahadat. Tayyab. Ja. Tamjid. Ja. Und, warte, wie war das? Guck mal, ich bin kein Araber, das du weißt, ne? Tawhad. Ja. Und, äh, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch sagt oder auf Arabisch. Guck mal, das ist deine Bibel, Ex-Muslim. Das ist deine Bibel. Guck mal, was hier steht. Tötel alle Kinder. Warum ist dein Gott eigentlich so auf Kindergeil? Ich verstehe das nicht. Äh, hast du sie noch alle oder was? Warum ist dein Gott so Kindergeil? Tötel alle Kinder, die männlichen, guck mal, was das ist. Ist das das Niveau, das du an den Tag legst? Ja, aber warum, warum gehst du nicht einfach Ferse aus dem Kontext zu reißen, oder was? Ja, du, du nimmst auch Ferse aus dem Kontext. Das ist genauso, als würde ich sagen, tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet. Das war's. Ja, also, du gibst jetzt zu, dass es das... Nein, ganz so gar nicht. Ich lese mein Tafil dazu. Das, was du machst, du liest Kamelohin dazu. Du hast dir jetzt ein Tor gegeben. Dankeschön. So behämmert kann kein Mensch sein, was du machst. Du hast dir jetzt ein Tor. Ich wundere mich wirklich, ja, der nennt sich Ex-Muslim, der die ganze Zeit über Islam anstattet, über Christen zu reden. Aber warte, 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 ich habe eine Frage. Eine Frage. Warum, okay, okay, du willst doch, dass jeder die Wahrheit weiß und damit die in Christentum konvertieren, oder? Die sollen nicht zum Christentum konvertieren, sondern Jesus. Aber du willst doch damit überzeugen, mit deine Ausreden und sowas. Ja, da habe ich schon sehr viele überzeugen. Aber warte, damit überzeugst du dich, du musst ein guter Beispiel zeigen, wenn du überzeugen willst. Aber, Christian, du musst freundlich sein, nett sein, höchend sein. Er ist doch immer am Lachen, das ist doch gut. Was willst du mir sagen, Magomet? Kannst du zu mir sagen, ich liebe dich, Magomet? Warum soll ich dir sagen, bist du meine Freundin oder was? Aha, siehst du, ich kann zu dir sagen, ich liebe dich, du nicht. Und das ist der Unterschied zwischen mir und dir. Aber warum willst du mich lieben, warum willst du mich lieben? Nein, mein Gott, wir befohlen, dich zu lieben, Magomed, egal wie du bist, okay? Nee, aber guck mal, sei doch freundlich, sei doch einfach höflich. Damit kannst du die Leute überzeugen. Lies mal, was hier steht. Lies mal, was hier steht, Abovice. Ich bin gerade beschäftigt, lies mal, was ganz genau steht. Bis zum Ende. Ganz laut, lass die mal lesen. Okay, also Punkt, 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 alle Kinder, die männliches Geschlecht sind und alle Frauen, die schon mit einem Mann verkehrt haben, nur die Mädchen, die noch ungerührt, ich sehe das nicht, sind, dürft ihr am Leben lassen und für euch behalten. Okay, wofür wollen wir diese Kinder ungerührt anpassen? Erklär mir mal. Mit deinem pervertierten Verstand denkst du natürlich, dass man sie dann dementsprechend als SEX-Sklavinnen halten sollte. Kleiner Lügner, weißt du, was Talmud ist? Für Mohammed soll man sie behalten. Talmud ist das teufligste Buch, was es gibt. Siehst du, du bist ein Mühner. Du beleidigst den Herrn Jesus Christus. Du drehst Sachen so, wie du willst. Und das kannst du mit kleinen Kindern. Du drehst die Sachen, laut Talmud steht da, du fragst mich etwas, wo du nicht hast, antworten. Wer hat das gesagt, du fragst mich etwas, wo du nicht hast, kann man etwas antworten. Ich habe das gesagt. Schämst du dich nicht? Schämst du dich nicht, um überhaupt unser Mohammed, was hat denn Talmud mit mir zu tun? Das ist genau, weil du bist ein Mühler. Das ist genau so als Milch. Das ist genau so als Milch. Das ist genau so als Milch, aber mir geht es euch damit. Ich sag nicht. Du musst das Alte Testament akzeptieren. Dichtige Klassen, Low-Klasse Level. Kindergarten, Low-Klasse Level. Yeah, Low-Klasse, Kindergarten. Nee, bist du nicht. Grüß für Gott. Was hast du gerade gesagt? Du musst vor Allah, oder willst du selber vorlesen? Warte ab, egal wie es ist, egal. Aber vor Allah, willst du da wieso stehen? Komm und höre, mit drei Jahren und einen Tage kann eine weibliche Person durch den Beischlaf angeschaut werden. Einfach schrecklich, was du da sagst. Es ist respektlos gegenüber jeder Religion. Guck mal, ich beleidige, warte kurz, warte kurz. Ich beleidige nicht Ex-Muslim, ich beleidige nicht seine Religion. Das ist die Erklärung bei Talmud. Das steht drei Jahre und einen Tag. Oh nein, jetzt kannst du zu diesem teuflischen Rabbiner gehen und ihn fragen, woher er diesen Dreck hat. Jetzt geh mal zu diesem Rabbiner und sag mal, woher hast du diesen Dreck, dass du sowas aufschreibst? Das ist der... Du wolltest den Rabbiner, ich habe ihn dir geholt. Lies. Aber wir haben eine Fatwa von... Aber, 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 aber... Wir haben aber eine Fatwa von Ibn Taymiyyah, Fatwa Nummer 6058, in dem den Muslim erlaubt ist, Babys zu heiraten. Babys! 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 Gos! Babys! Lyz! Abraham! Babys! Paradun! sie nachlesen im arabischen sie bestätigen dass al maududi euer gelehrter al maududi sagt das auch man kann ein kleinkind heiraten von null jahren es gibt kein heiratsalter ist da glaube ich glaube ich glaube ex muslim hat so viele gedichte gelesen seht ihr maghomet kann das nicht ertragen der sagt wenn ex muslim recht hat dann ist der islam ja wahnsinn ich sage ihn nicht dass er recht hat wo habe ich gesagt dass du recht hast nein aber wenn ich recht habe ja genau aber wenn ich recht habe was machen wir denn dann du hast recht hast ich gebe dir recht weißt du was dein problem du wurdest tausendmal widerlegt wurde jetzt kommt er mir wieder du wurdest tausendmal widerlegt hat er es gesehen du bist wie ein kackalake du kommst immer wieder sie ist beleidigt hatte gesehen jetzt bleibt er mich als kackalake okay ich habe dir das mal an was sein so eine frage amir amir bist du die deutsche sprache möchte ich lieber mal in der lage einmal auf irgendwas einzugehen ich lebe seit 15 jahren zu stellen eine frage amir amir wenn ich dir sage du bist dumm ist das eine beleidigung schäm dich mal schäm dich mal mit mir so zu sagen du bist dumm ist das eine beleidigung du sollst mich weder dumm nennen und noch kackalake nennen oder was verstehst du hast du das kapiert hast du das kapiert ist das ist das die ist das die art und weise wie ein muslim redet nein 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 ich das ist eine feststellung gerade von mir das ist eine feststellung ich bin eine kackalake und dumm du bist dumm du mein geht doch was geht doch abu bieter ich habe ich habe ich habe ich habe gesagt ihr sollt mich hier vernünftig reden salam aleikum hallo guten abend salam aleikum hallo ex most dem herbe auf über religion zu reden kuck erst mal auf dich mit welchen sven du zusammen bist flutschi flutschi warst bevor du über andere redest du redest über propheten du redest über gelehrte du redest über sachen was ist los mit die junge jungen im christentum erwarte mal im christentum doppelt doppelt nach mut gehen von wieder raus und wieder rein dann geht das ich möchte nur was klarstellen dass ex-muster mit drinnen über andere religionen redet das erlaubt nicht mal der christentum glaubt an das was du willst gott ist derjenige der recht leitet und der verflucht ok oder der im zorn über menschen du kannst nicht über menschen reden du tust nur und bevor man über andere menschen oder religion redet sollte man erst mal gucken allah führt doch in die irre was willst du uns erzählen aber eigentlich sing mal für uns aber ganz das viel schöner flutschi flutschi war mein song arrogante mal wieder einen neuen song für uns wo bist du aber amir ich habe eine frage an dich warum ist dein gott so kindergeil der will die ganze zeit kinder umbringen warum ja weil allein zu 18 vers 74 kinder umlegen lässt nein das stimmt nicht ja doch dass dieses kind unschuldig auch mal diese dinge holen mal diese vers hoch auf arabisch ließ und mal und das sieht dazu auf arabisch Ja bitte, das ganze Pafsir von Al-Kurthubi. Al-Kurthubi sagt uns zum Beispiel, Al-Kurthubi sagt uns zum Beispiel in seinem Pafsir, Al-Kurthubi sagt uns zum Beispiel in seinem Pafsir, dass der einen kleinen Jungen massakriert hat und seine Schulterknochen ausgelegt hat und da drin verfeichert war ein Kerl, der niemals an Allah glaubte. Mach mal erst mal Fatwa auf und lies mal. Amir, kannst du Arabisch? Amir, kannst du Arabisch? Ja lass mal erst mal die Fatwa lesen, Baby-Fatwa. Ich kann dir Fatwa zeigen. Ich kann mir die, ich kann die Fatwa zeigen. Gib mir eine Sekunde, ich mach grad meinen PC an. Eine Sekunde, wir lesen. Der Typ ist ein Rassist, der hat letztens zu mir gesagt. Der Typ ist ein Rassist, wie der Angst bekommt. Genau, nein, nein, der Typ ist Rassist, wie der Angst bekommt. Irgendwie der Schiss bekommt, dass jetzt alle die Fatwa lesen. Also ich, äh, Abo-Bizeps, ich kenn ihn nicht, ich bin selber Ausländer, ich bin selber Migrant. Aber du bist so ein Lügner, du bist so ein Lügner. Ähm, es muss man nach, weil die ist Haie. Ja, 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 die Wahrheit muss gesagt werden. Ähm, ich kann auch auf andere Sprachen reden, wenn ihr wollt. Gibt mir eine Sekunde. Ähm, ganz kurz, warte. Die ist stumm. Wer ist das? Okay, Leute, nicht stummen. So, ich mach jetzt schnell meinen PC an, dauert eine Sekunde. Ich hab noch mehr zu dem Thema, ne, ich kann bis morgen früh Sachen zeigen, also. Ja klar, der Islam ist da sehr eindeutig, ja. Alle reden darüber, Al-Maududi, Al-Jalala, Ibn Qasir, Al-Kurtuvi, alle, ne. Alle, das ist ein Ichma. So, so, jetzt mach mich bitte kurz groß. Bei jemandem ist sehr windig. Bei mir? So, Leute, das ist die Seite fatawa.com, ne, das ist die offizielle Seite der kuwaitischen Regierung, das kann ich euch zeigen. Die Fatwa könnt ihr euch als Rechtsurteil drucken, direkt mit Stempel, ne. Leute, schaut euch das mal an, das ist sehr wichtig. Wir können das jetzt vor 2300 Leuten allen zeigen. Ganz kurz, jetzt kommt dein Endgegner Joker rein. Wer ist Joker? Jetzt kommt dein Endgegner Joker rein, warte ab. Ist ein Ehevertrag für ein weibliches Kind gültig? Ist zulässig es durch Küssen oder auf andere Weise, ne, auch Schenkelverkehr, außer Geschlechtsverkehr, auf eine Weise zu genießen, die ihm keinen Schaden zufügt? Wir reden hier von Babys. Wenn der Vertrag seine gesetzliche Bedingungen erfüllt, also mit einem Ehevertrag, ne, ist sie islamisch gesehen deine Ehefrau. Wird sie in jeder Hinsicht seine Frau. Also, ne. Und es ist ihm gestattet sie anzusehen, zu berühren und zu küssen. Es ist ihm nicht gestattet, mit dir Geschlechtsverkehr zu haben, bis sie es ertragen kann. Wenn sie es tolerieren kann, wenn sie es tolerieren kann, ist das auch zulässig. Und für dieses, sie kann es tolerieren, gibt es eine andere Fatwa von Ab Abeddin. Das war einer der höchsten Gelehrten im Osmanischen Reich, kann ich euch zeigen. Durch den Hadith von Aisha aus dem Osmanischen Reich, Sunnite aus Syrien war der. Ich rede nur über sunnitische Quellen, ich kenne keine schiedischen Quellen. Ab Abeddin, durch die Fatwa, dass Aisha gemästet wurde für die Ehe, hat er sogar gesagt, es ist egal wie alt das Kind ist, es muss nur körperlich genug breit dafür sein, um den Mann zu ertragen. Siehst du das, Daniel? Diese Fatwa wurde in der Sammlung der Scharia 6081 und in der Fatwa Nr. 6058 von Eben Taimiyah veröffentlicht. Samt juristischer Fatwa. Und oben oben die Quelle ganz kurz zeigte, wo es sein wird? Ich kenne diese Seite ja nicht, habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Du bist doch ein Monat, du kennst dich überhaupt nicht aus mit dem Islam, Mann. Ganz kurz, ich hole jetzt Leute rein. Abubizeps. Wer bist du, dass du überhaupt Leute reinholst, Mann? Nein, nein, nein. Wer bist du überhaupt? Wer bist du überhaupt, dass du überhaupt bestimmtst, wer hier reinkommt? Und wenn nicht, wer bist du? Abubizeps. Darf ich bitte ausreden, Leute? Guck mal, wir sind alle erwachsen. Lass uns doch bis dahin. Warte, warte, wer bist du, dass du mich beleidigst? Hier, Fatawa.com. Rüsseldorfer Straße 162 Duisburg, kannst du gerne vorbeikommen? Wenn du so persönlich... Leute, hört auf, hört auf. Der beleidigt mich. Ey, Daniel, mach den mal bitte raus. Molands, Bruder, bitte, Molands, jetzt hört auf zu beleidigen und euch zu... Bruder persönlich, Bruder. Der wurde persönlich... Leute, ihr redet alle rein und wir Molands Bruder... Abubizeps, siehst du die Seite? Es ist Kuwaitische Stiftung. Es ist nicht irgendeine Seite, ne? Du kannst... ...richterst und zum Beispiel jemand hat sowas gemacht, dann kannst du auf Fatawa.com dir direkt runterladen als Urteil und dann kannst du das in den Rechtsfragen direkt benutzen. Hier, kannst du direkt drucken als Urteil. Mit Stempel. Also, es gibt Schlimmeres. Aber ich kenn dich nicht, ich kenn den Stream nicht. Danke erstmal, dass ihr mich hochgeholt habt. Kein Problem. Ich weiß nicht, wo das Thema hingeht. Ja, Bruder, das ist... Sie haben tausend Thema. Er soll das nochmal auf Arabisch lesen. Ganz kurz. Wo steht das auf Arabisch? Urban, kannst du Arabisch? Ich lerne gerade, ja. Ich bin dabei. Er kann nicht mehr Arabisch mit Tafsirs kommen. Also, das ist absolut dämonisch. Dieses Lachen ist dämonisch. Das klingt nicht gesund, ja. Bruder, warte einen Moment, warte einen Moment. Die können nicht mehr Arabisch versuchen, unsere Religion zu machen. Du kannst dir diese Fatwa auf jede Sprache auf der Welt holen. Urban, Urban. Bei dir kommen 15, 16-jährige Kinder rein, ne? Den kannst du diese Geschichte holen. Ja. Bei mir, bei Abovizeps... Also, ich kenn dich gar nicht. Also, Moland, ich kenn dich gar nicht. Ich weiß nicht mehr, wer du bist. Ja, das darf. Das darfst du gerade kennen. Ich bin eure Entgegner von euch. Also, Bruder, eine Sache weißt du... Okay, dann ließen wir auf Arabisch. Warte, Urban, warte. Seitdem du reingekommen bist, ich habe dein Profil geguckt. Und da steht die Schilder Sache. Ey, schieß einfach in den Suniten, Bruder. Mehr nicht, Wallah. Nein, seine Biografie ist nicht schön, Mann. Also, warum ich nicht gegen Schiiten schieße... Okay, darf ich mich erklären, Margomet? Darf ich mich erklären? Kannst du mir einen Fall sagen, wo ein Schiite in Deutschland mit dem Lkw durch den Weihnachtsmarkt gefahren ist? Kannst du mir so ein Beispiel nennen? Warum ist das alles manipuliert in Neuseeland? Warum die Ahlulbeid verboten werden in Hamburg? Ich kenne keine schiitischen Gruppen. Ich weiß nicht, was du meinst. Du weißt nicht, warum ein Ahlulbeid in Hamburg nicht verboten wird? Erzähl mir mal, warum? Ich weiß nicht, was du meinst. Das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist... Du bist ein Lügner. Du bist ein Heuchler. Mehr Samstag. Bruder, das ist ja was ganz anderes. Guck mal, warum musst du mich persönlich diffamieren? Du bist ein Lügner. Du bist ein Lügner. Das ist die offizielle kuwaitische Seite. Du kennst keine Schiiten. Und das ist die offizielle Fatwa. Die sagen, der schiitische Ahlulbeid wurde verboten ungerecht. Ja, ist doch schön. Ich bin Chris. Ja, aber Moland, was hat das jetzt mit... Was redest du? Er hat doch gesagt, er kennt keinen Schiiten, der mit dem Lkw jemanden überfährt. Es gibt auch so keine normale Sunniten. Das ist ein Wahnsinniger, der da sagt. Ja, aber du brauchst jetzt nicht zu versuchen, jetzt irgendwie Schiiten schlecht zu machen. Ja, ja. Ich hab Schiiten nicht schlecht gemacht. Was erzählen soll das? Warum wurde das verboten? Ich versteh dich gerade. Ich frage ihn ja. Weißt du, warum verboten wurde? Weil die gegen uns Muslime sind. Aber der versteht das nicht. Für Ex-Muslim oder Urban spielt keine Rolle, ob ich Schiite bin oder Sunnite bin. Für die sind wir alle gleich. Als erstes Ex-Muslim war nie ein Muslim. Aber platzt einfach. Wir Sunniten und Schiiten halten zusammen und werden die ganze Welt... Moland, kannst du Arabisch? Aber warte, warte, warte. Aber warte, warte. Abo Bizeps, guck mal, Bruder. Hörst du mich, Abo Bizeps? Ja, ich höre. Bruder, guck mal, ich mag dich, du bist ein sehr korrekter Junge und so, ne? Bruder, lass dich nicht von Urban oder Ex-Muslim, die versuchen zwischen Sunniten und Schiiten zu machen, damit... Ja klar, ich weiß das. Ich hab nicht einmal von denen gehört, dass sie zwischen uns Fitna machen, Bruder. Aber Bruder, ich merke das, ich bin die ganze Zeit hier leiser, ich höre zu, was sie machen. Die versuchen, das irgendwie dazwischen Fitna machen, weißt du? Ich meine, du kannst gerne die Zuschauer fragen, das ist kein Problem. Also ich hab das nicht gespürt. Also ich bin dir ehrlich, Bruder. Ich hab das gespürt. Also wir als Muslimen hassen kein Glaube, wir sind alle gleich. Menschen von Adam und Eva entstanden. Richtig. Habu ist eine. Bruder, wir sind alle von Adam und Eva. Bruder, weißt du, was ich jetzt sagen möchte? Und dort müssen wir auch leben, als Brüder und Geschwister. Ganz einfach, da sind solche Leute, die kommen hier rein, die versuchen, die versuchen, ihre Lügen irgendwie unsere Lüge zu widerlegen. Okay? Ganz kurz, wenn ihr, wenn ihr so... Also ich weiß nicht, wo das eine Lüge war. Ich hab das auf der offiziellen Seite gezeigt. Bruder, warum gehst du nicht auf die Straße? Warum gehst du nicht auf die Straße? Aber... Okay, ich stelle dir jetzt eine Frage. Was hältst du davon, wenn ich jetzt als ein 30-jähriger Mann... Urban, beantworte mir die Frage. Mach mal deine Kamera aus. Mach deine Kamera aus und beantworte mir die Frage. Beleidige bitte mich nicht. Bitte bleibe fest. Nein, du kannst ihn mal rausschmeißen. Du bist nur am beleidigen, der Typ. Bruder, keine Beleidigung mehr bei mir. Die Beleidigung. Mach mich groß. Mach mich groß. Mach mich groß. Ekelhafter Typ war. Ekelhafter. Urban, Urban, was hältst du davon, wenn ich 30 Jahre alt bin und mit einer 16-jährigen im 21. Jahrhundert schreibe und sage, komm zum Hotel? Was hältst du davon? Urban, beantworte mir die Frage. Molanz, ich weiß nicht, was du meinst. Hier geht es um Religion und ich... Gehst du, dass der Kollege unter mir seinen Bruder macht das und du befürwortest das? Guck mal was, sag. Weißt du, dass ich dich dafür anzeigen kann, wegen Rufwort, dass du erzählst? Weißt du, dass du dafür angezeigt werden kannst, wegen Rufwort? Lass dich stumm und lass den Mo aussehen. Sei stumm. Stumm dich einfach. Lass den Mo aussehen. Schaut euch mal an, wenn der Typ in die Ecke gedrängt wird. So warst du mit in der Greif. Stumm dich. Stumm dich doch einfach. Lass du über meinen Bruder sowas erzählst. Sei einfach leise. Und direkt du. Rede nicht. Du redest die ganze Zeit über unseren Propheten, die ganze Zeit über den Islam. Und jetzt sagst du mir, ich rede über deinen Bruder oder der andere rede über deinen Bruder. Schade. Schade. Schade Abu Bidzic, dass kein Benio hörst. Schämst du dich nicht? Schämst du dich nicht, Ex-Moslem, obwohl du nicht mal nur Muslim warst? Wie kannst du dich überhaupt Seif-Moslem nennen, hä? Ja. Bist du das Schwert Allahs oder was? Weißt du das? Du bist jetzt die Puppe von Allah, aber nicht das Schwert von Allah, Mann. Und du bist die Frau von Roy, ne? So sieht das. Was? Wenn du nicht reden kannst, geht das. Was für ein Treckum war. Ehrlich. Wie die, wie die Lügen, die sich stellt. Er soll die Frage beantworten. Sei doch einfach leise. Stumm dich doch einfach und lass den Mo ausreden. Stumm dich einfach und lass den Mo ausreden. Stumm dich. Bro, die gehen ihren Frauen swampig. Der Typ tut sie, ganz einen weg. Stumm dich! Aber ich warte Freie im Handy, die dann ganz eindeutig umkommen! Wir benehmen uns jetzt. Der U-Bahn, der Zweite, wollte uns was zeigen. Okay, komm, U-Bahn, der Zweite, zeig uns das. Also, ich wollte nur mal zu dem Thema, was ich gesagt habe, wo da steht, wenn sie es ertragen kann, dass die Molanz kann ja Arabisch, er kann mir das bestimmt vorlesen, das ist das Buch von Abt Abedin, einer der größten Gelehrten im Osmanischen Reich damals. Ich kann ihn auch auf Google zeigen. Molanz oder Seful, könnt ihr Arabisch? Der ist unter der Molanz. Ah, schade, bei einem anderen auf Arabisch lesen. Das ist der Sefula-Argument, ihr seid doch auch noch da. Du weißt, er nennt sich nach Sefula, Allah schwert, er war ein Karneval. Guck mal, abo Biceps, was diese Islam-Dings schreibt. Bitte, ich noch mal nehmen. Wo denn? Diese Kamenta-Kumas, ihr schreibt, respektlos, einfach. Und bitte, Islam entlaft, Bruder, bitte nicht sowas wie mein... Guck mal, guck mal, letztendlich, egal was für einen Glauben man hat, man soll friedlich untereinander... Guck mal, ich hab das für euch übersetzt. Eine große Frau kann Geschlechtsverkehr tolerieren, auch wenn sie jung ist. Das ist eine Fata von Abt Abedin. Oh, die glaub ich. Also ich bin Muslim, ich hab sowas noch nie gelesen. Ich bin ehrlich. Ja, deswegen sind wir ja da. Also es ist egal, wie alt sie ist, sie muss nur dick genug sein. Verstehst du, lest mal über deinen eigenen Glauben. Über den Talmud, lest du über den Talmud, was ich gerade gesagt habe, oder soll ich dir das auch zeigen? Sefullah, mein Bruder in Adam, darf ich darauf antworten, auf Talmud, mein Bruder in Adam? Wir sind Christen, der Talmud ist keine göttliche Offenbarung. Das sind Meinungen von Rabbinern, Gespräche und Debatten zwischen Rabbinern. Wir lehnen das ab. Nein, nein, das sind Ihre persönlichen... Willst du mir damit sagen, dass du mehr Wissen hast in deinem Glaube als die Rabbinern? Bruder, wie kann man dein Gott auf ein Kreuz stellen? Das ist Hitzes Moland, ich verstehe. Wir wollen einfach nicht verstehen, dass du mehr Wissen hast als die Rabbinern. Das ist meine vertrauenswürdige Quelle. So Blödsinn, das ist genauso, als würde ich sagen, aber wir sind für euch eine Quelle, wo wir hinhoffen können. So verrückt ist das. Bruder, wie kann ein Gott gekreuzt werden, Bruder? Das ist doch ein Gott. Wenn wir auch mal ein Schienbein haben, er ist doch Gott. Wir können auch mal ein Schienbein haben, er ist doch Gott. Das ist metaphorisch. Metaphorisch, Allah. Der Mohammed sagt in Zeitung, 4, 9, 1, 9. Ey, 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 du kannst kein Arabisch. Ein Arabisch, ey, Abu Bizeps. Abu Bizeps, eine Frage, du kannst ja Arabisch. Kannst du nur für... Aber Bruder, Molands, ganz kurz, Molands Bruder. Ganz kurz, nur für Geld. Wie viele Wörter gibt es für Geld? Masari, Flush. Oh, genug, Bruder, genug. Verstehst du, was ich meine? Aber der Mohammed sagt, dass Allah sein Schienbein zeigen wird. Ich habe hier nur ein Basiswissen über Geld. Ein Gott, der auf einen Kreuz, das finde ich ein bisschen unrealistisch. Dass man ein Kreuz anbetet. Ja, Allah hat sogar einen Fuß, das er über die Hölle setzt. Abub Bizeps, kann ich einen Satz sagen? Abub Bizeps, darf ich nur einen Satz sagen. Ich liebe Juden, ich liebe unitare Christen, unitare Christen. Abub Bizeps, Bruder, ich kann das Respektlosigkeit nicht mehr ertragen. Genau, genau, richtig. Richtig viel Spaß. Genau, das ist Respektlosigkeit. Das ist ein Argument, Respektlosigkeit, wenn sein Prophet sagt, dass Allah nicht mehr sagt. Ich habe Riesenrespekt vor Juden. Ich habe Riesenrespekt vor... Abub Bizeps, kann ich einen Satz sagen? Ali Hassan, warte kurz. Macht die mal alle auf Stumm. So, ich habe Riesenrespekt vor Juden. Ich habe Riesenrespekt vor unitare Christen. Nicht Götzendiener, so wie Urban. Und alle anderen Religionen auch. Aber das, was du jetzt hier impliziert, das, was du versuchst, die Leute beizubringen, dass die drei Götter haben wollen, das ist der Grund, warum Deutschland atheistisch geworden ist. Sieh dir die Kirchen an. Wegen solchen wie Urban und Ex-Muslim, die Kirchen sind leer. Warum? Sinagogen sind immer voll. Moscheen sind immer voll. Warum? Habt ihr euch die Frage? Was der Rede? Also die Kirche, die ich gehe, ist immer voll. Gott sei Dank, unsere Kirche ist voll. In welche Kirche gehst du? Ich komme mit dir am Sonntag. Nee, danke. Ich möchte dich nicht sehen. Du bist ein Zügner. Du gehst so hin. Ich komme auch mit dir. Ich komme mit. Ich komme mit. Ich komme auch mit. Ich bin sehr full. Ich bin sehr full. Ich bin mir sicher, dass ich nicht voll. Ich komme mit. Ich komme mit. Ich bin mir sicher. Ich komme mit. Ich komme mit. Wir wollen singen, damit die Leute nicht künft. Ich komme mit. Was für ein Hauch. Wir gehen mit dir zusammen. Danke kurz. Wir gehen alle in die Kirche. Komm jetzt. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Wir kommen wieder raus. Ja, aber was ist denn? Ich will auch mal in die Moschee reingehen. Darf ich auch mal in die Moschee? Du bist herzlich willkommen. in den Osten ganz kurz. Da sieht man, dass du noch nicht Moslem warst. Da sieht man. Du hast dir selber noch Eigentor gegeben. Du warst noch nicht Moslem. Du willst mit in die Moschee? Ja, darf ich in die Moschee. Das sieht man, dass du noch nicht Moschee warst. Das, was ich so mache. Ah, jetzt willst du ausweichen davon, ich will auch in die Moschee, das heißt, dass du noch nie drin warst, siehst du, du bist ein Lügler. Ja, aber ich will auch in die Moschee, du bist ein Lügler und nur als Info, Moslem bedeutet ergeben, das heißt, dass du ex ergeben bist, du bist, also bist du überhaupt nicht ergeben. Nein, nein, unterworfen bedeutet das, einfach unterworfen. Also nochmal, gehen wir nochmal auf die Aussage ein, darf ich kurz, Daniel, weil ich muss gleich weg, ich hab nicht viel Zeit. Erstmal, diese Behauptung, Allah wäre ein bloßes Schienbein oder sonstiges, guck mal, Amira Arapour. Was hat niemand gesagt? Darf ich ausreden? Darf ich ausreden? Wo hast du deine Debattenkultur gelernt? Ja, dann gib meine Worte richtig, ansonsten geh raus. Oh, der Respekt der Christen, da siehst du es, die lassen niemanden reden. Guck mal. Dann zitiere mich richtig oder ansonsten geh raus. Ich hab gesagt, dein Profil hat gesagt, dass Allah sein Blaschen zeigen will. Amira Arapour, wenn wir über die Sifat Allahs reden, würde ich gerne ausreden, Dankeschön. Ja genau, Reda Al-Kabir, genau das brauche ich, Brust stillen eines Erwachsenen. Wenn wir über die Sifat Allahs reden, dann schweigst du bitte und lässt auch Leute reden, die sich damit befasst haben. Lass doch deinen Propheten reden, warum redest du denn? Noch einmal, die Sifat Allahs, guck mal, ich sage nicht metaphorisch und drumherum, ich verleugne gar nichts. Es ist genau wie es passiert ist. Also hat Allah ein physisches Wein. Nein, auf gar keinen Fall, das ist eine Lüge. Also nicht metaphorisch, aber was bleibt denn dann übrig? Ich bin nicht fertig, ich bin nicht fertig. Ich darf ja nicht mal einen Satz reden anscheinend. Ja, wenn du sagst nicht metaphorisch, aber das könnte noch übrig werden. Allah hat das, was ihm gebührt und wir hinterfragen nicht wie und was. Und wenn du uns fragst, ob es physisch oder menschlich ist, sagen wir definitiv nein. Und wir werden nicht fragen nach dem wie und wann und wo. Ja, aber die Muslime erkennen doch. Das ist die Menhaj, das ist die Menhaj, du bist leise wenn ich rede, du unterbrichst mich nicht zum 5. Mal reichen. Das ist die Menhaj der Salaf und Salahin. Daniela auch stumm mit ihm. Ich möchte keine gehirngewaschen Aussagen hören. Das ist die Menhaj der Salaf und Salahin. Hast du keinen Respekt vor deinem Propheten? Das war ihre Menhaj. Ihre Menhaj war, dass man gesagt hat, die Nollis da stehen, ohne zu hinterfragen nach wie, wo oder was oder wie das geht. Nein, das machen wir nicht, weil das macht dich was? Das macht dich zu einem Jahmi. Du bist sowieso kein Muslim, aber wenn du als Muslim dich dem Islam zuschreibst und fragst wie, was, wo, in dieser Hinsicht vom Sifat. Ich rede nur von Sifat, weil du gerne Wörter verleugnest und das auf alles implizierst. Wenn du die Sifat verleugnest oder fragst nach dem wie und wann und wo. Ich sage es noch ein fünftes Mal, weil du bist ein bisschen begrenzter. Sifat, nicht alles, nur Sifat. Dann wirst du zum Jahmi und hast die Religion verlassen. Wir sagen ganz klar, dass Allah Azzawajjan, das was Allah Azzawajjan selbst gesagt hat, bestätigen wir. Nicht mit wie, wo, wann und wie kann das sein oder Metaphorik und drumherum machen wir nicht. Das ist nämlich die Akita der Jahmiah. Das hat Jahm bin Safuan damals gemacht. Das hat weder der Prophet noch die ersten drei Generationen gemacht. Lass deine Wortspieler rein. Jetzt habe ich aber eine Frage an dich. Was hältst du? Mach mich groß, Daniel. Warte, ich bin da auf Antworten. Sei mal ruhig. Ich bin nicht fertig. Ich bin da auf Antworten. Mach mich groß, Daniel. Mach mich groß. Mach mich groß, Daniel. Mach mich groß, Daniel. Mach mich groß, Daniel. Ich lass Amira reden. Mach mich groß. Amira. Amir, Bruder. Atme Mut. Nicht dumm. Amir, Bruder. Heißt du, Amir, oder? Er hat was gemacht, damit ich reden kann und ich darauf antworte. Und dann auf einmal will der groß gemacht werden und weitergehen. Keine Frage. Warum leckt dein Gott mit kleinen Kindern rum? Nein, warte. Das ist genauso, wie Mohammed den kleinen PNES von Al-Hüseyin geküsst hat. Aber warum antwortest du nicht? Ja, genau. Genau so ist das. Und als er die Zunge von seiner Zunge in die Zunge von Al-Hassan reingesteckt hat. Er ist ein Lügner. Ja. Aber wo steht da, dass es Gott war? Du bist ein Lügner. Daniel, lass mich kurz groß. Das Buch von Imam Al-Mukhari, Al-Adab Al-Mufraat. Lass mich bitte groß, Daniel. Noch ein Bild, bitte. Ja. Schämst du dich? Ein einziges noch, dann bin ich leise. Schämst du dich nicht? Nein, Ibn Abbas sagt zu Zunge 113, dass sie den PNES von Mohammed anbetet. Darf ich mal fragen, was der Kontext zu 2. Könige 3, 4 ist? Amira, da steht da nicht auf zu lügen, Amira. Also nicht beteiligen, bitte. Sachlich bleiben. Kannst du mir bitte sagen, was der Kontext zu 2. Könige 3, 4 ist? Und warum du denkst, dass es Gott da ist? Okay, dann sagen wir, guck mal, ich revidiere meine Aussage, das ist nicht Gott, aber das hier ist Gott, 100% warte. Nur, ob du zufrieden bist. Okay, also jetzt hast du einmal gelogen, ja? Aber das ist Gott, nein, ich hab nicht gelogen, ich sag das nur, damit du zufrieden bist. Das ist Gott hier an jedem Tag, lass mich lesen, Daniel kick ihn runter, wenn er mich nicht lesen lässt. An jedem Tag wird der Herr mit dem Messer, das er an jenseits des Kontrastes gekauft hat, mit dem König Beleisen von Assur euch den Kopf kahl scheren und Schamhaare abrasieren und den Bart schneidet er auch. Was will dein Gott von meinen Schamhaaren? Okay, darf ich darauf antworten? Was will dein Gott von meinen Schamhaaren? Darf ich darauf antworten? Lässt du mich reden? Lässt du mich bitte reden? Lässt du mich bitte reden? Also im Urtext, im Urtext steht nicht Schamhaare, das ist eine falsche Übersetzung aus dem... Blablabla, danke schön für das Eigentor, darauf kann ich auch... Danke, das ist eine falsche... Darf ich bitte darauf antworten? Geht das? Kann man hier eine Kultur bewahren? Das ist die richtige Übersetzung. Das ist die richtige Übersetzung, denn Gott wollte meine Schamhaare erklären. Guck mal, das ist die Übersetzung von Martin Luther, im Urtext steht nicht Schamhaare und das ist eine prophetische Sicht auf das Gericht auf Israel, dass ein König kommen wird. Ich kann dir das gerne aus der Bibel mit dem Urtext sagen. Wie gesagt, das ist nicht Gott. Lässt du mich antworten bitte? Warte. Erstens, da steht nicht Schamhaare, das ist eine falsche Übersetzung aus der Lutherbibel. Nein, das ist die richtige Übersetzung. Du benutzt die Lutherbibel? Nein. Im Urtext steht nicht Schamhaare und das zeige ich dir jetzt aus meiner Bibel. Du wirst widerlegt, du blamierst dich mit der ersten, mit der zweiten Aussage. Ich weiß, es tut weh. Ich muss das nicht anders. Okay, dann habe ich eine andere. Genau, dein Koran hat hunderte Übersetzungen. Sagen wir mal. Dein Koran hat auch hunderte. Ganz kurz. Sagen wir mal, unser Koran ist nur ein Koran und wurde nicht geändert. Doch, doch. Übersetzung. Wir reden von Übersetzung. Ich bin im Urtext. Ganz kurz. Nein. Du hast eine Frage gestellt. Schamhaare steht noch nicht. Aber warum? Warum schnallt dein Gott Seiten auf Null und so und macht Werte? Warum hat dein Gott einfach... Kann wir bitte irgendwo eine Kultur bewahren? Geht das? Kann man eine Kultur bewahren? Ist das möglich? Mit den Leuten kannst du das nicht. Die sind einfach nur kreuz und fern. Okay, sagen wir Schamhaare stimmt sich trotzdem. Nein. Wisst ihr, was das Grandiose ist? Der beschwert sich darüber, dass der Gott der Bibel so... Leute, der Urbon... Ich habe jetzt niemanden gestummt. Das war der Mond. Bitte, der Urbon möchte jetzt darauf antworten. Okay, aber der christliche Gott hat einen Barbershop. Warum? Nein. Ich kipp jetzt jeden, was da reinredet. Nein, ich kipp ihn rein. Ist egal. Auch wenn keiner mehr oben ist. Es ist... Leute, guck mal, wir sind doch alle Erwachsene. Guck mal, kannst du mich bitte groß machen? Ganz kurz. Wenn er beleidigt, fliegt er. Warum fliegt er? Ich hab... Also guck mal. Nein, weil der Urbon jetzt dran ist. Ich hab das jetzt so entschieden. Weil keiner hat Respekt vor mir. Immer wenn ich sage, redet nicht rein, ihr redet immer wieder rein. Urbon ist dran. Ich bin auf jeden Fall raus. Ist mir scheiße laut, auch wenn keiner oben ist. Es reicht laut. Dankeschön, Abuse. Danke für deine Fairness. Also... Nein, hab ich so viel mit zu tun. Wenn ein Muslim reinredet, dann redet er rein. Dann wird er gekickt, auch wenn ein Christ das ist. Ist mir scheiße laut. Ich bin auch raus. Ich hab keine Lust. Ich danke dir. Das ist mir doch scheiße laut. Danke für die Fairness. Man stellt eine Frage und dann redet man rein. Interessiert mich nicht. Dann kick ich auch. Aber Daniel, Daniel, Bruder, guck mal. Der Amir hat auch vorhin unten bleiben. Ich hab das aber jetzt entschieden, Roland, Bruder. Ich hab das jetzt entschieden. Okay, warum hat er ein Barbershop geöffnet? Barbershop. Nein, der Urbon antwortet jetzt drauf. Aber Urbon, darf ich bitte antworten? Ist das denn möglich? Lieben gerne, aber stimmt das mit Haare und Bart? Stimmt das? Darf ich bitte darauf antworten? Hier ist die richtige Übersetzung. Warte. Und ein... Warte. Es ist der Wahnsinn. Und an jenem Tag wird der Herr durch das Schermesser, das auf der anderen Seite des Stromes angeheuert wurde, nämlich durch den König, durch den König von Assur, nicht er selber, das Hauptschere und das Haar der Beine und den Bart wird es wegnehmen. Nein, an jenem Tag wird es geschehen. So, lesen wir weiter. Von wem ist die Übersetzung? Darf ich bitte fertig gehen? Ist das möglich? Das ist wichtig. Ja, das ist die Elberfelder Studienbibel, ja? Elberfelder Studienbibel. So, lesen wir weiter. Ich bin ein Unwissen da jetzt gerade. Kann man bitte, kann man bitte ausreden? Ist das möglich? Gott lässt aus Ägypten und aus Syrien die Feinde Israels zum Gericht kommen, das ist eine prophetische Sicht, das ist ein Traum von Jesaja, zum Gericht kommen und das ganze Land besetzen. Sie werden Israel ganz abrasieren, mit abrasieren ist gemeint komplett alles, da wird nichts mehr sein und Dornen übrig lassen, sodass man nur noch wie Nomaden von Milch und Honig leben kann. Nein, das ist die falsche Sache. Sonst, das Zeichen der Heilszeit, sondern mühsam gesammelt einseitige Nahrung. Das ist eine Prophetie auf ein Gericht über Israel, ja? Und hier steht nichts von Schamacher, das ist eine schlechte Luther-Übersetzung. Die nehmen einfach alles wortwörtlich, obwohl der Herr Wildsprache benutzt, um etwas zu verdeutlichen. Die denken, das ist wirklich so rasierend und sowas, es ist krank. Aber warte mal, warte mal, jetzt möchte ich auch mal reden. Also die reden die ganze Zeit. Dein Gott Allah in Zuche 17, Vers 64 sagt, wenn du dich vorher vom Sex machen, Bismillah al-Rahman al-Rahim sagst, so wickelt der Satan sich um den Penis des Mannes und mach deinen Dreier mit deiner Frau und deinem, äh, oder mach deinen Dreier mit deiner Frau. Ist das richtig? Deswegen bist du so als Pastor geworden und dein Vater hat das Bismillah vergessen. Urban, hast du jetzt... Sagt von dem Biers-Suche 17, Vers 74 auch im Iran? Also hat, ganz kurz, Amir, also hat dein Vater das Bismillah vorher vergessen? Sei fair, sei fair, sei fair, stark auf. Hat dein Papa das Bismillah vorher vergessen oder warum bist du so geboren worden? Sag mal ehrlich, hat der Vater von Mohammed das Bismillah vergessen? Ich glaube, er hat Balir ja vergessen. Oh, Leute. Oh, der Vater... Leute, der Vater hat auch... Bitte, bitte. Aziz, was ist das für eine Frage? Amira Arab... Hey, Herr Osterberg. Bitte. Aber ganz kurz... Also echt schade, dass man keine Kontur mit euch hat. ...eine Frau zu bieten, außer... ...Moranz ist dran, Moranz... ...Urbahn... ...Auss am Mann, wenn wir in den Mundhygien haben, eine Frau nicht zu bieten. Ja, Bruder, das geht nicht, ja. Das macht keinen Spaß mehr, ehrlich. Ja, ihr redet alle rein, Moranz. Sorry, tut mir leid. Bruder, ich habe nicht mal ein Wort gesagt. Der Amir redet die ganze Zeit dazwischen. Der Urban redet die ganze Zeit dazwischen. Nein. Fass mich das bitte. Bitte. Kann ich was sagen? Ja. Der Urban hat gesagt jetzt, dass Martin Luther ihn nicht interessiert. Habe ich das richtig verstanden? Ich habe gesagt, ich lehne die Martin Luther Übersetzung ab, ja. Für mich war Martin Luther ein Heretiker. Ich lehne ihn ab. Ach du Scheiße. Also du lehnst ja... Für dich ist es nur deine... Genau. Ich lehne Martin Luther. Nein. Ich bin orthodox. Ich lehne Martin Luther Übersetzung. Wie gesagt, wir haben einen Urtext und verschiedene Übersetzungen. Und bei Übersetzung... Wie gesagt, Martin Luther... Ich möchte dich noch was fragen. Das ist vernünftig, okay? Vernünftig Frage. Sind Unitare Christen für dich keine richtige Christen? Nein. Nein, Unitare sind für mich keine Christen. Sind für dich... Sind für dich Kafirs? Ja, natürlich. Okay. Äh, die an Martin Luther glauben, sind auch für dich Kafirs? Nein, die sind keine Kafirs. Ich lehne nur seine schlechte Übersetzung ab. Martin Luther hat im Mittelalter übersetzt. Deutsche Sprache im Mittelalter war anders wie heute. Also das heißt, für dich, die an Martin Luther glauben, sind falsch? Nur deine... Nein. Ich lehne die Übersetzung von Martin Luther ab. Weil der teilweise an manchen Stellen die Bibel schlecht übersetzt hat. Weil er im Mittelalter übersetzt hat und die Sprache damals anders war. Also so ein Theologe wie Martin Luther lügt und du hast recht. Nein, ich sage, er hat im Mittelalter übersetzt und er hatte teilweise manche Wörter schlecht übersetzt. Ja, kommt. Also würde ich sagen, dass eine Gruppierung in Deutschland, wahrscheinlich sind über 10 oder 15 Millionen, die an Martin Luthers über... Boah, mein Lieber, du kannst doch eine Wortstudie unternehmen. Wenn du wissen willst, ob Martin Luther wirklich gut übersetzt hat, so kannst du doch in den Urtext rein gehen. Das ist doch eine böse Frage, die du da stellst, Mann. Warum machst du das nicht? Bist du fünf Jahre alt, oder was ist das? Wir haben doch einen Urtext, also können wir jede Übersetzung vergleichen. Hat der hier gut übersetzt? Hat der hier schlecht übersetzt? Jeder kann doch Fehler machen, aber wir haben einen Urtext, Mann. Genau. Ich habe auch deutsche Korane, die sind sehr schlecht übersetzt. Ich habe auch deutsche Korane. Ich habe die von Bubenheim, ich habe zwei, drei Korane, die sind auch unterschiedlich übersetzt. Warte, 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 man muss dazu sagen, der Koran, die arabische Sprache hat über 13 Millionen Wörter und die deutsche Sprache hat nur 600.000. Genau, aber von den 13 Millionen Wörtern benutzt ihr nur noch einige Prozent. Das ist nur so eine Propaganda. Nur noch 10 Prozent der 13 Millionen Wörter werden im Arabischen benutzt. Also die ganzen alte arabischen Wörter kennt ihr auch alle nicht mehr, benutzt ihr nicht mehr in eurer Sprache. Das ist schon ein bisschen Propaganda. Das, worüber du sprichst, ist hocharabisch und das wird noch in jedem Land gelehrt. Jedes arabische Land, es gibt einmal, zum Beispiel ich komme aus Syrien, es gibt syrische Akzent, es gibt irakische Akzent, jibanesische Akzent und so weiter, aber hocharabisch wird an jeder arabische Schule trotzdem weitergelehrt. Und das ist auch die Sprache des Korans. So, weißt du was ich meine? Ja, okay, gut, gut. Ich habe ja nur gesagt, dass man... Ja, ich habe ja nichts anderes gesagt. Genau. Akzeptiert ihr die Ahmadiyya-Übersetzung, akzeptiert ihr jedes Wort der Ahmadiyya oder haben sie für euch falsch übersetzt? Du hast einen Dachschaden, sage ich nicht. Die Ahmadiyya sind dafür, ist das eine gute Übersetzung? Bist du ein erwachsener Mann? Benimm dich doch mal, du bist doch erwachsen. Genau so eine Frage kann man euch stellen. Ich versuche es. Ich versuche es. Ich versuche es. Ich versuche es, ja. Geh auf Google, schreib mal Dummheit. Ist das eine Beleidigung oder ist das eine Feststellung? Geh drauf und guck mal, der Kollege unten... Also wenn ich jemanden als dumm beleidige, dann muss ich am mindestens doppelt so intelligent sein wie er und du bist nicht doppelt so intelligent wie Amir. Du kannst ihn nicht als dumm beleidigen. Ganz kurz. Er ist dumm. Weißt du warum? Nein, nein. Er war intelligent genug, den Islam zu verlassen. Er kann nicht dumm sein. Nein, nein. Ist er nicht. Ist er nicht. Ganz kurz. Ich erkläre dir warum. Ein Paketendienst Amir will mir meine Religion beibringen mit seinen Lügen. Okay? Er lügt nicht. Ich kenne Amir nur mit Quellen. Das ist das Kranke. Ich lese seine Tafsir, zeige ihm, was der Mohammed gesagt hat. Und dann sagt er dir, wie mir meine Religion erklärt. Deine Paketendienst, die du auf irgendwelche Sachen von Zitari und Zitari und Zitari und Zitari und Zitari. Selbst wenn es so wäre, verstehst du, was ich meine? Aber ich kann doch nicht sagen, was ich mache. Du weißt ja, wie krank das Internet ist. Hätte er in der Schule aufgepasst, dann hätte er ein Geld gehabt ohne Ende. Er hätte sich nicht mit TikTok beschäftigt. Oh, Molanz, bitte. Was nützt mir denn das ganze Geld, wenn meine Seele verloren geht wie deine? Meine Seele ist nicht verloren. Ich tue das, was gut ist und lebe auf dem Mond. Lautsuchen 19, Vers 70 bis 72 wärst du erstmal in die Hölle fahrt. Ich will nur was sagen kurz, bitte. Ich geh gleich wieder runter. Daniel, kann ich kurz was sagen, bitte? Ich geh wirklich wieder runter. Assalamu alaikum an die Muslime und Hallo an die Christen. Ich will nur was sagen. Es bringt sich nichts, wenn hier Muslime, Sunniten hochgehen und darüber debattieren. Das ist nicht der Weg, das ist der Fassalich und schon gar nicht zu beleidigen. Ob das jetzt Ex-Muslim ist oder Urban, ihn zu beleidigen als Kelp oder sonstiges hat keinen Sinn. Wenn der Prophet sagt, sprich Gutes oder schweig. Deswegen hat er gesagt, beiß in den PMS deines Vaters rein. Warte bitte. Warte bitte. Ich werde mit dir sowieso nicht debattieren. Omar im Abdelaziz. Keine Chance. Dein Prophet hat das Wort Annikdarhaben. Daniel, kann er mich aussprechen lassen? Amir, Bruder, bitte. Dann soll er die Wahrheit sagen über seinen Propheten und nicht das Gehirn über das Tor abziehen. Er soll kurz warten. Er soll kurz warten, bitte. Warte kurz, Bruder. So. Amir geht ja alleine live. Es sind hier 1,7.000 Zuschauer live. So. Die hören uns jetzt in Zeugen. Amir, ich und du kommen morgen live um 20 Uhr am Abend. Eins mit eins. Ohne Leute. Okay? Und wir lesen auf Arabisch Texte. Bist du dabei? Warum lügst du über deinen Propheten? Warum lügst du über deinen Propheten? Bist du dabei oder nicht? Bist du dabei oder nicht? Warum lügst du über deinen Propheten? Hat der Prophet gesagt, geh und beiß in den Penis deines Vaters? Daniel, kann er mir darauf antworten, ob er dabei ist morgen um 20 Uhr? Antworte nur darauf. Hör auf dich aufzustehen. Ich lüchte nicht. 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 Urban, hast du dabei? Ja. Dein Prophet hat gesagt, man soll mit guten Worten reden. Dein Prophet hat gesagt, man soll die Unglauben beleidigen. Damit hat sich herausgestellt, dass Urban ein richtiger Mann ist und Amir nicht. Hör doch mal auf, bitte. Hör doch mal auf mit solchen Sachen. Bist du dich im Kindergarten? Ja, aber Bruder, ich kann doch nichts dafür, wenn er so ist. Ich kann doch nichts dafür. Das war nicht meine Sache. Also ich wüsste nicht. Also ich weiß nicht, was dir meine Religion so krasses angetan hat. So ein Hass gegen den Propheten. Also komm mal ein bisschen bitte runter. Zuge 9, Vers 29. Ich verstehe nicht, wieso ich rausgehauen werde. Al-Balkani, das war ein Moderator, keine Ahnung warum. Al-Balkani, wenn du mit ihm debattieren möchtest, ganz gut. Daniel, einen Moment bitte. Danke dir. Wenn du mit ihm mit Amir debattieren möchtest, könnt ihr das auch bei mir machen. Lass mich bitte zu Ende sagen. Danke dir für die Einladung. Die Sache ist nur, schau. Man ist hier gefundenes Fressen. Die Muslime sind Juhal, die hochkommen, Unwissende. Dann schau, ich bin ja fair. Ich bin nicht direkt. Das live heißt ja, oben steht ja ein christliches Kreuz mit Schia 313. Ihr seid Hand in Hand. Kein Problem ist eure Sache. Ich verstehe nicht, was hier sunnitische Muslime machen. So, ich bin nochmal hier oben hochgekommen, ich gehe gleich wieder runter. Bei Allah Azawajal, Ex-Muslim, du hast ja eine hohe Reichweite. Ich kenne ja viele Leute, du hast so viele kommentiert. Ich und du, 20 Uhr morgen, mit einem Tafassir von Salaf und Salih, von früher, mit einem Ulema. Auf Arabisch bitte. Ich und du, 101. Bist du Mann oder nicht? Gib erst mal zu, dass dein Prophet gesagt hat. Schau, er ist kein Mann. Ich habe dich exposed. Du bist kein Mann. Hat dein Prophet so geredet? Hast du sie gepunktet? Allahi Muslime, ihr seht gerade, ihr seht gerade, dass er kein Mann ist. Lach nicht. Gib das wenigstens zu. Gib das wenigstens zu. Hat dein Prophet gesagt, beiß in den Penis deines Vaters. Ich habe ihn vor 1.800 Leute. Kommst hier rein, laberst irgendeinen Blödsinn, man. Irgendeinen Blödsinn laberst du. Daniel, kann ich kurz was sagen, bitte? Daniel, aber ganz kurz. Wir machen das so. Daniel, wo? Daniel auf dich. Geh und beiß in den Penis deines Vaters. Das ist deine schöne Wortmahl, ne? Darf ich bitte kurz zu Ende reden, Daniel? Ich bitte. Hat er das gesagt in Al-Jami Astarin, ne? Amir, warte mal bitte ganz kurz. 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 Das heißt, wir beide morgen treffen wir uns. 20 Uhr. Wir parken beide unseren Yarak auf den Tisch und gucken, welcher der längeren ist. Packen wir das? Alles klar. Guck mal. Zurück zum Team. Du, Alter, unbedingt nur auf meiner Plattform. Unbedingt. Okay. Darf ich kurz was sagen, Daniel? Bitte? Weißt du was? Wenn du hier Fremdwerbung machen willst, alter, dann such dir ein eigenes live. Verstehst du das? Okay. Möge Allah dich recht leiten. Möge Allah dich recht leiten. Darf ich bitte? Wer sich gleich recht leitet, lass ich zu ihm in der Ecke. Daniel, ist das hier ein normales Verhalten im Live? Oder was ist das? Ja, das ist genau das Verhalten, das dein Prophet an den Tag gegeben hat. Darf ich bitte kurz zu Ende reden? Okay, lass ihn bitte kurz zu Ende reden. Nein. Fremdwerbung ist das ekelhafteste Überhaupt. Was ist mit dir nicht richtig und du Bengel, Alter. Ohne Scheiße. Wenn du einen Yarak-Vergleich brauchst, komm zum Aller. Dann pack mir beide auf den Tisch, Leute, bitte lasst mich, wenn ich was mache, bitte lasst mich doch einfach. Ich will einfach neutral bleiben und fertig. Ja, aber du sollst auch den Kollegen unten mahnen, dass der nicht unsere Propheten beleidigt. Er muss hier gar nichts mahnen. Ganz kurz. Hör auf, Daniel damit reinzuziehen. Ganz kurz. Bleib froh, dass du die Plattform hast, Mo. Ganz kurz, Reuter. Ja, das ist heftig, dass man euch so eine Plattform bietet. Mo Lanz, wenn du es genauer wissen willst, er beleidigt nicht meinen Propheten, Bruder. Also ich sehe das so, ganz einfach. Er benutzt Quellen, an diese Quellen glaube ich nicht und fertig. So sehe ich das und deshalb kriege ich ihn. Ganz einfach. Und abgesehen davon, ich muss neutral bleiben. Daniel heißt du, Abubizeps, du heißt Daniel, ja, freut mich. Wenn ihr wollt, zum Thema Kinderehe, Schenkelverkehr im Sunnitentum, ich kann loslegen. Mach das mal bitte Daniel zuliebe nicht. Ich weiß zwar, dass du recht hast, aber da sind so viele Ausdrücke bei, die ruckzuck zur sexuellen Belästigung und sonst was führen. Nein, sonst sprich ich es nicht aus. Du weißt doch, wie das funktioniert, Mensch. Ich zeige euch mal was aus Bukhari. Ich habe noch nie darauf eine Antwort bekommen. Das wäre mal interessant. Es ist ein bisschen was Witziges, Leute. Es ist nicht was Ernstes. Also wir können ja mal ein bisschen lachen. Also ich habe das auch auf Arabisch gelesen. Da steht sogar 20. Daniel, danke dir, dass du mich hochgeholt hast. Was ich habe, ich habe, ich habe, das finde ich überhaupt nicht in Ordnung, Bruder. Islamweb.net, Sahih al-Bukhari, Band 2, Seite 948, ein Nachbar von uns, eine Großmutter, die 21 Jahre alt ist. Auf Arabisch steht sogar 20. Kann man ja mal klären, wie man mit 21 schon Großmutter ist? Wie funktioniert das? Wie? Wann ein zweites Kind? Ey Leute, was habt ihr für Bücher? Sehen. Ja, das Schlimme ist, in Sunan al-Nasai hat dieses 3-2-2-1 gehen Omar und Abu Bakr nach der Hand von Fatima fragen. Und Mohammed sagt, sie ist zu jung. Du musst dir mal vorstellen, die zwei gehen ein Kleinkind nach der Hand einer Kleinkind anhalten. Die fragen Mohammed nach der Tochter von Mohammed. Und er sagt, nein, die ist zu jung. Was fragt die mich sowas? Amir, du weißt, ne? Geh runter, nimm mal abwechselnd, du hast so viele Anfragen unten. Nimm mal ruhig neue Gäste mit hoch. Und wenn die nicht hinhauen, ganz ehrlich, du brauchst dich an keinem Gast hier halten. Ohne Scheiß. Es bereiten sich am Ende sowieso alle hoch zu wollen. Ein Moment. Jeder möchte sich mit Amir biefen. Die wollen alle Jahrgangs vergleichen mit Amir. Ihm brauchst du keine biefen. Nein, guck mal, ich hab nur, ich hab eine Frage zum Beispiel. Die Befürworter, die befürworten immer wieder 16-jährige Noten. Ihm, du wolltest doch gehen. Mach mich mal groß. Sag mal, Robin, kannst du mir erklären, der Prophet Loth, dass er seine zwei Töchter geschwängert? Im Bibel? Kannst du mir das mal erklären? Arne, weil hier kommt schon wieder der Löwe, Mensch. Leute! Ich kann dir das sehr gerne erklären, wenn du mich ausreden lässt, werde ich dir das erklären. Also erstmal ist Loth für uns kein Koffer. Kannst du mir mal erklären, Jesus bei der Kreuzigung, Gott, warum hast du mich verlassen? Kannst du mir auch mal erklären? Kannst du mir, kannst du mich ausreden? Kannst du mir mal erklären, wo Arne haben sich im Himmel in der Baunkontexte verstanden? Oh mein Gott, ey Leute, was ist denn mit euch los? Was ist denn mit euch los? Kann man das sachlich reden? Ich krieg dir raus, natürlich, wenn er gegen... Leute, heu bitte nicht, wenn ich mich unter Droge... Hast du gesehen, da... Ich verstehe nicht, was eure Sache hier jetzt hier ist. Ihr kickt die ganze Zeit Leute hoch, die kritisch gehen. Jetzt kommt der Abu Hanjar auch noch dazu. Jetzt könnt ihr eure Lügen... Nein, Leute, das ist unfair, weil wir... Bruder, Bruder, nein, 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 nein. Das haben wir jetzt alle gesehen. Ich wollte doch antworten. Ich wollte doch antworten. Und Leute, ihr schickt die Leute die ganze Zeit runter, die mit euch debattieren können. Das ist das Problem von... Okay, nehmen wir wieder hoch. Das, was ihr auch in euren Lives die ganze Zeit macht. Sechste Institution, die da hoch wollen, mit Abu Hanjar, Urban und... Ich möchte dich nicht kicken, weil das ist sonst unfair, weil... Das sind halt mehr Christen oben als Muslime. Ich will den gleichen... Das ist alles gut. Das ist alles gut, Bruder. Ja? Das ist alles gut. Dankeschön. Ich hole ihn jetzt wieder hoch, der hier war. Ja, aber... Ja, aber... Er muss mich auch ausreden lassen. Eine Frage stellen und mich antworten lassen. Wenn er eine Frage stellt, dann muss er erst mal die Antwort zulassen. Okay, darf ich auf los? Nein, nein, warte. Ganz kurz, warte. Nein, jetzt bin ich auch... Hey, äh, Daniel, das macht keine... Mor Lanz, Bruder, du verstehst eins... Bruder, das geht nicht, wenn... Ganz kurz, Rö, hör auf. Bist du neutral oder nicht? Wenn du neutral bist, dann bleiben wir. Wenn du nicht neutral bist. Mor, du bist, Rö, schlichtweg nicht dran, du störst einfach nur. Jetzt ist der Typ oben dran, bitteschön. Ja, deswegen, deswegen tut der Rö doch dich. Weil da oben, der hat eine Frage. Stell deine Frage nochmal. Ich selber. Er hat schon verstanden, er weiß schon, was ich meine. Er sind erwachsene Leute, ey, das sind erwachsene Leute. Es ist der Wahnsinn. Also er hat wegen Lot gefragt, ja, darf ich darauf antworten? Also Lot erstmal, für uns ist überhaupt kein Prophet. Lot ist im Islam ein Prophet. Also Lot, die Töchter von Lot haben ihn betrunken gemacht und haben mit ihm geschlagen. Das war kein Befehl von Gott. Ja, davor hat Gott wegen Unzucht eine ganze Stadt ausgelöscht. Von daher gibt es da nicht zu erklären, dass eine Geschichte, die passiert ist, die in der Bibel erwähnt wird. Das ist weder eine Fatwa, ein Befehl oder sonst was ist zu tun, sondern es ist absolut verwerflich. Und wie gesagt, du bist ein Lügner. Okay, wo habe ich gelogen? Du bist ein Lügner, du weißt das. Ja, wo habe ich gelogen? Du weißt ganz genau, dass du gelogen hast. Ja, wo denn? Ja, das sagst du jetzt das dritte Mal. Dann begründe das doch. Dann widerleg das. Versuche irgendeine Quelle zu nehmen. Er kennt nicht mal die Bibelstelle, wenn ich das frage. All right boy, hör mir mal zu. Mir sag ich mal jetzt... Oh Gott, ey. Leute, guck mal, Atabi. Du hast keine Ahnung. Warum nimmst du jemanden, den Platz weg, der Ahnung hat? Du repräsentierst gerade deine Religion. Dann lass doch jemanden hoch, der Ahnung hat, anstatt euch... Guck mal, ihr blamiert euch heute hier. Macht das doch lieber nicht. Guck mal, komm einfach 1-G-1 gegen Hampir und dann haben wir es hinter uns. Sag mal, was habt ihr alle? Sag mal, ganz ehrlich, habt ihr so wenig Selbstwertgefühl, dass ihr euch ständig mit irgendjemandem messen wollt? Also ich bin AfD-Experte. Deshalb bin ich auch hier. Mann, Mo, Alter, du bist von nichts irgendein Experte. Du störst einfach nur. Ich bin AfD-Experte. Ich bin Experte mit AfD. Amir, Amir, also man kann, Amir, man kommt betrunken in ein Live hoch, um über Religion zu debattieren. Das ist doch der Wahnsinn. Danke. Der leiert voll. Ich weiß nicht, aber Daniel, ich will hier nichts vorschreiben, aber besser... Sag mal, Mo, wolltest du nicht gehen? Oder haben wir nicht noch interessantere Gäste hier? Jetzt mal ohne Scheiß. Ich komme mir hier schon vor wie die Security, Alter. Nur um das Gespräch am Laufen zu halten. Ihr respektiert Daniel null. Nicht ein bisschen. Das ist sein Live. Er gibt euch die Plattform und ihr missbraucht den Sprich weg. Daniel, das ist schon so weit, mein Vater. Ach, Trabi, bitte geh runter, bitte, bitte, ich... Guck mal, bitte geh runter, ja. Für deine Religion. Zum Wohl deine Religion, deine Glaubensbrüder. Bitte geh runter. Roy, du brauchst... Mann, Alter. Roy, du schreist ganze drei, Alter. Du brauchst... Ich zeige die Kajah in den Schild. Der ist betrunken. Du kommst betrunken hoch, über Religion zu debattieren. Ganz kurz. Orban, wenn du schon hier bist, ich habe eine Frage an dich. Ist bei euch ein Christentum, da bin ich ein bisschen Lerner von dir, du bist ja... Du weißt dich ja mit deiner Religion sehr gut aus. Nein, nicht ein bisschen. Darf man bei euch unehelich Sex haben? Nein, darf man nicht. Guck mal, mein Freund, guck mal, ich erzähle dir mal ganz, ganz kurz und knapp. Lot war ein Prophet, okay? Lot war bei uns kein Prophet. Wie die Menschheit, okay? Orban, darf man bei euch Schweinefleisch essen? Ja, darf man. Hä? Wie? Ja, man darf. Ach du Scheiße. Hast du jetzt gerade gesagt... Aber warte mal, was ist besser? Was ist besser? Was ist besser, Schwein oder Mensch? Selbst in der Bibel steht, dass Schwein verboten ist und ihr isst Schwein. Okay, okay, was ist besser, Schwein oder Mensch? Guck mal jetzt, ob das... Kannst du mich mal bitte kurz groß machen, Abu Bizeps? Ich guck mal, was ist... Der Chat soll mal entscheiden, was ist besser. Hier, das Buch von Al-Khatib... Okay, okay, lass mich mal bitte. Das Buch von Al-Khatib Al-Sherbini Abushuya, Sharmela.west, islamische Bibliothekseite, kannst du jedes Buch holen. Das ist ein Buch nach der Lehre von Shafi, wie man mit Abtrünnigen umgeht. Er hat das Recht, einen Abtrünnigen zu... Ne, ihr habt es gelesen. Ihn zu essen und einen Krieger, sogar ein Kind oder eine Frau und ihn zu essen, weil sie nicht unfehlbar sind. Was ist das? Das Buch... Das ist eine offizielle, solidische Bibliothekseite. Genau, Sharmela.ws. Ich kann auch auf YouTube Gelehrte zeigen, die das auch predigen. Sharmela.ws, islamische Bibliothekseite. Das Bruch der Überzeugung der Löhung der Worte. Das ist die größte Lüge. Also was ist besser, Mensch oder Schwein? Das ist die größte Lüge. Der Bruder Abubitze ist gerade am Essen. Ne, ne, ich finde es lustig, dass ihr solche Seiten... Du hast da was verwechselt, mein Freund. Warte, weißt du, was ich mache, Urban? Morgen erstelle ich mit KI eine Seite, nur Lügen über... Das ist so peinlich, peinlich, peinlich. Ja, macht doch das, was ihr auch gemacht habt. Als könnte Urban in die Bibliotheken der Muslime reingehen, in das Buch eine KI erstellen und das den Leuten anzeigen. Sag mal, wie willst du dich denn noch blamieren, Mann? Hey, Amir, wo ist Schwein? Guck mal, ey, 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 wenn man am sterben ist, darf man Schwein essen, okay? Woher kommst du jetzt mit Menschen und so weiter? Ganz kurz, ganz kurz, ich erkläre dir eine Sache. Bei uns darf man nicht mal... Bei uns darf man nicht mal... Weißt du, was Haywan-el-Muftadis ist? Weißt du, was Haywan-el-Muftadis ist? Ey, so ohne Scheiß, du machst dich eh mehr. Wo gehen wir nicht, Alter? Ohne Mist. Aber Bizeps, also wenn wir sachlich debattieren wollen, auf einem hohen Niveau, dann hol mal bitte bessere Leute. Was ist denn Haywan-el-Muftadis? Wir sollen eine Anfrage stellen dann, Urban. Ey, Urban, du bist der größte Lügner, der Teil der Schwester. So, ich hab euch jetzt eine Frage gestellt, Amir und Urban. Was bist du für ein Lügner, Alter? Was ist denn Haywan-el-Muftadis? Okay, soll ich auf YouTube zeigen, soll ich auf YouTube zeigen, wie das Leute predigen im arabischen Raum? Ganz fröhlich. Ich stelle Ihnen eine Frage, beantwortet meine Frage. Zeig, zeig den somalischen Schäden. Ihr könnt nicht oben eure Lügen zeigen. Aber hol mir nicht irgendwelche Säcken und so, Alter. Wir Sunniten und Schiiten werden... Das ist ein Sunnite aus Somalia, ein Schäden. Urban, Urban, du darfst du... Es gibt auch Säcken, okay? Ihr werdet unsere Religion verbreiten. Und ihr werdet von außen... Okay, ich zeige nicht alles. Hör doch mal zu, was Boos sagt! Hör doch mal zu, was Boos sagt! Wir verbreiten Sunniten und Schiiten unsere Religion mit Frieden. Deshalb nehmen die Deutschen mittlerweile unsere Religion an. Weil die glauben nicht an diese drei Götter. Fertig, auf Ende. Könnt ihr euch alle angucken. Er predigt das Buch live und lacht dabei. Ja, ja. Und darum glauben wir, alles klar. Das Buch ist von Shafi, der Begründer. Wenn du intellektuell nicht mithalten kannst, dann rede bitte nicht. Junge, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben gesehen. Ja, danke schön. Die finden irgendwelche Lügen und dann glauben die selber daran. Ist doch alles gut. Oh mein Gott, ey Leute, ich weiß nicht, wie man mit euch reden kann. Sharmella ist die offizielle Bibliothekseite. Du hast sie alle islamischen Bücher auf der Welt. Kannst du die holen? Ey, Roba, ey. Du machst so viele Fehler, Mann. Roy? Eine Frage, Roy. Macht es klar, mich jedes Mal zu kicken? Du weißt ganz genau, dass du ein Bibliothekst. Und jedes Mal, Daniel holt mich wieder hoch. Also, könnt ihr jetzt bitte meine Frage beantworten? Das ist nicht Daniel, der Moderator. Weil ganz ehrlich, das Lustige an der ganzen Stelle ist, dass du so dusselig bist, dass die Leute das lustig finden. Und für den Live ist das dienlich. Aber für das Gespräch nervig. Ich finde es voll lustig, dass ihr... Ich esse gerade meine Wassermelone und bin Chili-Schweig. Soll ich dir aus dem Buch zeigen? Soll ich dir das aus dem Buch zeigen? Ey, wo ich Bibli zum ersten Mal in meinem Leben gelesen habe, ich habe sofort gemerkt, da stimmt was nicht, Alter. Von Menschen geschrieben. Ey, komm mal, geh bitte raus. Leute, wirklich jetzt... Das ist so... Ich sehe, ich da klar haben, dass Menschen geschrieben haben. Roba, du weißt das selber, Mann. Du weißt ganz genau, dass Bibliothek ein Lüge ist. Glaubst du, Gott ist runtergekommen, hat mit dem Stift das Buch geschrieben. Deswegen rede ich schon. Du weißt das ganz genau selber, dass Bibliothek eine Lüge ist. Das weißt du. Das ist ganz einfach. Allein, dass du das sagst, Alter, das muss man sich mal überlegen. Allein, dass du das sagst. Roba, du weißt das ganz genau. Dass die Bibliothek eine Lüge ist als Moslem, überleg dir das mal. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe die Bibliothek gelesen bis zur Hälfte, und ich habe gemerkt, dass das von Menschen geschrieben ist. Ja, es ist Gottes nicht runtergekommen, hat das mit einem Stift aufgeschrieben. Nein, ich meine, von Menschen erdacht und geschrieben. So Geschichten. Und man ist auch von Menschen. Von Paul an der Garten und so. Geschichten geschrieben. Ach bitte. Bitte. Rory, kannst du dir nicht rausnehmen? Kannst du Leute, die bisschen gewohlen machen? Das Schlimme an der ganzen Sache ist, solange er nicht beleidigt und das Gespräch nicht stört, weißt, ich bin hier nur Moderator. Ich versuche, da den Leib zu schützen. Die tragen zu nichts bei. Ja, ich weiß, das sag ich ja. Das Blöde ist nur, die Leute sind so dusselig, die verstehen das nicht. Die finden die Leute hier dusselig oder diese dusseligen Leute finden sie einfach lustig. Verstehst du? Ich kann das aus dem Buch zeigen. Ich kann das aus dem Buch zeigen. Ich kann das aus dem Buch zeigen. Ich kann dasselbe aus dem Buch zeigen, was ich gerade gezeigt habe. Daniel, darf ich dir was sagen? Kein Problem. Daniel, darf. Einfach in Ruhe. Oder Herz, guck mal. Egal wie oft sie versuchen. Ganz einfach. Die Deutschen sind mittlerweile atheistisch, weil die nicht an diese Religion glauben, was ihr verbreitet. Die sagen, wie gibt es drei Götter? Die sagen, die werden alle atheistisch langsam machen. Kein Christ sagt, wir haben drei Götter. Sowas existiert nicht. Nee, das sagen nur Leute, die die Stilität nicht versiehen, und zu dusselig sind, sich damit auseinanderzusetzen. Dein Koran sagt in Surah 2, Vers 1, dass ihr die Dreieinigkeit habt. Ich bin ruhig. Ich bin ganz ruhig. Ich sage euch, was Fakt ist. Fakt ist, die Deutschen glauben nicht mehr an eure Religion. 70.000... Ja, 16 Millionen... Das hast du heute Abend schon 20 Mal mindestens gesagt. Komm mal mit was Neuem. Richtig, ja. Aber das ist einfach Fakt. Stumme Fakt. Nicht mehr genau. Das ist einfach Fakt, dass Al-Jazeera eine Reportage rausgehauen hat, beziehungsweise eine Studie rausgehauen hat, in dem gesagt wird, dass 16 Millionen Muslime jährlich den Islam verlassen. Was hältst du denn davon? Und darf, dass Al-Jazeera sagt, dass du ein Kadhab bist? Du siehst du, habe ich dich schon wieder. Habe ich dich schon wieder. Da lacht er gar nicht. Lomo, das Leben mal, bis gleich. Wie oft willst du noch von mir vorgeführt werden? Wie auch noch? Also unser Glaubensbekenntnis, unser Glaubensbekenntnis, ist, lass mich mit ausgehen, ich glaube an einen Gott, den Vater, den Al-Jazeera, den Schöpfer und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingezeugten Sohn, aus dem Vater gezeugt von aller Zeit. Licht vom Lichte, wahren Gott und wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen. Das ist unser Glaubensbekenntnis in der orthodoxen Kirche. Wir glauben an einen Gott, nicht an drei Götter. Sorry, ich habe das falsch. Also du bist orthodox, nein, nicht katholisch. Nein, ich bin orthodox. Ach so. Burra Molans, guck mal, ich weiß, du bist ein Muslim, Burra, aber du gibst den dazu nur mehr Recht, Wallah. Bruder, nein, nein. Respekt, das ist das einzige Vorteil, bei dem du redest, du gleitigst, natürlich sind dann die Leute abgefasst. Ich habe bis jetzt nur Dummheit gesagt, ich habe nur gesagt, dass der Ex-Muslim ein dumm, außerdem, ich bin kein Kalif hier, dass ich Repräsentant von Muslime bin oder sonst was. Ja, ich bin auch kein Irgendwer, Alter. Ich sage dir jetzt eine Sache, wenn ich jetzt höre, wie der Ex-Muslim redet, dann weiß ich, dass da ein Mensch ist, das existiert und dumm ist. Verstehst du, weil ich habe ihn schon mal mehrmals durchschaut. ich komme mit Koran, Hadith, Sunna, mit Eloquenz, mit allen möglichen. Das sind deine Überlegungen. Das sind deine Überlegungen. Weil ich habe schon mal, schon mal habe ich mich schlau gemacht und gefragt und gefragt, Jede Sache von dir wurde mal mehrmals gelogen. Live-Dings. Ja, aber du wurdest vorhin herausgefordert von einem, der viel Wissen hat, direkt zu Anfang über seinen eigenen Propheten. Weil die dich zerstören, jedes Mal. Und darauf habe ich echt... Ah, okay, komm, bring mal was Neues, bitte. Ich bin hier reingekommen. Ich bin hier reingekommen. Ich bin hier lang. Ey, Mo, 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 du kässt du diesen Einkumpel? Mo, kässt du diesen Einkumpel? Wer will leugnen, dass ich den Islam nicht ruiniert habe in Deutschland, Schweiz und Österreich? Du hast gar nichts gemacht. Wer? Du ruiviert. Leute an Islam und fertig. Wer will das leugnen? Wer will das leugnen? Mo, kennst du diesen einen Kumpel, den er nicht mehr zur Party mitnehmen muss? Ich tue den Stream Neues starten, weil ich habe zu viele Meldungen bekommen. Zu viele. Ja, Gott sei Dank. Ich tue den Neues starten, ich gehe auf und dann wieder on, ja? Gott sei Dank. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Aber ich bin auch wie du. Ich habe eine halbe, also ich bin Christ, aber meine Familienseite schied ich eine Seite, eine Seite Christ. War er echt jetzt? Ja, halb iranische Seite. Ich mache auf jeden Fall das Blut weg, weil deine Bio gefällt mir. Dankeschön. Schurzwein. Wegen dieser Bio. Guck mal, wegen dieser Bio. Ganz kurz, ganz kurz. Ich habe viele Debatten, aber wegen dieser Bio kriege ich die meisten Hassnachrichten. Das ist so unglaublich, ja. Das hätte ich nie gedacht. Also die meisten hassen nur wegen dieser Bio. Jetzt hören wir die Leute hoch. Aber ich wirst dir, du, Urban, du bist so viel korrekter, du sprichst mit Herz. Dieser Arme, der spricht so richtig mit Herz. Ich meine, das ist nicht böse, aber man merkt, du musst mal Arme verstehen. Du musst mal Arme verstehen. Guck mal, er hat kein normales Leben. Er lebt in Gefahr. Er debattiert jeden Tag. Er kriegt Drohung. Wenn du 4, 500 Drohnachrichten bekommst im Monat, oder das ist schwer, das ist kein Islam. Das ist kein Islam. So, das weiß auch jeder Muslim, aber das sind diese, diese Behinderten. Was heißt behindert? Das sind einfach Leute. Was ist Havaric? Was ist Havaric? Was ist Havaric? Darf ich dich fragen, was ist Havaric? Oder ich bin nur ein praktizierender Muslim, der Araber. So, okay. Mir lasst mich immer ganz kurz fragen, bitte. Ich bin auch, ich habe nur eine Frage an Urban. Diese Quelle, die du gelesen hast, wo man den abtrünnigen essen darf. Ja, immer. Sagt das ein Schüler von Immer mit Schafi oder sagt das Immer mit Schafi direkt selber? Das ist, das ist, das ist nach der Lehre von Schafi geschrieben. Das ist aber einer seiner Schüler, der das Buch geschrieben hat, aber nach seiner Lehre. Ne? Also ich weiß, dass es die Quelle gibt. Ich kenne die Quelle. Also du hast schon recht. Das gibt es wirklich. Aber ich meine, hat er das direkt selber gesagt? Oder hat das ein Schüler oder irgendeiner der... Das kann ich nicht sagen, ne? Weil das ist halt interessant für die Sunniten, ne? Ja, aber das ist... Der Eben Tamir, den du vorhin gelesen hast, der das mit den Kindern erlaubt, ne? Will ich jetzt nicht aussprechen. Der ist ja in Hamburg. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Andri Khamal, Abu, du hast mich vorgenommen. Ich bin Oslo al-Kurdi. Urban, du fluchtest nicht. Amir, komm zurück, ich warte auf dich. Keiner nimmt dich ernst. Oslo al-Kurdi ist da. Mein andere Account ist gesperrt. Okay, sehr gut. Danke, mein Bruder. Ihr seid doch nicht normal, Mann. Warte, lass ich mal ganz kurz aufstehen, wieder. Ist es der Sinn und Zweck? Oder in der Konversation, dass ihr euch die ganze Zeit fertig macht? Geht es um Religion oder geht es um Menschlichkeit? Das ist doch nicht geil, wer eine Religion hat. Welche Religion wir haben. Welche Bücher geschrieben wurden vor tausend Jahren. Weißt du, ihr macht euch alle verrückt. Ich gucke mir die Scheiße jetzt 30, 40 Minuten an, ja? Und ich denke mir, Digga, was ist da los? Ich habe das noch nie gesehen. Ich kenne den Typen gar nicht, bei dem wir live sind. Ich kenne, also ich beschäftige mich nicht mit Religion, aber was geht die Offenheit ab? Genau das ist das, was die Politik und die ganze Welt macht und Religion machen. Ihr fickt euch gegen... Bruder Aboud, erlaubst du mir? Ja, ich komme kurz. Okay. Urban hat irgendein Argument gebracht, wie der Bruder Hassan ihn gefragt hat. Er sagt ja, das ist nach Rechtsschule von Shafi. Oder seine Schule hat es geschrieben. Urban, ich bitte dich, 3. Mose 26, 29 aufzuschlagen. Mach ihn groß. Mach du mal auf. Mach du mal auf. Ja, dann hast du Pech gehabt. Wie du jetzt islamische Quelle gezeigt hast. Hassan, Bruder, kannst du die Kamera aufmachen? Nein, mein Bruder. Aber kannst du Dino hochholen, bitte? Dino ist auch im Essen. Urban, Urban, Urban. Das, was wir versuchen, am Islam zu kritisieren, steht nämlich in deiner Bibel. Okay, dann zeig mir das bitte. Okay, 3. Mose 26, 29 aufzuschlagen und zeigen. Was steht da? Nein, was steht da? Okay, zeigen. Nein, lies, lies lieber. Lies, lies. Lies, lies. Ich kenne das auswendig. Lies. Du machst die Kante Zeit ja auch respektvoll, aber bist du es nicht. Bitteschön. Oh mein Gott. Yallah, 3. Mose 26, 29. Also erstmal bitte nicht Yallah, das höflich bleiben. Ich habe dich darum gebeten. Bitteschön. Und ich habe dir gesagt, zeig selbst, wenn du Sachen zeigen kannst. Ich bitte dich darum, dass du jetzt 3. Mose 26, 29 aufschlagst. Sag doch einfach dein Argument. Ich kenne das auswendig. Sag doch einfach dein Argument. Abu Biceps, Bruder, er hat vorhin gesagt, Elberfelder Bibel. Bitteschön, aufschlagen. Ich bitte dich darum. Ich habe die Bibel vor mir. Sag doch dein Argument. Sag doch einfach. Du kennst doch die Stelle. Ich kenne die Stelle. Sag dein Argument und ich widerlege das. Okay. Wallahi, du kennst die Stelle nicht. Jetzt, du hast die ganze Zeit Kamera aufgemacht. Islamische Quelle nur Lügen gezeigt. Jetzt, bitteschön. Ich habe nicht gelogen. Ich habe aus deinen Büchern gezeigt. Ich habe nicht gelogen. Ich lese das. Hab Respekt deiner Bibel gegenüber. Ich bitte dich darum. Das ist deine Bibel. Ich bitte dich darum. Wieder, wieder. Ich lese das. Gib mir die Quelle, Bruder. Okay, Bruder. 3. Mose 26. 26. 29. Bitteschön. Vorlesen. Elberfelder Bibel. Schade, dass Amir geflüchtet ist. Amir wusste, dass du kommst und ist geflüchtet. Amir wusste, dass du kommst. Amir ist hellseher. Warte mal, Bruder. Bevor du liest, wieder antwortest du mir dann auf meine Frage. Keine Fragen jetzt. Keine Fragen. Alle deine Lügen werde ich jetzt wieder legen. Keine weitere Fragen. Du hast viele Fragen. Bitte. Er will deine Bibel vorlesen. Sei doch respektvoll, bitte. Er will doch deine Bibel vorlesen. Hast du keinen Respekt deiner Bibel gegenüber? Darf ich reden? Darf ich reden? Darf ich reden? Wenn er jetzt... Weil hier so das Gleichgewicht ist, so zwei, drei Christen und... Darf ich reden? Ich lese es vor. Ich lese es vor, ganz kurz. Ich lese es vor. Hol Hassan wieder hoch. Hol Hassan wieder hoch. Ich lese es vor jetzt, okay? Hol Hassan wieder hoch. Bitte, Hassan, komm hoch, mein Bruder. Urban, du bleibst schön bei mir heute, ja? Du bleibst hier schön bei mir. Okay. Daniel, können wir das so ausmachen, wenn er mir eine Frage stellt? Ich antworte. Kann ich ihn dann eine Frage stellen? Sehr gut. Hab dich gehört? Nur darf ich eins sagen? Keiner redet rein. Also ganz kurz, Molas, zuhören. An die Molas. Wenn einer reinredet, also Urban und... Oslo Al-Kurdi, mein Bruder. Wieder ganz kurz. Oslo Al-Kurdi, okay? Genau. Also an die Molas. Wenn jemand den reinredet, runterkicken. An die Molas, Dankeschön. Okay, aber Hassan soll erstmal den Vers... Aber Bruder, warum kann mich nicht stummen? Ich kann mich nicht stummen. Okay, ich stummen. Carlo, Toni, Carlo. Okay, ich lese. Okay, vorlesen, Bruder. Was liest du vor, Hassan? Dritte Buchmose, 26, Vers 29. Genau, bitteschön. Jetzt stum, die Urban. Soll ich aus Fernis auch zwei Verse vorlesen oder 29? Einfach von 26 bis 29. Okay, dass ihr sollt eurer Söhne und Töchter Fleisch essen. Urban, das ist deine Bibel. Was sagst du dazu? Das, was du vorhin versucht... Lässt du mich darauf antworten? Ganz kurz, ganz kurz. Du hast vorhin irgendwas behauptet, gelogen, aber das steht in deiner Bibel. Bitteschön. Danke, Marco. Urban, du hast das Wort. Darf ich bitte darauf antworten? Bitteschön, du hast Zeit bis Jomelkeam. Genau, 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 genau. Genau, das ist eine apokalyptische Vorschrift, also eine Vorsehung. In der vierten Stufe wird Gott sich gänzlich gegen sein erwähntes Volk stellen und es zu verderben und das Land völlig zur Verwüstung und Not und zur Verzweiflung wachsen in Apokalypse. Sogar kannibalistische Zerfleischung wird angedroht. Das ist eine Androhung auf die Strafe Israels, dass es ihnen so schlecht gehen wird, dass sie es sogar machen werden. Also dein Gott befest... Nein. Dein Gott, hier steht ja. Du hast ja selber gesagt. Hier. Hier. Du wirst... Hier, ganz kurz. 26, 29. Warte. Urban, du kannst mit mir nicht spielen, Urban. Das ist eine Vorsehung. Eine Vorsehung. Kann gut. Wenn sich Israel von Gott abwenden wird, wird sich Gott von Israel abwenden und ihm wird es sogar so schlecht gehen, dass es ihnen angedroht wird, dass sie Kannibalismus machen werden. Es ist eine Androhung. Okay. Also dein Gott... Hier steht. Hier steht. Und ihr werdet das Fleisch eurer Söhne essen und das Fleisch eurer Töchter werdet ihr essen. Okay. Ich habe dir gesagt... Was heißt das? Ihr werdet... Genau. Genau. Ich kann dir auch sagen... Ich kann dir auch sagen, wenn du mit zugebundenen Augen über die Bahnschranke läufst, wirst du vom Zug überfahren. Ich kann dir das auch androhen. Urban, 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 lass diese Philosophen durch. Urban, Urban. Daniel, habe ich geantwortet? Guck mal, er macht das so, damit ich keine Frage stellen kann. Er macht das so, damit ich keine Frage stellen kann. Das ist ihre... Doch, ich habe gesagt, das ist eine Androhung. Es ist eine Androhung von vier Stufen der Bestrafung. Und das, was du gesagt hast, ist die vierte Stufen. Okay. Wo steht das? Das ist eine Androhung, die vierte Stufen der Bestrafung. Das steht im kompletten Kontext von Moses. Du ziehst nur einen Vers. Du ziehst nur einen Vers. Okay. Mach deine Kamera an und zeig uns den Urtext. Bitte schön. Yallah. Was für ein Urtext. Ich habe dir gerade geantwortet. Okay. Wenn du mir ein Tafsir bringst, nehme ich das auch an. Das ist die Erklärung. Mach deine Kamera an und zeig uns den Kontext, dass das so gemeint ist. Guck mal, Daniel. Er macht es mit Absicht, damit ich ihm keine Frage stelle. Habe ich für euch geantwortet? Ja, ich habe. Dann schau mal an. Vier Stufen. Vier Stufen. Vier Stufen von einer Strafe wird es über Israel kommen. Vier Stufen. Abo. Er hat irgendwas gebracht. Obwohl, Wallahi, wenn er nur den Kontext vorliest, wird es noch schlimmer. Mach deine Kamera an. Es ist eine Androhung von einer Strafe über das Volk Israel in vier Stufen. Und Gott sagt, wenn ihr euch von mir abwendet, werde ich mich von euch abwenden. Und es wird euch so schlecht gehen. Mach deine Kamera an und zeig uns das. Mach deine Kamera an. Zeig uns das. Mach deine Kamera an. Zeig uns das. Mach deine Kamera an. Zeig uns den Kontext, dass das so gemeint ist, wie du es gesagt hast. Ja Allah, du kannst nicht mit mir sprechen. Vergiss das nicht. Okay. Wenn ich dir das jetzt zeige, darf ich dann meine Frage stellen? Ja, natürlich. Natürlich. Okay, dann mach mich groß. Ich zeige das. Aber er wird nicht. Er wird dribbeln. In der vierten Stufe wird Gott sich gänzlich gegen sein erwähltes Volk stellen. Urban, ganz kurz. Ich möchte meinen Satz zu Ende führen. Das war keine Frage, sondern du hast einen Punkt erwähnt. Hä? Geht es dir gut? Lass mich antworten, danach stelle ich meine Frage. Ich habe keine Frage gestellt. Das war keine Frage. Hä? Aber guck mal, Daniel, er macht es mit Absicht. Er will, dass ich ihn keine Frage stellen. Er lässt mich nicht antworten. Warte ganz kurz. Wer tut mich stumm, Bruder? Ich habe keine Frage gestellt hier. Natürlich hast du eine Frage gestellt. Er zeigt es dir jetzt und dann stellt er seine Frage. Okay? Wieder, Bruder. In der vierten Stufe wird Gott sich gänzlich gegen sein erwähltes Volk stellen, um es zu verderben und das Land völlig zu verwüsten. Not und Verzweiflung wachsen in der Apokalyptischen. Sogar Kannibalismus, Zerfleischung wird angedroht. Okay? Das ist die Erklärung. Und jetzt stelle ich mir meine Frage. Nein, nein, nein. Geh hoch, geh hoch. Zeig uns den Vers, Urban. Geh hoch. Zeig uns den Vers. Zeig uns den Vers. Zeig uns den Vers. 3. Mose 26, 29. Zeig uns den Vers. Ich habe es dir erklärt. Es ist eine Androhung, eine Strafe über das Volk Israel. Daniel, bitte. Ich habe geantwortet. Er... Bruder, das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Abu Bizeb. Abu Bizeb. Wallah. Ich schwere bei Allah, dem Herrn der Welt, das ist unfair. Er hat... Bruder, er zeigt was anderes... Guck mal, das ist ihre Taktik. Das ist ihre Taktik. Bruder, er zeigt was anderes, was mit diesem Vers nichts zu tun hat. Bei Allah... Natürlich... Hä? Und Bahi, er zeigt was anderes. Er zeigt... Ich zeig... Okay, okay, okay. Okay, okay. Hä? Hä? Ich hab dir geantwortet. Heidi, komm. Warte. Ich hab dir geantwortet. Geh mit mir kein Spielchen. Ganz gut. Zeig den Vers doch. Zeig den Vers. Okay, ich zeig den Vers. Ich zeig... Warte, 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 warte. 3. Was war das nochmal? Ich hab jetzt zugemacht. 4. Mose 26... Nee, 20, 26. Schau mal, er kennt nicht mal den Vers, Wallahi. Er hat... Ich habe die Bibel zugemacht schon. 3. Mose 26, 29. Okay. Er hat vorhin gesagt, er kennt den Vers, aber er hat gelogen. Er kennt den Vers. Ich habe... Hallo... 3. Mose 26, 29. Komm jetzt. So, 26, 29. Ich hab zugemacht, die Bibel, weil ich dachte, ich stelle jetzt meine Frage. Ich bitte dich darum, dass du auch Amir zurückbringst. Amir. Amir soll hier kommen. Mach mich nochmal groß, dann lesen wir von oben, ja? Okay. Wir lesen von oben. 3. Mose 26, 29. Aber dann bin ich mit meiner Frage dran, ja? Ich hab keine Frage gestellt. 3. Mose 26. Abubizeps. Hat er gesagt, 3. Mose 26? Ja, hat er. Hat er gesagt. Gehe ich runter. 29. 29. Ihr werdet, ne? Und in der vierten Stufe, es ist eine, wird angedroht. So bei Kannibalismus. Vorlesen. Hallo, vorlesen. Hallo, vorlesen. 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 Du hast jetzt jede Quelle, quasi islamische Quelle, die du gebracht hast, alles schön vorgelesen. Okay. Wenn ich euch den Staub des Brotes zerbreche, werden zehn Frauen euer Brot in einem Ofen backen und sie werden euch das Brot zurückgeben nach dem Gewicht und ihr werdet essen und nicht satt werden. Weitere Verschärfung bringt die dritte Stufe der Heimsuchung. Nochmal siebenfache Bestrafung der Sünden, Tierplagen, Kinderlosigkeit, Verödung des Landes, schließlich der Zorn Gottes, Vernichtung durch Pest, Feind und Hunger. Soll ich weiterlesen? Wo steht, dass ihr eure Söhne und eure Tochter vielleicht... Hier, ich lese es doch vor, was du willst. Aber das steht nicht bei dir. Das steht ja nicht bei dir. Wo steht das? Ich... Es ist eine Androhung von einer Strafe. Ich lese von Sekten. Aber bitte, selbst bitte. Guck mal. Ich lese doch vor, was er will. Guck mal, er macht das mit Absicht. Guck mal, Bruder. Lass mich zu besuchen. Lass mich ausreden. Was lese ich schon, Bruder? Bruder, Wallahi, er lügt. Ich warte auf ihn. Lass mich dritte Moses hören. Ich gehe mit Hassan, du darfst reden, mit'schen. Ne, ne, er soll kurz ausreden, Bruder. Der soll kurz seine Sachen lesen. Ich hab doch alles geantwortet, erklärt und vorgelesen. Darf ich jetzt mal eine Frage stellen? Aber Bruder, Wallahi, er bringt ein Vers mit dem, was ich gesagt habe. Du hast doch gesagt, dritte Moses 26. 29 26 er will den Kontext lesen er will den Kontext lesen er weiß er lügt er soll seinen Kontext lesen er will er bei 26 oder 29 und euer Sünden und zwar siebenfach und ihr werdet Fleisch eurer Söhne essen und das Fleisch eurer Töchter werdet ihr essen genau das ist eine Androhung dass es so schlecht gehen wird und ihr werdet eure Höhlen austilgen und eure Rauch ältere ausrotten und ich werde eure Leichen und die Leichen eure Götzen werfen und meine Seele wird euch verabscheuen und ihr werdet eure Städte und Trümmerstädte machen zum Heiligtümer öde machen und ihr werdet einen wohlgefallenen Geruch nicht riechen und ich werde das Land öde machen dass eure Feinde darin wohnen sich darin einsetzen sollen das ist die vierte Stufe der Bestrafung es ist eine Androhung es wird angedroht dass es denen so schlecht gehen wird dass sie es machen werden eine Androhung ok darf ich dir jetzt meine Frage stellen ganz kurz ganz kurz bist du jetzt fertig? bist du fertig Urban? ok dann lass mich jetzt reden das erste Mal hier steht ganz klar und deutlich und ihr werdet das Fleisch eurer Söhne essen und das Fleisch eurer Töchter werdet ihr essen ok das ist die erste Sache die erste Frage die zweite Sache ist das war keine Frage ich habe keine einzige Frage gestellt du hast eine Lüge behauptet kannst kurz nicht lachen lass mich ausreden bleib respektvoll wir bleiben sachlich und respektvoll ich habe geantwortet ich will jetzt meine Frage stellen aber das war keine Frage doch das war eine Frage das war keine Frage Daniel ist das fair? Urban lass ihn doch aussprechen ganz kurz er hat dich aussprechen lassen er will dass ich keine Frage stelle er hat Angst vor jeder Frage bleib doch respektvoll lass mich ausreden doch stellst du deine Frage bitte schön wie der Bruder Abu Bizebs gesagt hat bleibt respektvoll also wir bleiben respektvoll und sachlich ok das war erstmal keine Frage du hast das behauptet du hast behauptet dass das im Islam steht du hast gelogen ich bin hochgekommen ich habe gesagt ich will auf diesen Punkt eingehen ich habe nicht gelogen ich habe das aus dem Buch gezeigt ganz kurz ganz kurz bitte lass mich bitte ausreden bleib sei doch lieber so nett und lass mich ausreden ok das war keine Frage ich wiederhole mich jetzt tausendmal das war keine Frage ok sondern du hast einen Punkt erwähnt und ich bin auf den Punkt das war eine Frage ich habe 100 Punkte erwähnt ich möchte jetzt meine Frage stellen das war aber keine Frage nein doch natürlich liebe Brüder das war eine Frage an ihm ja hast du Hassan was habe ich gesagt wo ich hochgekommen bin du hast nur gesagt nichts Argument gebracht ein Argument kann man als Frage nein du hast ein Argument gebracht ich habe es widerlegt nein du hast ein Argument gebracht ich habe dein Argument widerlegt ich habe du hast gar nichts widerlegt erstens 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 das ist keine Fatwa das ist eine Androhung von Gott das den Menschen so schlecht gehen wird dass die Kannibalismus betreiben werden das ist keine Fatwa wieder Bruder wieder Bruder wieder Bruder darfst du kurz was fragen dass Kannibalismus erlaubt wird also das steht nein er hat es nicht erlaubt er sagt euch würde es so schlecht gehen dass ihr es machen würdet Bruder ich habe keine Frage jetzt stelle ich dich eine Frage Bruder bitte Daniel Abu Biceps das ist nicht fair nein wieder Bruder jetzt stellt er seine Frage ich habe keine Frage gestellt Bruder doch hast du Bruder ich habe keine Frage gestellt Bruder aber hast du er hat mir keine Frage ich stelle ihn eine einzige Frage er wird noch mehr Fragen stellen noch mehr ich werde ganz kurz wieder stell du deine Frage danach stellt Urban seine Frage ok unter einer Bedingung ganz kurz Biceps ich stelle ihn eine Frage wenn er meine Frage beantwortet kann ok beantwortet nein 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 du hast ganz kurz in der 27 steht und ihr werdet mir trotzdem nicht gehorchen also er wird es androhen und die Menschen werden ihm trotzdem nicht gehorchen kannst du mich ausreden lassen kannst du mich ausreden lassen bitte ich habe eine Frage wieder ok ich stelle dich eine Frage wenn du meine Frage biblisch beantworten kannst kannst du mir danach 20 Fragen nein nein du hast deine Frage gestellt ich habe keine Frage gestellt doch hast du er hat keine Frage gestellt er hat keine Frage gestellt warum hast du Angst er hat keine Frage gestellt er hat nur gesagt dies er hat nur gesagt ich möchte nein er hat nur gesagt Daniel das ist nicht fair das ist nicht fair aber Daniel der hat keine Frage gestellt er hat keine Frage gestellt alles schön und gut aber er möchte jetzt eine Frage stellen Daniel Bruder ich möchte eine Frage stellen er ist jetzt erster dran bitte Bruder Dankeschön Bruder ganz kurz er wird das so weitermachen er wird das so weiterziehen wieder er stellt jetzt die Frage bitte aber Bruder hör mal zu nur ein einziger Satz ein einziger Satz ich habe nur gesagt er soll seine Bibel lesen ich habe keine Frage gestellt er hat es jetzt gemacht alles schön und gut trotzdem lass ihn jetzt seine Frage stellen ich habe eine Frage ich muss ihm eine Frage stellen er stellt die Frage geht das aber Abubicef das ist unfair Daniel ich kenne diesen Menschen es wird nicht bei einer Frage bleiben es werden 20 Fragen Bruder gib mir 30 Sekunden er kann danach 20 Minuten haben ich stelle ihm eine einzige Frage nicht mehr 30 Sekunden er kann 20 Minuten haben ich kenne dich das wird nicht eine Frage bleiben eine einzige Frage du hast dein Argument gebracht du hast dein Argument gebracht du hast dein Argument gebracht ich habe es widerlegt ich möchte jetzt meine Frage stellen ich habe kein Argument gebracht ich habe kein Argument gebracht ich sage mal sind wir im Irrenhaus mit euch gibt es normale Menschen mit euch die sich menschlich verhalten warum hast du Angst wo habe ich denn gelogen wieso nennst du mich Lügner ich habe dir aus der Bibel erklärt und hier steht und ihr werdet mir trotzdem nicht gehorchen alles erklärt mit Erklärung darf ich dir jetzt meine Frage zu diesem selben Thema bist du jetzt fertig habe ich eine Frage er ist nicht fertig wieder geht kurz auf Stumm wieder geht kurz auf Stumm Urban ist ja seine Frage genau danke schön hier guck mal Menschen es ist ein Gericht von Gott er droht es an jetzt würde ich würde so schlecht gehen dass ihr sogar Kannibalismus machen werdet das ist altes Testament nicht gültig für uns Neustesten das ist für uns keine Fatwa okay aber hier hier islamische Website schamela.ws wir bleiben bei demselben Argument kein Problem okay bitte schon aber Flucht ist schon nach Schafi das ist eine Fatwa eine Fatwa ein Rechtsurteil islamisch Ischma er hat das Recht einen Abtrünnigen zu Punkt Punkt ihn zu essen eine Krieger sogar ein Kind und eine Frau zu essen weil sie nicht unfehlbar sind erklär mir bitte islamisch gesehen warum du Kinder und Frauen essen darfst eine Fatwa ein Ischma kein Gottesgericht euch würde so schlecht gehen keine schlechten Zeiten nichts eine Fatwa ein Rechtsurteil Gerichtsurteil okay erkläre mir bitte islamisch gesehen was das zu bedeuten wird dankeschön du fertig jetzt ja stimmt war das dein Argument ja okay stimmt ich jetzt Abubizeps was hat er gesagt was für mich zugehört habt ihr das verstanden alle an euch habt ihr alle das verstanden ich möchte jetzt auf seine Frage eingehen Abubizeps stimmt bitte stimmt alles ruhig alles ruhig okay alles gut stimmt ist doch egal jetzt er hat ein Argument gebracht er sagt ich weiß erst mal nicht was diese Zeit ist und wer das geschrieben hat wir Muslime folgen Koran und Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam okay okay und wenn irgendein Schüler das geschrieben hat wir lehnen das ab ganz klar und deutlich ganz kurz Abu Wer Abu Suja wer ist überhaupt Abu Suja wer ist das das interessiert uns nicht wir wir Muslime folgen stumm dich bitte stumm dich bitte stumm dich ich habe dein Argument verstanden wir Muslime folgen Koran und Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam und wenn irgendeine eine Schüler kommt irgendwas schreibt wir lehnen das ganz klar und deutlich ab womit habe ich aber hol mal die Antwort darf ich antworten womit wurdest du widerlegt nein ganz gut wenn ich dir das wenn ich die das erstmals ist ein Fatwa ist eine Einigung ein Rechtsurteil das ist für jeden wenn irgendeine ganz kurz ich habe deine Frage verstanden stumm dich bitte ok wenn ich dir das jetzt aus der Sunna zeige akzeptierst du das wenn ich dir das als ein Hadith zeige wenn ich das aus Koran und Hadith zeige akzeptierst du das stumm dich ich bin dran stumm dich habe ich habe ich dazwischen gerett wurde alles erklärt hast nein also bitte schon stumm dich jetzt ja ok wieder komm bitte Bruder ich habe gesagt wir Muslime folgen Koran und Sunna ok wir folgen Koran und Sunna ich wiederhole mich jetzt noch einmal damit ihr es versteht und wenn irgendeine hohe hoja oder mullah oder irgendeine schüler kommt irgendeine Fatwa gibt wir akzeptieren das nicht wer ist das wir akzeptieren das nicht das ist von Imam Shafi Imam Shafi seine Rechtsschule das ist schafiitische Rechtsschule lass mich bitte ausreden was los mit dir das Buch ist über die Lehre von Imam Al-Shafi geschrieben das Buch ist über die Lehre von Imam Al-Shafi ok wenn ich dir das jetzt aus Koran du hast gar nichts widerlegt nein wenn ich dir das aus Koran und Sunna zeige akzeptierst du das aus Koran und Sunna wenn ich dir das zeige akzeptierst du das jetzt bin ich dran jetzt bist du dran Entschuldigung mein Bruder das ist wirklich wenn ich das Koran und Sunna zeige akzeptierst du das der Mensch gibt sich aus für mich also der Mensch ist enttäuschend er gibt sich aus schaut mal mein Bild mein Name er ist enttäuschend also ich bitte euch diesen Menschen nicht hier hoch zu lassen also mit allem Respekt wenn jemand hier hoch kommt er nennt mich jetzt wieder Pfonte er nennt sich selbst wieder Pfonte ich bitte stum dich wieder stum dich stum dich du beleidigst tagtäglich mein Prophet du bist ein wenn ich das aus Koran und Sunna zeige akzeptierst du das ich zeige dir das aus der Sunna du hast gesagt du zeig mir im heiligen Koran ich zeige dir das aus Hadith was hat er gesagt ich zeige dir aus Koran ich habe gesagt aus Koran und Sunna ich habe gesagt aus Koran und Sunna nein nein ich zeige dir das im Hadith akzeptierst du das im Koran. Was ist los mit dir? Warum widersprichst du dir die ganze Zeit? Ja, aber es ist wieder ein Problem, wenn er jetzt von der Sunna beweist. Also zeig mir von der Sunna. Bruder, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Er will nur abhauen. Ja, aber du hast deine Frage nicht gestellt wieder. Bruder, ich habe meine Frage nicht gestellt. Warte, warte. Der hat das abgelenkt jetzt. Nein, ganz kurz, warte, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Du hast gesagt, du akzeptierst nur Koran und Sunna. Ich möchte dir das aus Koran und Sunna zeigen. Was ist das Problem? Ich bin ja nicht so in Thematik drin. Ich will ja lernen jetzt von euch. Okay, er sagt, er sagt, er glaubt es nicht. Du sagst, du glaubst es nicht. Ich beweise dir aus Koran und Sunna, dass das stimmt. Bruder, ich zeige dir das jetzt aus Koran und Sunna. Du hast gesagt, er soll eine Frage, wenn ich fertig bin, dann darfst du deine Frage stellen. Der Wider hat seine Frage nicht gestellt, weil du hast immer dazwischen geredet. Du bist eine Blamage, du blamierst dich selber die ganze Zeit. Ich zeige dir das jetzt. Du hast gesagt, du glaubst an Koran und Sunna. Okay, ich zeige dir dasselbe Argument aus Koran und Sunna. Ich will eine Antwort. Hallo, was ist los mit dir? Wieder, du wolltest vorhin eine Frage stellen. Bruder, Habibi, Daniel, Bruder, mach doch mal etwas. Die machen jetzt zwei oder eins. Nein, nein, nicht zwei. Das ist eine einzige Frage. Ich habe jetzt eine einzige Frage. Daniel, er hat gesagt, er glaubt an Koran und Sunna. Richtig? Kann ich das Argument jetzt aus Koran und Sunna zeigen? Ja, richtig. Dankeschön. Aber Bruder, Daniel, das ist nicht fair, was er macht. Wie bitte? Das ist nicht fair, was hier läuft, Bruder. Warum ist das nicht fair? Er hat Angst, er rennt weg, Bruder. Ja, aber er bestätigt doch nur... Aber ich habe meine Frage nicht gestellt. So war es abgemacht, dass er eine Frage stellt. Ich antworte seine Frage und ich... Aber du hast sie nicht geantwortet. Du hast nur gesagt, du glaubst nicht dran. Dann... Urban, hört auf, ihr Zunügen. Okay, zeig mir erst mal im Heiligen Koran, dann auch in Sunna des Propheten. Jalla. Al-Bidayah, Wal-Nihaya, Band 6, Seite 354. Hier Khaled, also Khaled ibn Waled, befahl den Kopf von Malik mit zwei Steinen in ein Kopftuch zu legen. Dann aß er Khaled in diese Nacht davon, um die Araber davon zu erschrecken, abtrünnig zu werden. Da hast du Kannibalismus. Geh oben, zeig mir den Hadith. Geh oben, zeig mir den Hadith. Okay, ich gehe jetzt auf die Seite, ich gebe dir den Hadith. Zeig mir auf Islam. Ja, ja, ich gehe jetzt auf islamweb.net und ich zeig dir den Hadith, okay? Zeig mir genau, wo du jetzt gezeigt hast, du Lügner. Zeig mir jetzt genau, wo du gezeigt hast. Nenn mich bitte nicht Lügner. Bleib Respekt. Du bist ein Lügner, komm jetzt. Und du rennst heute nicht weg bei Allah, du fluchst heute nicht weg. Niemand rennt vor dir weg. Niemand rennt vor dir weg. Lass mich jetzt auf Islam. Ey, komm mal, geht's dir gut? Geht's dir gut? Bei Allah, der Amir und Abu Hajar, die rennen immer weg von mir. Ich weiß nicht, warum sie mit mir haben. Ich beiße sie nicht. Wallahi, sie rennen immer weg. Ich kenne dich nicht. Niemand kennt dich. Ja, ja, du kennst mich nicht. Okay. Schämst du dich nicht? Schämst du dich nicht? Nein, nein, nicht persönlich. Okay, alles gut. Jetzt bleib beim Thema, bitte. Alles gut, wir bleiben beim Thema. Zeig mir den Hadith, nenn mir den Hadith. Ja, ich gehe jetzt auf islamweb.net und ich suche dir das Buch und ich öffne diesen Hadith. Okay? Gib mir die Hadith, ja Allah. Warte, wo habe ich das abgespeichert und Favorit? Und danach werde ich dir meine Frage stellen. Ja, aber du musst ja darauf antworten. Ich werde darauf antworten wie vorher. Ja, du sagst dann, ich glaube nicht dran. Was ist das für eine Antwort? Schauen wir mal jetzt. Schauen wir mal. Schauen wir mal jetzt. Warte bei euch. Urban, ich werde dich meine Frage stellen und ich gebe dir ein bisschen Zeit. Okay? Okay. Du läufst heute nicht weg. Du hast heute den Falschen erwischt, mein Freund. Wow. Habibi. Du bist der Stärkste auf TikTok, ich weiß. Habibi. Du hast heute den Falschen erwischt. Danke, Bruder, dass du mich wahrgenommen hast, ja? Kein Problem. Er macht hier auf eine Aufnähtung. Wallahi, der beleidigt tagtäglich. Oh, krass, du nicht mal deine Klappe halten. Ich werde nicht persönlich, ja? Er ist in meinem Stream sehr respektvoll. Ich kenne ihn nur so und das reicht mir. Also mir ist es egal, wie er irgendwo anders ist, aber in meinem Stream ist er respektvoll. So. Ey, wo habe ich den Link dazu, ey? Herr Mederadiski, die Nummer. Ja. Ich muss das aus dem Buch suchen, weil ich habe mir das mal rausgesucht. Ja, bitte schön. Du hast Zeit, kein Problem. Wir haben Zeit. Ich werde morgen nicht arbeiten gehen. Extra nur für dich. Ja, das machst du auch sonst nicht. Ich mache, ich gehe jeden Tag arbeiten. Ich bin nicht mit dir. Ja, ja, ja. Hört doch jetzt damit auf, Leute. Ach, jetzt ist doch verrückt alles. Wir gehen arbeiten und du lebst davon, von unseren Steuern. Dankeschön, ich bin dumm. Ja, also, weiß ich nicht. Ey, wo ist jetzt dieser Hadith, ey? Bürgergeld. Ja, komm, du hast kein Problem, Urban. Ich komme liebend gerne mit euch, Lügenmissionare mit. Wallahi, ich komme... Hör auf, mich Lügner zu nennen. Ich habe hier alles mit Hadithen belegt. Ich komme mit dir liebend gerne mit, liebend gerne. Habibi. Habibi, ya nur al ani, ya saak al khayyat. Ich singe sogar für dich auf Arabisch. Das haben die Araber auch gemacht, als sie durch Kurden islamisiert haben. Habibi, ya nur al ani, ya saak al khayyat. Ach, Urmarat. Bitte jetzt. Das Lied ist schön, aber ja. Aber meine Stimme ist scheiße, ich weiß, Bruder. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Urman, was ist los? Ich dachte... Also, es ist auf der Islamseite, aber ich weiß den Link. Zeig nicht nur Islamseite, zeig genau die Seite. Ja, lass mich doch das Buch finden. Mann. Gib mir die Nummer, du bist ja doch auf Seite, gib mir die Nummer. Was heißt? Al Bidaya und Al Nihaya. Was heißt Al Bidaya und Al Nihaya? Was heißt das? Oh, das Anfang und das Ende von Ibn Kathir geschrieben. Okay, und was interessiert mich das? Was? Volume 6. Was? Das ist die Biografie von... Das ist die Biografie von... Das ist die Biografie von Ibn Kathir. Nenn mir den Hadith von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Das ist doch der Hadith. Nenn mir den Hadith. Guck mal, er weicht nur aus. Er weicht nur aus. Egal was ich sage, er wird ausweichen. Was heißt ein Hadith? Was bedeutet ein Hadith? Das ist eine Überlieferung. Von wem? Von den Gefährten und Freunden des Propheten. Aber von wem wurde das gesagt? Ja, von den Leuten, die es überliefert haben. Von den Augenzeugen. Aber wer hat das gesagt? Der meint die Überlieferungskette also. Nein, nein. Wer hat das am Anfang gesagt? Wer, wer? Wer hat das gesprochen? Wie, wer hat das am Anfang gesprochen? Und die Überlieferungskette haben das weitergeleitet. Wer hat das am Anfang gesprochen? Wer? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Es wird immer gesagt, Qala, Abu al-Huray. Nein, das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Ich zeig dir seine komplette Biografie von Tabarri. Ja, da haben Leute auch über ihn geschrieben. Subhanallah. Du hast gesagt, ich bin den Hadith. Ja, das ist der Hadith aus seiner Biografie, wo Khaled ihm... Ey, wenn Shafi, der Begründer der islamischen Rechtswissenschaften, eine Fatwa gibt, wo man Menschen essen darf, muss er den Beweis aus Koran und Sunna bringen. Und da hast du den Beweis aus der Sunna. Bist du jetzt fertig? Ja, ich bin fertig. Du hast vorhin gesagt, Shafi, dann hast du gesagt, seine Schüler... Und hast jetzt... Ich habe gesagt, nach der Lehre von Shafi wurde das Buch geschrieben. Nach der Lehre. Gib mir die Hadith, wo gesagt wird, Khaled Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam... Nicht jeder Hadith ist so überliefert. Der Mohammed hat doch eine Biografie, wo über ihn geschrieben wurde. Das ist die Geschichte der Gefährten des Propheten. Er will... Er will... Daniel, was habe ich dir gesagt? Was ist los mit dir? Ich habe dir gesagt, von Anfang an, er wird auf nichts eingehen. Das ist typisch. Was heißt ein Hadith? Kala Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam. Stimmst du mir zu, Bruder? Du kannst ja arabisch. Ja, aber auch die Gefährten, also... Ja, die Gefährten, wo haben gesagt, die Gefährten... Kala Rasulallah hat das gesagt. Wo haben die Gelehrten gesagt hier? Jalla, bitte schön. Wo haben die das gesagt, Urban? Es ist die Geschichte von Khalid ibn Walid, wie er einen Abtrünnigen gegessen hat, um ihn zu erschrecken, damit sie nicht den Islam verlassen. Daniel, wir sind muslimer, Bruder. Du musst verbleiben. Er hat gesagt, ich zeige dir im Koran und Sunna. Ist das nicht die Sunna deines Propheten? Nein, das ist nicht die Sunna meines Propheten. Ist nicht die... Seine Geschichte ist nicht seine Sunna? Ich springe nicht vom Thema. Du blamierst dich die ganze Zeit. Schämst du dich nicht? Du wolltest einen Hadith? Ich habe den Hadith gegeben. Das ist kein Hadith. Das ist kein... Natürlich ist das ein Hadith, was sonst? Urban, du hast gesagt, das ist eine Geschichte und jetzt sagst du mir einen Hadith. Sag mal... Jeder Hadith ist eine Überlieferung aus der Geschichte. Bist du normal? Urban, bist du normal? Sag mal... Was hast du heute getrunken? Geht's dir gut? Was hast du heute getrunken? Zeig mal diese arabische Schrift, zeig mal diese arabische Schrift. Zeig mal, zeig mal. Okay, Bruder, du kannst arabisch liest, ob das ein Hadith ist. Lies das. Bruder, ich kann kein Arabisch lesen. Okay, machen wir einen Hadith. Ganz kurz, nicht so schnell. Jetzt, jetzt, Hadith. Komm. Komm, weiter, 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 Ali. Komm, komm, komm. Ja, Jahil, wo steht, dass das ein Hadith ist? Bist du normal im Kopf? Schämst du dich nicht, dass du lügst? Hadith? 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 Hadith Interpretation? Hadith? Geschichte? Bist du normal, Kollege? Das ist eine Geschichte. Was für ein Hadith? Es ist die Geschichte von deinen Propheten. Das ist aber eine Geschichte. Das ist kein Hadith. Daniel, ich hab dir gesagt, von Anfang an, das wird nichts. Er wird auf nichts eingehen. Jetzt hab ich eine Frage an dich. Du hast auf nichts geantwortet. Du hast auf nichts geantwortet. Jetzt hab ich eine Frage an dich. Aber wieder glaubst du nicht an dieses Buch wieder. Er glaubt dann gar nichts. Das ist ein Atheist. Bruder, hör zu, Bruder. Wir Muslime glauben an den Heiligen Koran. Ja, ja, ja. Und als Schafi diese Fatwa gegeben hat, hatte Schafi keine Ahnung, was er schreibt. Er hat vergessen, die TikTok-Muslime zu fragen. Hör auf, Urban. Jetzt bist du dran, Bruder. Wir glauben an den Koran und das Schöne des Propheten, mein Bruder. Okay, okay, okay. Wenn irgendein Imam oder irgendeiner kommt, irgendeine Fatwa... Irgendeiner. Schafi ist der Begründer der islamischen Rechtswissenschaften. Er hat das Wort begründet. Urban, hier bist du dran. Ich hab jetzt eine Frage an dich. Ja, ja, okay. Du hast auf nichts geantwortet. Danke. Du hast jetzt auf nichts geantwortet. Sehr gut. Fluchte bitte nicht. Niemand flüchtet von dir. Wer bist du denn, dass man von dir flüchtet? Ganz kurz, fluchte nicht. Jetzt hab ich eine Frage an dich. Darf ich meine Frage stellen? Hey, dass keiner von den Kultur hat. Wirklich. Null Kultur. Null. Ja, stell deine Frage. Stell deine Frage. Okay. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort ist Jesus Christus gemeint. Jetzt fordere ich dich heraus. Wo sagt Jesus selber in der Bibel? Ah, nicht vergessen, aber bis erst. Wo sagt Jesus selber in der Bibel erst das Wort? Wo sagt Jesus selber erst das Wort? Urban, ich... Darf ich antworten? Sie sind hier. Ich werde dir fünf Löffel schicken und du hast... Darf ich antworten? Ganz kurz, ganz kurz. Ja, ja. Ich bin noch nicht fertig. Kommst du nicht mit Johannes hat das gesagt? Oder Ding hat das gesagt? Paulus hat das gesagt? Oder Lukas hat das gesagt? Wo sagt Jesus selber in der Bibel erst das Wort? Darf ich antworten? Bitte schon, du hast das Wort. Also. Bevor du antwortest, ich bin kurz auf dem Klo, ja. Du musst bitte aufhören, ja. Danke. Wo sagt Jesus selber in der Bibel erst das Wort? Darf ich antworten? Bitte schon. Darf ich antworten? Nein. Du hast ein bisschen über Zeit. Jesus muss es gar nicht sagen, weil es die Bibel sagt. Punkt. Fertig. Fertig. Und jetzt zeig mir bitte aus deinem Koran. Und jetzt zeig mir bitte aus deinem Koran, wo Jesus sagt, er ist der Messias. Ganz kurz, du kommst nicht mit Gegenfragen. Doch, ich habe gesagt, er muss es nicht sagen, weil es die Bibel sagt. Ich habe Hunger, ich habe Hunger. Wallahi, ich werde dich heute fressen. Bei Allah, ich werde dich fressen heute. Du bist krank. Du brauchst psychologische Hilfe. Bring Amir auch zurück. Wallahi, du gehst heute nicht weg von mir. Okay. Okay, Jesus muss es nicht sagen, weil meine Bibel sagt, er ist das Wort Gottes. Warum sagt er? Das sagt nur meine Bibel. Okay. Und er muss es nicht sagen. Ganz kurz, wo sagt Jesus in der Bibel erst das Wort? Ja, Allah, komm. Wie gesagt, ich habe gesagt, Jesus muss es nicht sagen, weil es die Bibel sagt, weil es eingegeben durch den Heiligen Geist. Dann ist er auch nicht Gott. Okay? Okay, okay. Deine Meinung ist nicht egal. Er soll nicht Gott sagen. Jetzt stelle ich dir eine Frage. Hast du meine Frage verstanden? Ich habe dir gesagt, die Bibel eingegeben durch den Heiligen Geist. Sag die Bibel, er ist das Wort Gottes. Okay? Wo sagt Jesus selber in der Bibel das Wort? Punkt. Er muss es nicht sagen, weil es die Bibel sagt. Dann ist er auch nicht Gott. Dann ist er nicht Gott. Dann ist er nicht Gott. Schön für dich. Aber warum sagt er immer erst das Wort? Warum sagt er immer erst das Wort? Weil eingegeben durch den Heiligen Geist die Bibel sagt, er ist das Wort Gottes. Urban. Wer hat deine Bibel geschrieben? Urban, wer hat deine Bibel geschrieben? Motz, kann denn bitte jemand kicken? Du hörst nicht zu. Urban. Urban, ich gehe runter selber. Du bist krank. Du bist krank. Er ist abgehauen. Habt ihr gesehen? Abgehauen. Wegen abgehauen. Damit ich ihn keine Frage stellen kann. Jesus sagt, er ist das Wort Gottes. Eingegeben durch den Heiligen Geist in der Bibel. Nehmen wir dieselbe Analogie. Im Koran sagt Jesus nicht, er ist ein Prophet. Jesus sagt nicht im Koran, er ist ein Messias. Jibril sagt nicht, er ist der Heilige Geist. Er hat dir fünfmal die Frage gestellt. Er hat euch... Ja, ich habe doch... Du hast nicht mal einmal geantwortet. Hä? Sag mal, sind die krank? Sind die krank? Ganz kurz, Herr Bibi. Ich gehe doch auf die Frage von deinem Abi ein. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Jetzt kommt der... Ey Leute, bitte hört doch nicht solche Leute. Hört doch Leute, die reden können. Der Oslo habt ihr jetzt rausgekickt. Jetzt könnt ihr eure Lügen... Niemand hat den rausgekickt. Er ist abgehauen. Alles gut, okay. Wir erzählen unsere Lügen. Aber kann ich kurz auf Oslo eine Frage eingehen? Er hat euch zerstört, Alter. Ich gehe auf seine Frage jetzt ein. Mal sehen, wie er mich zerstört. Er hat euch zerstört. Ganz kurz, okay. Der ist abgehauen. Er ist einfach abgehauen. Leute, nehmt mal bitte Molanz raus, bitte. Ey, das ist doch der Wahnsinn mit euch. Du entscheidest nicht, der Daniel entscheidet. Und Daniel ist mein Kollege. Warum kommst du jetzt in seinen Stream, entscheidest, wer rausgeht und wer nicht? Molanz, Molanz. Weil ihr nicht reden könnt. Ihr müsst zum Niveau... Wenigstens IQ ist doch vorausgesetzt. IQ 20. Wenigstens IQ 20. Also Bruder, nach der Logik, nach der Logis ist Jesus im Islam nicht der Messias, weil er es im Koran nicht selbst über sich sagt. Punkt. Absolut. Hat er gefragt, wo Christus sagt, von sich aus, dass er das Wort ist. Offenbarung 21.7. Ja, also es steht in der Bibel. Aber wenn wir jetzt darauf hinausgehen, dass Christus noch nie gesagt hat, dass er selber das Wort Gottes ist, beziehungsweise das Wort ist, ist das gar kein Problem. Weil wir wissen, wir vertrauen auf die Aposteln. Wir vertrauen auf die, die die Bibel verfasst haben, beziehungsweise geschrieben haben. Und sie sind unser Maßstab. Johannes, wenn Johannes schreibt, ja, in seinem Evangelium, in Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, dann ist das unser Maßstab, weil Johannes... Er ist einfach abgehauen. So ein Feigling. Mach den mal wieder hoch, bitte. Mach mal... Oder nein, 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 warte, warte, warte. Daniel, komm, damit er moderieren kann, weil ich möchte ihn jetzt eine Frage... Aber bei der Koran selber sagt Jesus das Wort Gottes, in Surah 4, Vers 171 sagt der Koran, dass Jesus das Wort Gottes ist. Aber ich möchte ihn eine Frage stellen. Ich möchte ihn eine Frage stellen, warte. Er meinte auch diesen Hadith und Fatwa und so ab, dann soll er zeigen, welche Ulema und von seiner Rechtsschule das ablehnen, ja, oder von den Zellern, die das ablehnen. So, können wir jetzt eine Frage stellen? Ganz kurz... Nein, nein, wir stellen jetzt eine Frage. Nein, nein, du hast meine Frage nicht beantwortet. Ich habe dir gesagt, er muss es nicht sagen. Wir bleiben respektvoll, okay? Ich bin nicht abgehauen, ich schwöre ganz kurz. Ich schwöre bei dem Herrn der Welten, der Jesus erschöpft. Du hast gesagt, ich gehe runter und du bist abgehauen. Ganz kurz, bei Allah, ich wurde gekickt. Ich wurde gekickt. Ja, 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 ja. Kann ich jemanden groß machen? Mutz, mach mich mal groß, ich möchte meine Frage stellen. Nein, 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 nein. Du beantworte erst mal meine Frage, sonst gehe ich runter. Wie haben deine Frage beantwortet? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Natürlich. Ich fordere euch beide heraus. Dankeschön. Wo sagt Jesus in der Bibel erst das Wort? Jetzt beantworte ich meine Frage. Okay, ich gehe darauf ein, ich gehe darauf ein. Du hast uns beide herausgekommen. Ich gehe darauf ein. Okay. Gebe auf Stumm. Gebe auf Stumm. Ich bleibe so. Okay. Aber rede mir bitte nicht dazwischen. Rede mir bitte nicht. Okay, dankeschön. Also, er möchte jetzt von uns, dass wir zeigen, wo Christus, ich bin, das Wort. Ich habe gerade, wenn du mir zugehört hast, wir vertrauen auf die Apostel. Wir vertrauen auf Johannes, der sagt, dass im Anfang das Wort war und das Wort bei Gott war und das Wort selber Gott ist. Und er sagt, dass das Wort Fleisch wurde und unter uns Menschen wohnte. Und wir wissen, dass Johannes den Heiligen Geist hatte und durch den Heiligen Geist die Bibel verfasst hat. Und wer ist der Heilige Geist? Er selber ist Gott und deswegen hat Gott durch Johannes bzw. der Heilige Geist hat durch Johannes gesagt, dass Christus das Wort ist. Ganz einfach. Okay, so. Bist du fertig? Ja. Hast du meine Frage? Ich rede nicht mit dir. Aber er muss es nicht sagen, weil es die Bibel sagt. Verstehst du das nicht? Ganz kurz. Hallo, was ist los mit euch? Warum habt ihr Angst? Du bist krank. Niemand hat Angst vor dir. Du bist ein Witz. Du bist ein Witz. Du hast ein IQ. Du hast IQ von 20. Liebe deine Feinde, du hast mir gesagt, ich bin ein Witz. Laut deiner Bibel, 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 9 bis 10. Du kannst ja nicht mal lesen. Interpretier bitte nicht meine Bibel. Der Chat lacht dich aus. Lass ihn darauf eingehen. Er soll nicht flüchten. Er soll darauf eingehen. Okay. Ich habe eine Frage. Warte. Ich habe eine Frage. Du lehnst die Schreiber der Bibel ab. Ganz kurz. Wer hat deine Bibel geschrieben? Beweise es mir, dass Johannes... Ganz kurz. Ganz kurz. Beweise es mir, dass Johannes das Evangelium geschrieben hat. Okay. Darf ich? Ganz kurz. Im Evangelium steht das Evangelium nach Johannes. Ja. Also er hat das nicht selber geschrieben. Also verarsch dich selber. Verarsch jemand anderen. Okay. Wir gucken, Kapitel. Wir gucken. Nein. Zurück zu meiner Frage. Ey, Moderatoren, bitte. Moderatoren, wenn ihr Leute drin seid. Seid bitte fair. Warum habt ihr Angst? Subhanallah. Warum habt ihr Angst? Niemand hat Angst vor dir. Du bist ein Witz. Warum habt ihr Angst? Du hast ein IQ von 20. Ganz kurz. Man lacht dich aus. Du wirst dir ausgelacht. Unterbrech mich nicht. Unterbrech mich nicht. Unterbrech mich nicht. Es ist mir egal, wer mich auslacht oder nicht. Das kann ich nicht. Danke schön, Leute. Von wem werde ich gestimmt? Leute, bitte. Bitte, bitte. Wir haben seine Frage beantwortet. Oder, Chad? Wir haben doch seine Frage beantwortet. Lass mich nur meinen Satz zum Ende führen. Was ist los mit euch? Ich gehe runter. Nein. Eine Frage gegen eine andere Frage. Du hast die Frage gestellt. Ich habe geantwortet. Jetzt möchte ich eine Frage stellen. Noch ein einziges Mal. Ich gehe runter. Er bleibt. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war Gott. Wer spricht da? Gott selber oder Jesus? Das spricht Johannes. Und Johannes hat selber nicht. Das spricht der Heilige Geist durch Johannes, mein Lieber. Das spricht der Heilige Geist durch Johannes. Und das ist eigentlich, was hat er geantwortet. Wer ist der Wahrheit? Wer ist der Wahrheit? Wer ist der Wahrheit? Wer ist der Wahrheit? Ey, die machen so Werbung für euch, ne? Ich habe das Gefühl, ich spreche nicht dieselbe Sprache mit euch. Wo sagt Jesus selber? Er ist das Wort? Was ist los mit... Warum machst du die rücklichen Beantwortung? Ich habe dir geantwortet. Ich habe dir geantwortet. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Was ist los mit dir? Jesus muss es nicht sagen, weil es die Bibel sagt. Also dann ist er nicht Gott. Okay, dann ist er nicht Gott. Du hast es zugegeben, dass Jesus nicht Gott ist. Du bist aus dem Christentum ausgetreten. Sura 4 Vers 171. Jesus, das Wort Gottes. Okay, ich gehe auf diese Frage. Okay, lass mich... Nein, nein, nein. Ich bin dran. Nein, nein. Nein, ich bin dran. Aber du hast meine Frage nicht beantwortet. Ihr merkt es ohne Chat. Kick den einfach. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Du hast zugegeben, dass Jesus nicht Gott ist. Und du bist aus dem Christentum ausgetreten. Was ist los mit euch? Ihr seid zwei. Warum habt ihr Angst? Könnt ihr den bitte rausschmeißen? Bitte. Bitte. Er ist wirklich so hohl. Das tut mir weh, mit so etwas zu gehen. Er ist das Wort Allah im Heiligen Koran. Damit ist gemeint, Allah ist kun fayakun. Und Allah sagt, sei und es ist fertig. Schau mal, wie ich deine Frage beantworte. So ist es so hohl. Du bist so hohl, ey. Jetzt zurück zu meiner Frage. Wo sagt Jesus selber in der Bibel? Er muss es nicht sagen, weil es die Bibel sagt, wie oft denn noch. Natürlich, weil es die Bibel durch eingegeben, durch den Heiligen Geist sagt. Aber wir gucken mal. Guck mal, wir bleiben bei Korinther. Gib mir eine Quelle, wo Jesus sagt, er ist selber das Gott. Wo ist Abubizeps, wenn man den Paul? Ich habe dir gesagt, er muss es nicht sagen, und eingegeben durch den Heiligen Geist sagt es die Bibel, ja. Komm jetzt, Urban. Guck mal, wie krank der klingt. Der braucht Hilfe. Urban. Ey, Leute, der ist völlig psychos. Nehmt das mal auf, Leute, was der für Psychosen hat. Ey, der ist krank. Wer schluckt mich? Noch ein einziges Mal gehe ich runter. Ja, du hast Angst. Der Moderator, mach die mal bitte raus. Er ist reich, also er will nicht zuhören. Er ist völlig krank. Er ist völlig krank. Der braucht Hilfe, Bruder. Habt ihr das gehört, wie der geredet hat? Leute, was ich hinaus wollte, schaut mal. Er lehnt die Schreiber der Bibel ab. Schaut mal. 1. Korinther 2,9. Oh, der nächste kam mir. 1. Korinther 2,9. Leute, schaut mal. Er lehnt die Schreiber der Bibel ab. Hier sagt Paulus, What no eyes has seen, What no earth has heard, And what no human mind has converted. Also, hier sagt Paulus, Lass mich mal bitte ausreden. Hier sagt Paulus, Was kein Auge Gesehen hat, Was kein Ohr gehört hat, Und was kein Mensch sich vorgestellt hat. Das sagt Paulus. Er lehnt die Schreiber ab. Gehen wir in Sahih al-Bukhari, 32,44. Hier spricht Allah. Daniel, bist du da? Daniel? Hier spricht Allah. Schaut mal, was spricht Allah. Ich habe für euch Sachen gemacht, Das kein Auge gesehen hat, Kein Ohr gehört hat, Und kein Mensch sich vorgestellt hat. Er lehnt die Schreiber der Bibel ab. Aber Allah in Bukhari, 32,44, Kopiert den Paulusbrief Aus 2. Korinther, Vers 9. Amen. Wieso kopiert? Er hat wortwörtlich Paulus zitiert. Wortwörtlich. Fakt. Ja, aber warum ist es dann kopiert? Ganz kurz ab. Ihr lehnt doch Paulus ab. Ihr lehnt doch Paulus ab. Warum kopiert? Er lehnt die Schreiber der Bibel ab. Obwohl Allah Allah Paulus zitiert. Du und dein Bruder Ich weiß nicht mal, wer Paulus ist. Seht ihr das, Leute? Seht ihr das? Und so einer sagt zu mir, ich flüchte vor ihm. So einer sagt, ich flüchte vor ihm. Ihr habt ihn die ganze Zeit gestimmt. Ihr habt mit einem Modi geschrieben. Ey Leute, warum holt ihr die hoch? Wollt ihr uns ärgern? Ja, ihr macht das so. Ich sage euch, ihr schreibt mit Moderatoren, ihr schreibt mit Moderatoren, ich kenne eure Taktik. Ihr schreibt mit Moderatoren. Oban, Oban, du hast auch noch mal nicht meine Frage beantwortet. Und dann, ihr schreibt mit Moderatoren, ich stumpf die Leute. das war jetzt mit Alkoholiker treffen. Ich fühle mich so wie bei Aldi auf dem Parkplatz. Ich trinke keinen Alkoholiker. Ey, das kannst du gerne mitziehen. Oban sagt, du begehst, Sina. Gott, warum hast du mich verlassen? Ich habe noch nie getrunken. Wer sagt, was war das? Wenn man sich gegenseitig die ganze Zeit. Jesus bei der Kreuzigung. Gott, warum hast du mich verlassen? Erklär mir das bitte. Warum hast du vorhin nicht geredet mit Amir, dass dein Bruder kleine Kinder anschreibt? Hast du Beweise? Hast du Beweise? Wir haben doch alle das hier veröffentlicht. Also kannst du mir die Fragen stellen? Kann ich darauf eingehen, wenn du mir die Frage stellst? Oha, was geht jetzt? Kann ich, guck mal, können wir doch mal so machen. Wir sind alle Menschen. Hast du mir gedroht jetzt gerade? Hast du mir gerade gedroht? Kann ich aussprechen? Kannst du mir das bitte erklären oder kannst du noch nicht heute Abend zu Ende machen? Okay, ich erkläre es. Er hat Jesus in der Religion. Er hat dabei wirklich sehr nicht aussprechen. Also wenn alle, sich mal beruhigen. Beruhigt euch mal alle. Und wir können alle einander aussprechen lassen. Das ist gar kein Problem. Aber beruhigt euch mal ein bisschen. Okay. Okay. Jesus hat Psalm 22 zitiert. Aber rade, man. Du kannst es bis heute nicht erklären. Okay. Atabi. Atabi. Jesus hat Psalm 22 zitiert. Kannst du lesen? Lies Psalm 22. Digga, warum kommst du mir mit Englisch, man? Zeig doch mal auf Deutsch. Du kannst dir keinen normalen Buch bestellen von Asari. Er ist betrunken, Leute. Atabi, du sagst ja. Du solltest ewige Internetseite sein da. Kannst du ja muchen? Kann ich aussprechen? Das ist ein Hadith. Das brauchen wir gar nicht gerade. Du sagst ja gerade. Warum sagt Christus am Kreuz? Dieses Hadith. Also war im Koran. Kann ich doch mal sprechen. Kann ich sprechen? Hallo. Kannst du mir bitte erklären, warum du gesagt hast, Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, ich möchte ja darauf antworten, wenn du kurz leise bist. Danke. Ja, sag mal. Du fragst, warum hat Christus am Kreuz? Du sagst, warum hat Christus am Kreuz? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich erkläre das alles so. Er hat Psalm 22 zitiert, die Überschrift von Psalm 22, wo es in diesem Psalm darum geht, dass der Messias gekreuzigt wird und nach drei Tagen auferstehen wird. Du kannst gerne, wir können jetzt gerne Psalm 22 aufschlagen. Meinst du, er ist ernst, Alter? Ja. Ich meine das ernst, warum? Das würde nicht mal ein sechsjähriges Kind glauben. Warum? Das passt doch von vorne und hinten nicht mal. Warum? Also die Juden, sie kannten doch den Tanach. Also ganz kurz, der Tanach, ganz kurz, der Tanach sind die Schriften der Propheten. Meinst du jetzt ernst, Bruder? Die Juden, hallo, und die Juden, sie kannten die Schriften der Propheten. Und in den Schriften der Propheten, im Psalm 22, steht die Prophezeiung auf den Messias, wo steht, dass der Messias gekreuzigt wird und nach drei Tagen auferstehen wird. Und Christus, oder geh mal schlafen, man soll zum Glück geredet werden. Christus hat am Kreuz, hallo, Christus hat am Kreuz, das ist so hart hier heute. Bleib mal hier mal, was los? Ey Leute, bitte, guck mal, Moderatoren, bitte, holt doch keine betrunkenen Leute hier hoch. das ist doch... Ich weiß jetzt nicht, ich bin nicht betrunken, aber ich hab mal vorhin, was hat denn der gesagt, wie hieß denn der nochmal wieder oder was? Du hast eine Antwort gegeben gehabt. Du hast eine Erklärung gegeben. Ja, ich weiß, ich hab den hundertmal, hab ich den geantwortet, aber ich hab... Guck mal, Ami, Ami, erzähl mal bitte, ne, Bruder, Ami, Ami, erzähl mal bitte Daniel, damit er diese Leute kennenlernt, wie sie sind. Erzähl mal, ich sage nichts, erzähl ihm mal, du bist ja Muslim wahrscheinlich. Erzähl mal einfach, was er gemacht hat, damit er die Leute kennenlernt. Bitte. So wie es war. Ja, mit Daniel. Ich will das jetzt gar nicht groß beurteilen, ich fand das nicht so schlimm, so wie ich das gesehen hab, ihr habt euch halt nicht gegenseitig so aussprechen lassen, er hat das nicht akzeptiert, ihr habt euch nicht richtig, ihr seid nicht richtig aufeinander einigen. Nein, ich hab ihm das hundertmal erklärt, dass es Jesus von sich aus nicht sagen muss, weil es die Bibel sagt. Und er sagt die ganze Zeit, ich wollte die ganze Zeit, lass sie mal ausgeben, weil mich hat das halt interessiert, so was seine Erklärung dafür ist, warum meine Antwort. Er hat keine Erklärung, er will einfach auf nichts eingehen, das ist typisch bei denen. Dann ist das vielleicht so, aber das hat man letztlich rausgehört, die haben diskutiert und das passiert oft bei diesen Diskussionen, ne, und ja. Aber du hast doch gemerkt, ich hab ihn doch, er sagt, wo sagt Jesus, er ist das Wort, ich hab gesagt, er muss es nicht sagen, weil es die Bibel sagt, weil es die Bibel sagt, ja. Deswegen muss er es von sich aus nicht sagen. Genauso wie im Koran, er nicht sagt, er ist der Messias, sondern der Koran sagt, er ist der Messias. Von sich aus hat nicht mal Jibril gesagt, dass er der Heilige Geist ist bei euch. Ja, das weiß ich. Man muss dann nicht mit zweierlei Maß messen. Also, wenn es im Koran genauso ist wie in der Bibel, kann ich das hier in der Bibel nicht kritisieren. Er hat dann eben noch gesagt, du hast Angst, du hast Angst, und du hast dann angefangen, der hat das, dann wurde es beleidigt, ein bisschen so, ja, der ist krank. Aber du hast auch seine Geräusche gehört, was er für Geräusche gemacht hat. War das gesund für dich? Ich weiß nicht, es ist spät, ich bin jetzt auch ein bisschen, denke ich, das auch. Ja, siehst du, das klang nach besessen. Das war nicht gesund, was er für Geräusche gegeben hat. Ja, ja. Hier, Roy kann das ja, Roy, wie war das denn, das Gespräch? Das Gespräch war völlig für den Arsch, es hat nichts gebracht, das hast du doch gemerkt. Hast du gesehen, wie die sind? Ja, Urban, aber an der Stelle muss ich dir ganz ehrlich sagen, du hast das doch gemerkt. Man hätte das da viel früher schon beenden können. Ich kann ja nicht kicken, ich kann ja die Leute nicht kicken, aber du hast doch gemerkt, ich habe ihm hundertmal dieselbe Antwort gegeben, aber er will nicht, dass ich eine Frage stelle. Aber Urban, du hast es im Vorfeld schon gesagt, du hast sogar vorausprognostiziert, wie es da an der Stelle kommen wird. Weil die alle so sind, Roy, die sind alle so, die wollen nur Fragen stellen, die wollen keine Fragen beantworten. Aber da sperre ich mich jetzt, also es sind nicht alle so, schon alleine nicht. Von der Bande, von seiner Bande, von seiner Bande, nicht die Muslime. die so denken, ja, aber wir müssen... Nein, nein, von der Gummibärenband, er ist von Hamdi und so, das ist meine seine Bande. Da gebe ich dir recht, aber wenn du das so ausdrückst, dann verstehen zum Beispiel alle sich angesprochen, an der Stelle. Nein, nicht alle, nicht alle, ich gehe nicht auf die Muslime, sondern ich gehe von seiner Gruppe hier auf TikTok, dass die... Alles klar, Das sind Christenhasser, das sind absolute Christenhasser. So ausdrücke ich damit, aber unabhängig davon, wollte ich nur ganz schnell mal in den Raum reinfurzen hier, und zwar so richtig brachial, weil der Daniel, den schicke ich jetzt ins Bett, das reicht an der Stelle. Und von daher, nee, das machen wir jetzt nicht mit. Wir haben jetzt keinen Bock, das Gespräch neu zu eröffnen. Ich wollte nur dafür sorgen, weil ganz ehrlich, Daniel muss morgen früh raus, der muss arbeiten. Und es ist nach zwei. Und der macht das nur eut zum Respekt, dass er an der Stelle das nicht einfach beendet. Und an der Stelle streite ich jetzt ein, schickt den Bengel hier ins Bett, weil der hängt morgen wieder durch, ist in der Mittagspause wieder nur am Pennen. Der Chef meckert die ganze Zeit nur rum mit ihm. Und von daher reicht das jetzt an der Stelle. Von daher würde ich euch einen schönen Abend bitten oder eine gute Nacht wünschen und euch darum bitten, einfach selbstständig runter zu gehen, weil Daniel tut sich echt schwer damit, mit euch rauszuschmeißen. Dankeschön, Roy. Vielen lieben Dank. Ja, ich muss wirklich um sechs zu arbeiten. Du bist nicht ganz dicht, Daniel. Jetzt mal ohne Scheiß, guck mal auf den Wecker, Alter. Mal ohne Scheiß. Ich hab mich schon dran gewöhnt, Eurel. Ja, genau, so wie du dich dran gewöhnt hast, keinen Sport mehr zu machen, immer dünner zu werden. Eurel, ich geb dich, wenn du so weiter rennst. Das tut am meisten weh. Das tut am meisten weh. Ich pumpe auch, ne? Und man weint über jeden Zentimeter, ich weiß nicht. Und das frisst, Urban, das frisst, das frisst, ich versuche ihm das seit Ewigkeiten zu erklären. Ruhephasen sind wichtig. Ja, ja. Und das ist einfach so. Von daher, Daniel, mach jetzt den Chat aus hier, es reicht an der Stelle. Verabschiede dich nochmal von deinen Leuten und dann mach das Ding hier aus. Das reicht jetzt echt ohne Scheiß. Danke, dass ihr da wart, Urban. Gottes Segen. Dankeschön dir auch. Gottes Segen auch mit dir, Urban. Gute Nacht. Macht alle das gut, Leute. Alle das gut. Guck dir erstmal an und für den ganzen Piss, für den Aufwand, hast du mal gerade 30.000 K Likes gekriegt, Alter. Ja, aber egal. Was soll ich machen? Alles klar, Daniel, wir hören uns, ne? Bis, ja, bis nächstes Mal. Ciao, ciao, bei. Hau rein, Mann. Ciao, ciao. Ja, wie gesagt, Leute, macht bitte alle das Plus weg und gute Nacht an alle. Ich muss jetzt schlafen gehen. Ich muss in drei Stunden, ja, in vier Stunden muss ich aufstehen. Dreieinhalb Stunden. Danke, dass ihr da wart heute, gell? Gute Nacht. Ciao, ciao. Hoh, mich gut.